Aristip von Christoph Martin Wieland, erster Band 1. Aristip an Cleonidas in Cyrene Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. 1. Aristip an Cleonidas in Cyrene Alle Götter der beiden Elemente, denen du bei unserem Abschied mein Leben so dringend empfahlst, schienen es miteinander abgeredet zu haben, die Überfahrt deines Freundes nach Kreta zu begünstigen. Wir hatten, was in diesen Meeresgegenden selten ist, das schönste Wetter, den heitersten Himmel, die freundlichsten Winde. Und da ich dem alten Vater Ozeanus den schuldigen Tribut schon bei einer frühern Seereise bezahlt hatte, Genoss ich diesmal der herrlichsten aller Anschauungen, so rein und ungestört, dass mir die Stunden des ersten Tages und der ersten Hälfte einer lieblichen mondhellen Nacht zu einzelnen Augenblicken wurden. Gleichwohl, darf ich dir's gestehen, Cleonidas, deuchte mich's schon am Abend des zweiten Tages, als ob mir das majestätische unendliche Einerlei unvermerkt lange Weile zu machen anfange. Himmel und Meer in einen unermesslichen Blick vereinigt, ist vielleicht das größte und erhabenste Bild, das unsere Seele fassen kann, aber nichts als Himmel und Meer und Meer und Himmel ist, wenigstens in die Länge, keine Sache für deinen Freund Aristip. Und ich glaube wirklich, dass mir ein kleiner Sturm mit Donner und Blitz und übrigem Zubehör bloß der Abwechslung wegen willkommen gewesen wäre. Du weißt, dass außer dem nah an Kreta liegenden Inselchen Gaudos kein einziges Eiland zwischen Cyrene und Gorthyna zu sehen ist. Überdies wollte auch der Zufall, dass uns auf der ganzen Reise außer drei oder vier zyprischen Kornschiffen und einer für Korinth befrachteten thürischen Pinasse, die sich so nah als möglich an der Küste hielten, kein einziges Fahrzeug begegnete, womit wir uns auf eine oder andere Art hätten unterhalten können. Es fehlte mir also, wie du siehst, nicht an Muße, so viele Grillen zu fangen, als ich wollte. Und wie weit es endlich mit mir gekommen sein müsse, kannst du daraus abnehmen, dass ich stundenlang vom Verdeck in die See hinab schaute, ob nicht irgendeiner von den Fischgöttern oder Götterfischen, womit ihr Dichter den Ozean bevölkert habt, aus der Tiefe herauffahren, bei unserer Erblickung in sein krummes Horn stoßen und die übrigen Meerwunder seine Gespielen zusammenrufen werde, um unsere auf den Wellen leicht dahin gleitende Barke zu umkreisen und durch mutwillige Spiele und Neckereien aufzuhalten. Das Schauspiel, das wir ihnen gaben, ist freilich seit der Zeit, da das erste von Pallas Athene selbst erbaute Schiff eine Schar kühner Göttersöhne nach Colchis trug, um ein goldenes Widerfell zu erobern, etwas so Alltägliches für diese Meerbewohner geworden, dass ein unbedeutendes Fahrzeug, wie das unsere sich nicht schmeicheln durfte, großes Aufsehen bei ihnen zu erregen. Aber dass in drei langen Tagen auch nicht ein einziges rosenarmiges Meermädchen mit grünen Locken und milchweißem Busen auftauchen wollte, um meine, des Herumschwebens zwischen Luft und Wasser müden Blicke auf ihrer reizenden Gestalt ausruhen zu lassen, das war doch wirklich zu grausam und bewies mir den großen Unterschied, den die Götter zwischen euch Dichtern und uns anderen prosaischen Menschen machen, zu meiner nicht geringen Demütigung. Wäre mein Freund Cleonidas hier, dachte ich, was wird er nicht, Kraft des Vorrechts, dass die Natur den Muso lebten, ihren Günstlingen zugestanden hat, in diesen für mich unbegeisterten, so leeren Elementen sehen und hören. Könnt er gleich den Nebel, der mir die unsichtbare Welt verbirgt, nicht von meinen Augen treiben, so würde ich mich doch an seinen Visionen und Entzückungen ergötzen. Und im Grunde könnte mir's ja gleich viel sein, ob ich das alles unmittelbar mit meinen eigenen Augen oder im Zauberspiegel der Seinigen sähe. Sage dir nun selbst, ob ich nicht auf dich zornen sollte, dass du dich nicht erbitten ließest, mich auf meiner Reise wenigstens nur bis nach Olympia zu begleiten, wo dich ein Schauspiel erwartete, das auf dem ganzen Erdboden einzigen seiner Art ist und durch kein anderes ersetzt werden kann, wenn es auch ein Triumphsaufzug Poseidons und Amphitritens mit allen ihren Tritonen und Nereiden wäre. Im ganzen Ernste, Cleonidas, ich kann dir das Unrecht kaum verzeihen, dass du durch deine Unerbittlichkeit noch viel mehr an dir selbst als an deinem Aristipp begangen hast. Wer weiß, ob dir die versäumte Gelegenheit in deinem ganzen Leben wieder aufstoßen wird, und aus der Welt zu gehen, ohne die Olympischen Spiele und den Jupiter des Fidias gesehen zu haben, wahrlich, da verlohnte sich's kaum der Mühe, da gewesen zu sein. Doch wem sag ich das und wie kann ich einen Augenblick vergessen, dass du von einem Zauber gebunden bist, der dir weder Gewalt über dich selbst lässt, noch Augen für einen anderen Gegenstand, als die schöne Unerbittliche, deren Blicke die Nahrung deines Lebens sind. Was ist im Himmel und auf Erden und im Reich des Ozeanus, das einen von Amorn verwundeten Dichter von der süßen Quelle seiner Schmerzen entfernen könnte? Was ist dir die schimmernde Panegyris alles dessen, was die ganze Hellas, edles, großes und schönes hat, ihrer auserlesensten Jünglinge, ihrer berühmtesten Männer, ihrer reizendsten Weiber, ihrer Künstler, Waisen, Staatsmänner, Feldherren und Fürsten, dir, der das alles unbemerkt bei dir vorbeiziehen lassen würde, um deine Augen auf den bloßen Schatten der schönen Lysenion zu heften, wenn du sie selbst nicht erblicken könntest? Wundere dich nicht, Cleonidas, dass ich so viel von dem Geheimnis deines Herzens weiß, wie wohl du es, ich weiß nicht warum, so sorgfältig vor mir verborgen hast. Ein Verliebter ist so leicht zu entdecken, wie gut er sich auch zu verstecken glaubt, und die Freundschaft ist scharfsichtig. Befürchte indessen nichts von der meinigen, sie soll dir nie durch Zudringlichkeit beschwerlich fallen, aber auch nie entstehen, wenn du dich aus eigenem Drange nach ihr umsiehst. Alles, was ich dir malen von der deinigen verspreche, ist, dass du deinen trautesten Jugendfreund nicht ganz vergessen und ihm gern erlauben werdest, sich während einer Abwesenheit, deren Dauer noch unbestimmbar ist, von Zeit zu Zeit durch Briefe bei dir in Erinnerung zu bringen. Widrige Winde zwingen mich einige Tage länger in Kreta zu verweilen, als meiner Geschäfte wegen nötig war. Ich werde diese Zeit zu einem Ausflug nach Gnossos anwenden, wo, wie man sagt, die vorzüglichsten Merkwürdigkeiten dieser fabelhaften Insel beisammen sind. Wie dürfte ich mich auch jemals wieder in Cyrene blicken lassen, wenn ich in Kreta gewesen wäre, ohne den berüchtigten Labyrinth und das Grab des unsterblichen Königs der Götter und Menschen gesehen zu haben. Ende von 1 Aristip von Christoph Martin Wieland Erster Band 2 An Aritades, seinen Vater Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Nach einer glücklichen und größtenteils angenehmen Reise befinde ich mich seit zehn Tagen in dem reichen, gewerbevollen, prächtigen und wollüstigen Korinth, wo ich von dem Eupatriden Learchus Vermöge der alten Gastfreundschaft, die seit Perianders Zeiten zwischen unseren Familien besteht, mit der gefälligsten Freundlichkeit aufgenommen wurde. Meine erste Sorge war, mich der Aufträge zu entledigen, womit mein Ohrheim Alketas mich an seine hiesigen Freunde beladen hatte. Die zweite, die mir zum Beruf meines Aufenthalts in Griechenland mit gegebenen Waren auf die vorteilhafteste Art zu Gelde zu machen. Die Nähe des großen Marktes zu Olympia kam mir zu dieser Absicht sehr zu statten und der Gewinn, den ich dabei gemacht, ist so beträchtlich, dass ich außer der Summe die ich für das nächste Jahr nötig haben mag, deinem Willen gemäß meiner Vaterstadt und der Würde, die du in unserer Republik bekleidest, durch einen anständigen Aufwand Ehre zu machen, fünfhundert attische Minen in Golde bei meinem Würde hinterlegt habe, über welche ich deine Befehle erwarte. Korinth hat sich seit den vierzig Jahren, da du den Vater des Learchos besuchtest, sehr verändert. Großer und täglich zunehmender Reichtum in einem oligarchischen, äußerst mild regierten und vielleicht nur zu wenig gezügelten kleinen Freistaat, zumal in der glücklichen Lage von Korinth, die es zum Mittelpunkt des asiatischen und europäischen Handels bestimmt, muss, wie mich deucht, alle Vorzüge, worauf es stolz ist und alle Übel, die seinen Verfall ankündigen, notwendig hervorbringen. Ich gestehe, dass die Wehklagen, die ich hier sogar in den reichsten Häusern und von den verständigen alten Männern über die immer zunehmende Üppigkeit, Verschwendung, Habsucht und Sittenverderbnis führen höre, mir keine hohe Meinung von der Weisheit der Korinther geben. Wo großer Reichtum ist, muss notwendig auch große Armut sein und von beiden ist sittliche Verdorbenheit die unausbleibliche Frucht. Der Reiche erlaubt sich alles, um grenzenlos genießen zu können, ohne die Quelle seines Genusses zu erschöpfen. Der Arme tut, wagt und duldet alles, um reich zu werden. Das ist so und nicht anders ist, überzeugte mich, schon was ich in Cyrene sah, und Korinth hat mich darin bestätigt. Alle Gesetzgeber, Philosophen und Moralisten in der Welt können den Korinthern nicht helfen. Es gibt nur ein Mittel, das sie und ihres gleichen retten könnte, und das ist gerade das Einzige, wozu sie keine Lust zu haben scheinen. Sie müssten wieder so arm werden, als sie vor dreihundert Jahren waren. Wer weiß aber auch, ob dies einzige Mittel nicht schon zu spät käme. Doch wohin versteige ich mich? Ich bin noch zu neu in der Welt, um tiefe Blicke in den Zusammenhang der Dinge getan zu haben und zu jung, um mich in so verwickelte Spekulationen einzulassen. Die Zeit der Olympischen Spiele naht heran und ich rüste mich ungesäumt nach Pisa abzugehen, um womöglich noch auf eine leidliche Art unterzukommen. Denn der Zusammenfluss von Fremden soll schon unbeschreiblich groß sein. Meine Ungeduld nach dem herrlichen Schauspiel, das mich dort erwartet, nimmt mit jedem Tage zu. Auch hoffe ich, bei dieser in ihrer Art einzigen Gelegenheit interessante Bekanntschaften zu machen, was am Ende doch wohl der einzige wahre Vorteil ist, den ich von Olympia zurückbringen werde. Ende von 2 Aristip von Christoph Martin Wieland Erster Band 3 An Kleonidas Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Kaum bin ich einige Tage in Korinth und schon hat mir meine leichtsinnige Unbefangenheit ein Abenteuer zugezogen, welches vielleicht Folgen von Bedeutung hätte haben können, wenn mir der Zweck meiner Reise einen längeren Aufenthalt erlaubte, Indem ich nach Vollendung einiger Geschäfte in den Straßen dieser großen und prächtigen Stadt umher irre, fällt mir eines von den vielen öffentlichen Bädern, womit sie versehen ist, in die Augen, dessen zierliche Bauart mir Lust macht, mich darin abzuwaschen. Ich gehe hinein und da sich nicht gleich ein Aufwärter zeigt, öffne ich auf gerate wohl eine der Badekammern und treffe gerade den Augenblick, da eine junge Frauensperson, die sich ganz allein darin befand, im Begriff war, aus dem Bade zu steigen. Dies war das erste Mal in meinem Leben, dass ich vor einem schönen Anblick zusammenfuhr. Gleichwohl weiß ich nicht, wie es kam, dass ich anstatt zurückzutreten und die Tür, die ich noch in der Hand hatte, vor mir wieder zuzuziehen, sie hinter mir zumachte und meine Verlegenheit dadurch vermehrte. Die Dame, die bei meiner Erblickung plötzlich wieder untertauchte, schien sich an meiner Bestürzung zu ergötzen. Wie, sagte sie lachend mit einer Stimme, deren Silberton meine Bezauberung vollendete, fürchtest du das Schicksal Akteons, dass du vor Schrecken sogar zu fliehen vergissest? Da ich weder so schön wie Artemis noch eine Göttin bin, darf ich auch weder so stolz noch so unbarmherzig sein wie sie. Du bist ein Fremder, wie ich sehe, und hast vermutlich die Überschrift über der Fachte dieser Termen nicht gelesen. Während sie dies sprach, hatte ich, was du mein unverschämtes Gesicht zu nennen pflegst, wieder gefunden, und erwiderte ihr, von einer so zuvorkommenden Anrede aufgemuntert, da ich das Glück dieses Augenblicks bloß meiner Unwissenheit und dem Zufall zu danken habe, so wäre es in der Tat grausam, schöne Unbekannte, mich dafür zu bestrafen, nicht dass ich, wie Akteion, zu viel, sondern dass ich gesehen habe, was man nie genug sehen kann. Nur ein längeres Verweilen versetzte sie mit einem einladenden Lächeln, würde dich strafbar machen, denn es ist Zeit, dass ich das Bad verlasse. Indem sie dieses sagte, traten zwei junge Sklavinnen herein, die in zierlichen Korben alles, was zum Dienste des Bades erforderlich ist, auf ihren Köpfen trugen. Sie schienen verwundert, hier einen Unbekannten zu finden und hefteten Ungewisse fragende Blicke bald auf mich, bald auf ihre Gebieterin. Was für eine Strafe, sagte die Dame, hat dieser junge Mensch verdient, für die Verwegenheit, sich in ein fräuliches Bad einzudringen, das gewiss noch von keinem männlichen Fuße betreten worden ist? Die Gelindeste wäre wohl, ihn anzuspritzen und in einen Hasen zu verwandeln, sagte die Jüngere. Das wäre eine zu milde Strafe für ein so schweres Verbrechen, versetzte die Ältere. Ich weiß eine andere, die dem Verbrechen angemessner ist. Ich würde ihn dazu verdammen, solange bis wir unseren Dienst verrichtet haben, hier zu bleiben und dann die Tür hinter uns zuzuschließen. Meinst du, sagte die Dame, indem sie sich erhob und ihre in einen dicken Wulst über der Scheitel zusammengebundenen Locken auflösend von einer Fülle bis unter die Knie herabfallender gelber Haare wie von einem goldenen Mantel umflossen aus dem Wasser stieg und sich ebenso unbefangen als ob sie mit ihren mägden allein wäre abtrocknen und mit wohl riechenden ölen einreiben ließ und mich schöne gebieterin sagte dein unverschämter freund mit der ganzen edeln dreistigkeit die du an ihm beneidest mich den du in einem augenblick zu deinem sklaven gemacht hast wolltest du hier müßig stehen lassen erlaube mir deinen nymphen zu zeigen dass ich geschickter bin als sie mir zutrauen und indem ich dies sagte machte ich eine bewegung als ob ich einer der mägde ein tuch von der schnee weißesten wolle womit sie ihre gebieterin abzureiben begriffen war aus der hand ziehen wollte aber die Dame warf mich mit einem zürnenden blick auf einmal wieder in die schranken der ehrfurcht zurück die der schönheit und dem stande von dem sie zu sein schien gebühren wenn du mein sklave bist sagte sie wieder lächelnd sobald sie mich in gehöriger entfernung sah so erwachte schweigend meine befehle und rühre dich nicht ich gehorchte wie einem wohlerzogenen sittsamen jüngling zusteht und erhielt dafür die zweideutige belohnung dass man die mysterien des bades mit der größten gelassenheit vollendete ohne sich um meine gegenwart oder wie mir dabei zumute sein möchte im geringsten zu bekümmern als sie wieder angekleidet war heftete die dame im weggehen einen ernsten blick auf mich und sagte vergiss nicht dass es dem ixion übel bekam sich kleiner gunst bezeugungen der götterkönigin zu rühmen und ohne meine antwort zu erwarten stieg sie in eine prächtige sänfte die von vier sklaven schnell davon getragen wurde mir war als ob ich aus einem traum erwachte natürlich durfte ich es nicht wagen ihr so glich zu folgen und wie ich mich wieder aus dem bad hause unbemerkt wegschleichen wollte wurde ich von einem aufwärter angehalten der sich nicht ohne mühe durch eine handvoll neu geprägter drachmen endlich überzeugen ließ dass ich ein fremder und bloß aus unwissenheit seit wenig augenblicken hierher geraten sei als ich mich wieder frei sah war es zu spät der spur meiner unbekannten nachzugehen und ich kehrte ungewiss was ich von meinem abenteuer denken sollte nach hause die dame schien nicht über 18 jahre alt zu sein und ihre gestalt hätte das glück eines alkamenes machen können wenn ihn der zufall so wie mich begünstigt hätte war sie eine hetere von der ersten klasse die zu korinth unter aphroditens schutz einer freiheit und achtung genießen welche ihnen in keiner anderen griechischen stadt zugestanden werden oder war es eine junge frau von stande die im bewusstsein ihrer reizungen sich eine mutwillige lust daraus machte einen unbekannten für seinen jugendlichen übermut auf eine neue wollüstig peinliche art büßen zu lassen das letztere schien mir allen umständen nach das wahrscheinlichste indessen trieb mich doch ich weiß nicht welche unruhe an diesem abend in allen öffentlichen spaziergängen herum wo die hetären der höheren ordnung sich gewöhnlich von ihren liebhabern umschwärmt oder von einem zuge geputzter mägde und eunuchen begleitet mit vielem prunke zu zeigen pflegen aber ich sah mich vergebens unter ihnen nach meiner anadiumene um und eine schlaflose nacht war alles was ich von meinen nachforschungen davon trug am folgenden morgen wie ich vom läschäischen hafen zurückkehrte glaubte ich eine von den beiden sklavinnen aus einem kleinen murten geholz am wege auf mich zukommen zu sehen wir erkannten einander ersten blicks nur zeigte sich's dass die korintherin meinen namen besser ausgekundschaftet hatte als ich den ihrigen sie grüßte mich beim namen und erkundigte sich lachend wie dem unbefugten epopten der vorwitz zu sehen was er nicht sollte bekommen sei wir wissen wie du siehst alle deine gänge fuhr sie fort und meine gebieterin welcher nicht unbekannt ist dass du morgen abzureisen gedenkest schickt mich zu dir ein kleines denkzeichen des gestrigen zufalls von ihr anzunehmen es war ein zierlich geflochtenes deckelkörbchen von silberdraht worin eine ihrer goldgelben haarlocken mit einer schnur von kleinen perlen umwunden lag du kannst dir leicht vorstellen kleonidas dass ich alle meine wohlredenheit aufgeboten haben werde den stand und namen der dame zu erfahren zu erfahren und die dienstbare ihres zu gewinnen dass sie mir eine gelegenheit auswirken möchte ihr meinen dank in eigener person zu füßen zu legen ich ging so weit dass ich bei allen liebesgöttern beteuerte meine reise nach olympia einzustellen wenn ich hoffen könnte einer so großen gnade gewürdigt zu werden aber die lose dirne spottete meiner vorgeblichen leidenschaft mit der versicherung dass man sich nur desto mehr vor mir hüten würde wenn sie ungeheuchelt wäre und dass alle meine bemühungen ihre gebieterin wiederzusehen vergeblich sein würden alles was ich mit vielem bitten und einem kleinen beutel voll dariken von ihr erhielt war ein versprechen dass sie sich diesen abend an einem gewissen orte einfinden wollte um eine unbedeutende kleinigkeit für ihre dame in empfang zu nehmen wodurch ich auch mein andenken bei ihr lebendig zu erhalten wünschte sie sagte mir's zu aber ich erwartete sie vergebens was dünkt dich von dieser närrischen begebenheit kleonidas für mich ist sie denn doch nicht ganz so unbedeutend als sie scheint und da ein weiser mann alles alles seinen nutzen zu verwandeln wissen soll so denke ich einen zweifachen vorteil aus ihr zu ziehen der erste ist dass ich mich vor der hand ziemlich sicher halten kann dass die erinnerung an meine reizende unbekannte nur sehr wenigen schönen gestatten wird einigen Eindruck auf mich zu machen der zweite dass ich vorausgesetzt ich könne das was ich bei dieser Gelegenheit erfahren habe als einen Maßstab meiner Empfänglichkeit für leidenschaftliche Liebe annehmen große Ursache habe zu hoffen dass ich weder meinen Verstand noch meine Freiheit jemals durch ein schönes Weib verlieren werde Ende von drei Aristip von Christoph Martin Wieland erster Band 4 an Demokles von Cyrene есть diese griechenland griechenland zeigt nun seit dem ersten neumond nach der letzten sommer sonnen wende das erste jahr seiner vier und neunzigsten olympiade die spiele sind geendigt und ich habe gesehen was zu sehen war, in der Tat große, auffallende, prachtvolle und nach der gewöhnlichen Schätzung der menschlichen Dinge sehenswürdige Schauspiele. Aber soll ich dir davon sprechen, wie ich denke, Demokles? Du hast oft mit mir über meine, wie ich immer wahr zu glauben Ursache finde, angeborene Maxime nichts zu bewundern gestritten. Und wenn wir am Ende wie gewöhnlich jeder mit seiner eigenen Meinung davon gingen, söhntest du dich immer durch ein wohlwollendes Mitleiden mit mir aus, mich durch eine so gleichgültige Gemütsstimmung des hohen Grades von Vergnügen entbehren zu sehen, welches, wie du sagtest, den gefühlvollen Seelen zuteil werde, die gerade durch den Affekt der Bewunderung zu erkennen geben, dass sie bei großen und schönen Gegenständen ungleich mehr empfinden, als derjenige, der sie ansehen kann, ohne aus seiner gewöhnlichen Fassung gesetzt zu werden. Es mag sein, dass meine Maxime mich öfters eines lebhafteren Genusses beraubt, aber dafür gewährt sie mir auch den Vorteil, mich selten in meiner Erwartung getäuscht zu finden. Auch begegnet mir öfters, dass ich, anstatt mit der Menge zu bewundern, mich mit deiner Erlaubnis nicht wenig verwundere, wie die Leute so gutmütig sein mögen, über Dinge in Entzückung zu geraten, die bei kaltem Blute aufs Gelindeste beurteilt, nur lächerlich sind und bei strengerer Prüfung leicht in einem noch ungünstigern Licht erscheinen könnten. Nach dieser Vorrede bist du vermutlich schon auf das Geständnis gefasst, dass dies beim Anschauen der weltberühmten Kampfspiele zu Olympia ganz eigentlich mein Fall war, und dass ich, während alles um mich her in Entzückung zerfloss, mich in aller Stille nicht genug verwundern konnte, wie ein Volk, das sich selbst für das Sittigste und Aufgeklärteste des ganzen Erdbodens hält und von anderen dafür erkannt wird, vor einer so großen Menge ausländischer Zuschauer sich nicht schämte, einen so hohen Wert auf den Sieg in so kindischen und barbarischen Wettkämpfen zu legen, aus den dazu angesetzten Tagen sein höchstes Nationalfest zu machen und sogar seine Zeitrechnung nach ihrer Feier zu bestimmen. Käme, dachte ich, ein Perser oder Sküte, der noch nichts von diesem Institut gehört hätte, von ungefähr dazu, wenn im Angesicht einer unzählbaren Menge Volks in einem ehrfurcht gebietenden Kreise der edelsten und angesehensten Männer der Nation nach einem dem Könige der Götter dargebrachten feierlichen Opfer die Sieger öffentlich erklärt und gekrönt werden und sähe das stolze Selbstbewusstsein, womit sie von ihren wonnetrunkenen Verwandten, Freunden und Mitbürgern umdrängt und vom allgemeinen Jubel der Zuschauer bewillkommt, sich den Kampfrichtern nahen, um die Krone zu empfangen, Müsste er nicht glauben, diese Menschen könnten nichts Geringeres getan haben, als ganz Griechenland durch einen maratonischen oder salaminischen Sieg vom Untergang gerettet oder wenigstens jeder um seine eigene Vaterstadt sich durch irgendeine außerordentliche Tat unendlich verdient gemacht zu haben. Aber wie erstaunt und betroffen würde dann ein solcher dastehen, wenn er hörte, dass es weiter nichts ist, als dass der eine dieser gekrönten Helden am besten laufen kann, ein anderer die schnellsten Rennpferde und den geschicktesten Kutscher hat, ein dritter, der größte Meister im Faustkampf oder in der edeln Kunst seinen Gegner zu Boden zu ringen ist. Wahrlich, dieser Perser oder Sküte, wiewohl die Griechen seiner Nation die Ehre erweisen, sie nur für Halbmenschen anzusehen, würde sich schwerlich enthalten können, das widersinnige Schauspiel für die Wirkung irgendeiner zürnenden Gottheit zu halten und zu glauben, die ganze Nation müsste entweder von einem allgemeinen Wahnsinn befallen oder trotz ihrer übrigen Vorzüge zu einer ewigen Kindheit der Vernunft verdammt sein. Dass ein schnellfüßiger Jüngling, ein gewandter Wagenlenker, ein nerviger Kerl, der den Kampfhandschuh am kräftigsten zu gebrauchen wusste, oder, um den stärksten Gegner zu überwältigen, keiner anderen Waffe als seiner eigenen eisernen Faust bedurfte, in den Zeiten, da der Thebanische Herkules diese feierlichen Spiele gestiftet haben soll, ein wichtiger Mann für seine kleine Vaterstadt war, ist natürlich und aus dem rohen Zustand einer von ihrer ursprünglichen Wildheit noch langsam sich losarbeitenden Horde leicht zu erklären. Aber dass ein so gebildetes Volk, wie die Griechen dermalen sind, bei so gänzlich veränderter Lage der Sachen noch immer ein so großes Aufheben von Geschicklichkeiten macht, die entweder ganz unbrauchbar oder doch verhältnismäßig von sehr geringem Nutzen geworden sind, dass der Mensch, der zu Olympia öffentlich dargetan hat, dass er den stiermäßigsten Nacken, die stärksten Brustknochen und die derbeste Faust seiner Zeit besitze, oder mit jedem Hasen in die Wette laufen könne, für die höchste Zierde seiner Vaterstadt gehalten, im Triumph eingeholt, über alle seine Mitbürger hinaufgesetzt und als ein Wohltäter seines Volkes öffentlich unterhalten, geehrt und nur nicht gar vergöttert wird, wiewohl die Stärke seiner Muskeln und Knochen oder die Behändigkeit seiner Füße vielleicht das Einzige ist, was ihn von dem Ruhesten und Verdienstlosesten seiner Mitbürger unterscheidet, das ist doch wirklich so ungereimt, dass man es kaum seinen eigenen Augen zu glauben wagt. Damit ich mich durch diesen verwegenen Tadel eines Instituts, das allen Helenen so ehrwürdig und heilig ist, nicht selbst in den Verdacht einer Anmaßung bei dir setze, die mich sehr übel kleiden würde, will ich dir nicht verbergen, dass ich meinem Gefühl vielleicht weniger getraut hätte, wenn ich nicht durch das Urteil eines weiseren Mannes als ich, mit welchem der Zufall mich bekannt machte, in dem meinigen bestärkt worden wäre. Er schien ein Mann von fünfzig Jahren zu sein, und sein Äußerliches zeigte eben nichts, was unter einer so großen Menge von Menschen die Aufmerksamkeit auf ihn ziehen konnte. Er war nach griechischer Sitte äußerst einfach, nach unserer Cyrenischen beinahe ärmlich gekleidet, unbeschut, von etwas finsterem Gesicht lang, hager, mit einem dünnhaarigen Barte geziert, der, wo nicht ihm selbst, wenigstens seinem Schatten, so ziemlich die tragikomische Miene eines alten Ziegenbox gab. Bei dem allen hatte der Mann etwas in seiner Gesichtsbildung, das mir Zutrauen zu ihm einflößte und den Wunsch erregte, bekannter mit ihm zu werden. Es traf sich, dass wir beide auf der Anhöhe, von welcher wir den Wettkämpfen zusahen, so nahe beisammen saßen, dass es nur von ihm abhing, jeden Eindruck, den diese Schauspieler auf mich machten, bemerken zu können. Er selbst zeigte bei allem, was zu sehen war, immer eben dieselbe Miene, die weder merkliches Wohlgefallen noch Missbelieben andeutete. Nur zuweilen, wenn die Zuschauer durch irgendeine außerordentliche Probe von Stärke oder Geschicklichkeit zum Ausbruch einer gar zu unmäßigen Bewunderung und Freude hingerissen wurden, verriet er durch ein leises Zucken der Lippen, dass das allgemeine Gefühl nicht das seinige war. Ich, meines Orts, überließ mich eine Zeit lang dem Vergnügen, welches der Anblick so vieler schönen Jünglinge, denen die Begierde des Sieges schwingen an die Knöchel setzte, die Menge auserlesener Rennpferde und prächtiger Wagen, die Geschicklichkeit der Wagenführer und, mehr als alles andere, die unerschöpfliche Kraft und Gewandtheit, womit die Ringer durch die gelehrteste Fertigkeit in ihrer Kunst den entscheidenden Augenblick aufzuhalten strebten, einem jungen Menschen, der das alles zum ersten Male sah, natürlicherweise machen mussten. Sogar das grauenhafte Schauspiel, das uns gegen die Mittagsstunde während die Sonne über unserer Scheitel brannte, die kaltblütige Wut, der Faustkämpfer gab und der furchtbare Handschuh, womit einige Paare neuer Errüxen und Herkulessen einander zermalmten, erfüllte mich anfangs mit einer seltsamen Art von schauderlichem, tragischen Vergnügen, indem es mich in die alte Heldenzeit zu versetzen und mir die Erzählungen der Dichter von den unglaublichsten Taten der Göttersöhne wahrzumachen schien. Ich wähnte eine Art unzerstörbarer, titanischer Naturen vor mir zu sehen, die nur spielweise so grimmig aufeinander losgingen und an welchen die Wunden, die sie einander schlugen, sich ohne Zweifel ebenso schnell und narbenlos wieder schließen würden, als die Luft, die durch ihre gewaltigen Streiche zerrissen wurde. Aber die Täuschung war von kurzer Dauer und als ich nach einem kaum viertelstündigen Kampf einen der Athleten, der kurz zuvor die Schönheit eines Paares oder Nirois mit der Stärke eines Milanion vereinigt darstellte und einer Bildsäule des Apollo selbst zum Modell hätte dienen können, für tot aus den Schranken hinaus tragen sah, so übel zugerichtet, dass keine Spur seiner vorigen Bildung in seinem zertrümmerten Gesicht und an seinem Ganzen zu einem unförmlichen Klumpen zusammengeschlagenen Leibe zu erkennen war, überwältigte mich der gräßliche Anblick dermaßen, dass ich mich nicht zurückhalten konnte, meinem Abscheu durch einen lauten Ausruf Luft zu machen, der zu meinem Glücke über dem Getümmel und Jubelgeschrei der Zuschauer von niemand als dem besagten Fremden gehört wurde. Ich entfernte mich unverzüglich von dem Schauplatz der grässlichen Szene und zog mich in die einsamsten Gänge des geheiligten Heinz zurück, der den Tempel des olympischen Jupiter umgibt. Nicht lange, so sah ich den Fremden mit dem Ziegenbart auf mich zukommen, von einem stattlichen Manne begleitet, der, wie ich in der Folge vernahm, eine ansehnliche Würde zu Elea bekleidet. Sie erlaubten mir, mich zu ihnen zu gesellen und an dem Gespräche, worin sie begriffen waren, teilzunehmen. Es betraf, wie natürlich die Spiele, von deren Anschauen beide, dem Ansehen nach, sehr gesättiget, zurückkamen. Mein Fremder machte sich kein Bedenken, aus Gelegenheit derselben ein strenges Urteil über die Weisheit seiner Landsleute zu fällen, wenn, sagte er, die Absicht dieses alle vier Jahre wiederkehrenden Nationalfestes ist, durch die Wettkämpfe, die man den Zuschauern zum Besten gibt und die dazu vorbereitenden Leibesübungen, die griechische Jugend zu tüchtigen Verteidigern des Vaterlandes zu bilden, so kann nichts zweckwidriger sein, als diese Spiele. Die Art der Waffen, womit der Krieg heutzutage geführt wird und die ganze Kriegskunst überhaupt, ist von dem, was in den Zeiten des Trojanischen Krieges üblich und nützlich war, so verschieden, dass dem Staate mit ganzen Heerscharen zu Olympia und Delphi gekrönter Läufer und Ringer wenig gedient wäre. Wenn sie noch schwer bewaffnet in die Wette liefen, möchte eine solche Fertigkeit allenfalls bei einem Eilmarsch oder plötzlichen Rückzug von einigem Nutzen sein, aber so leicht bekleidet, wie unsre schnellfüßigen Achillen sind, können sie, wo es ernst gilt, höchstens als Eilboten gebraucht werden oder möchten, wenn man sie auch nur bei den leichten Truppen anstellen wollte, der Versuchung selten widerstehen, in gefährlichen Fällen vor allen Dingen ihre eigene Person in Sicherheit zu bringen. Was im Kriege mit nackten Ringern anzufangen wäre, ist schwer zu sehen, und wofern auch die Faustkämpfer durch ihr gigantisches Ansehen und den rasch geschwungenen Cetus dem Feinde Schrecken einjagen könnten, so sind ihrer doch in der ganzen Hellas viel zu wenige, als dass man sich eine große Wirkung von ihrem Gebrauch versprechen dürfte. Und doch, wer es nur der geringe Nutzen, den das griechische Gemeinwesen von diesen Spielen zieht, so möchten sie immer ihrem vergötterten Stifter zu ehren, beibehalten werden. Aber der positive Schaden, den sie tun, scheint mir wichtig genug, um von den Vorstehern unserer Republiken ernstlich beherzigt zu werden. Nichts davon zu sagen, dass der leidenschaftliche und bis zur Tollheit getriebene Wetteifer unserer Jünglinge, wer die meisten, schönsten, behändesten, Rennpferde zu halten, vermöge, schon viele angesehene, wohlbegüterte Häuser zugrunde gerichtet hat. Was für Fortschritte in der Kultur kann man von einem Volke erwarten, das sich aus so wilden und lebensgefährlichen Leibesübungen ein Spiel macht, das die Wut, womit Gegenkämpfer, die sich zuvor nie gesehen, geschweige beleidigt haben, aufeinander losgehen, durch die Lebhaftigkeit seiner Teilnehmung noch mehr anfeuert und an einem so barbarischen Schauspiel, wie wir soeben sahen, die angenehmste Augenweide findet? Mit welcher Stirne können wir auf unsere wirklichen und vermeinten Vorzüge so stolzen Griechen alle übrigen Erde Bewohner Barbaren nennen, solange es eine unserer größten Glückseligkeiten ist, alle vier Jahre zusammenzukommen, um uns zu gemeinschaftlicher Belustigung in die Zeiten zurückzusetzen, da unsere eigenen Vorfahren wenig besser als rohe Waldmännchen Räuber und Abenteurer waren und an Humanität und Sittigkeit weit hinter den meisten asiatischen Völkern zurückstanden? Wie übel ziemt es uns, die an eine edlere Denkart und Geschmack am schönen und erhabenen Anspruch machen auf die Kunst, einander die Glieder zu verrenken oder uns mit geballten Fäusten so lange herumzuschlagen, bis den Kämpfern kaum noch eine Spur der menschlichen Gestalt übrig bleibt, einen so hohen Wert zu setzen und rohe Athleten ihre herkulischen Schultern und eisernen Knochen wegen mit Ehren Bezeugungen zu überschütten, welche die reinste und vollkommenste Tugend selbst nicht von uns erhalten kann. Ich gestehe unverhohlen, setzte mein Unbekannter mit einem Feuer hinzu, das ich seiner kalten Miene nicht zugetraut hatte. Diese Betrachtung hat mich gegen die allgemeine Freude der zahllosen Menge, die mich diesen Morgen umgab, unempfindlich gemacht und bei Schauspielen, die so laut gegen das sittliche Gefühl und die Humanität meiner Landesleute zeugen, sogar mit Unmut und Traurigkeit erfüllt. Du bist ein Philosoph, wie ich sehe, sagte der Mann von Elea mit einem Lächeln, dessen leisen Spott er durch den sanften Ton seiner Worte mildern zu wollen schien. Wenn ich es auch wäre, versetzte jener, die Wahrheit dessen, was ich gesagt habe, würde dadurch weder gewinnen noch verlieren. Du magst in der Hauptsache Recht haben, erwiderte der andere. Wir Elea sehen die Sache freilich von einer gefälligern Seite, denn wir machen kein Geheimnis daraus, dass wir den Wohlstand unserer Republik, dem Institut, gegen welches du dich so streng erklärst, größtenteils zu danken haben. Du hast gesehen, was für eine glänzende Panegyres aus allen griechischen und benachbarten Ländern durch diese Spiele nach Pisa gezogen wird. Glaubst du, dass Gedränge von unzählbaren Menschen aus allen Ständen und Klassen würde ebenso groß sein, wenn an die Stelle dieser Kampfspiele ein Wettstreit um den Vorzug an Weisheit und Tugend angeordnet und die Kronen, die wir jetzt den besten Rennern, Ringern und Pankratiasten zu erkennen, denen aufgesetzt wurden, die sich etwa durch die schönste Handlung der Menschlichkeit, Großmut und Selbstüberwindung ausgezeichnet hätten? Desto schlimmer, sagte mein Unbekannter, das ist es eben, was ich beklage, solange dieses den Eleon auf Kosten der übrigen Griechen so vorteilhafte Institut dauern wird, sehe ich nicht, wie eine richtigere Schätzung des Wertes der Menschen unter uns Platz greifen und der Vorzug der geistigen und sittlichen Vollkommenheiten vor den körperlichen und mechanischen allgemeiner gefühlt und anerkannt werden könnte. Lass uns die Welt nehmen, wie sie ist, erwiderte der Elea, denn sie ist doch wohl, wie sie sein kann. Weisheit und Tugend belohnen sich selbst so reichlich, dass sie des Beifalls der Menge und der Kronen, die zu Olympia ausgeteilt werden, leicht entbehren. Wer weiß, ob sie durch eine so öffentliche und geräuschvolle Auszeichnung nicht an enorm Werte verlieren würden. Wenigstens zweifle ich sehr, dass die stillen unscheinbaren Tugenden, welche gewöhnlich die reinsten sind, sich gern aus ihrer Verborgenheit herausziehen und einer so großen und vermischten Menge zur Schau ausstellen lassen würden. Übrigens scheint mir die lebhafte Teilnehmung, womit unsere panegyrischen Spiele angesehen werden, so wenig gegen das sittliche Gefühl unserer Nation zu beweisen, dass ich mir eher das Gegenteil zu behaupten getraue. Die Kampfspiele zu Olympia, Delphi, Nemea und Korinth haben eben darum ein so lebhaftes und eigenes Interesse für unsere Nation, weil sie uns gleichsam durch den Augenschein sowie durch die Siegesgesänge Pindas und seiner Nacheiferer in die fabelhaften Zeiten jener Heroen versetzen, deren Andenken uns aus so vielen Ursachen heilig ist, die unsere meisten Städte gegründet haben und von welchen unsere edelsten Geschlechter ihren Ursprung herleiten. Aber auch ohne diese Beziehung haben wir noch Ursache genug, sie als eines unserer schönsten und wohltätigsten Nationalinstitute anzusehen. Kein anderes vereiniget eine so große Menge Griechen aus allen Städten und Landschaften der ganzen Hellas an einem Orte zu gemeinschaftlichen Feierlichkeiten, Opfern, Gastmählern und Ergötzungen. Während ihrer Feier hören alle Feindseligkeiten auf, in welche die uralte Antipathie der Doria und Ionier nur zu oft ausbricht. Wir vergessen in diesen halcyonischen Tagen aller Beleidigungen, aller Eifersucht und Rache, um uns bloß unsers gemeinsamen Ursprungs zu erinnern und die Bande von Neuem zusammen zu ziehen, womit gemeinschaftliche Götter und Tempel, eine gemeinschaftliche Sprache und das große Interesse, unsere Unabhängigkeit gegen auswärtige Mächte zu behaupten, die in so viele Stämme und Zweige verbreitete Nachkommenschaft, Deucalions zu einem einzigen Volke verbunden haben, das durch seine Kultur das Erste in der Welt ist und durch Eintracht unüberwindlich und unvergänglich dem ganzen Erdboden Gesetze geben würde. Ich verschone dich, lieber Demokles, mit einer Menge anderer schöner Sprüche, welche der begeisterte Elea mit einem großen Erguss von Redseligkeit hervorströmte, um dem Kopf schüttelnden Philosophen eine höhere Meinung von den Olympischen Spielen abzunötigen. Es versteht sich, dass jeder auf seiner eigenen Beharrte, so wie ohne Zweifel diese Spiele selbst, allen Veränderungen der Zeiten und allen Einsprüchen der Philosophie zum Trotz ihre ursprüngliche Form und Einrichtung, solange Jupiter im Besitze seines Tempels zu Olympia bleibt, behalten werden, wie leicht es auch wäre, ihnen eine gemeinnützlichere und einem gebildeten Volk anständigere zu geben. Wir kamen indessen, da der Elea ein sehr höflicher Mann war, noch ganz friedlich auseinander, denn die Höflichkeit hat dies eigene, dass sie es dem Anderen unvermerkt unmöglich macht, so grob zu sein, als er wohl Lust hätte. Doch muss ich es auch meinem boxbärtigen Freunde nachrühmen, dass er sich beim Abschied mit mehr Urbanität betrug, als ich von seiner Freimütigkeit erwartet hatte. Dieser Umstand und seine Mundart bestärkten mich in der Vermutung, dass er ein Athener sei, und so fand sich's auch bei näherer Erkundigung. Man sagte mir, er nenne sich Antisthenes und sei einer der vertrautesten Freunde des berühmten Sokrates Sofroniskus Sohn, den der Delphische Gott oder, wenn du lieber willst, der eifrigste seiner Anhänger Scherephon durch den gelehrigen Mund der Pythia für den weisesten aller Menschen erklärt haben soll. Da mein Verlangen diesen merkwürdigen Mann persönlich zu kennen und durch seinen Umgang womöglich selbst ein wenig weise zu werden, einer der ersten Zwecke meiner freiwilligen Verbannung aus dem schönen und wollüstigen Syrene war, so kannst du leicht urteilen, dass ich mich auf diese Nachricht umso eifriger um die Gunst einer Person bewarb, die mir zu Beförderung meiner Absicht gute Dienste tun konnte. Ohne mir diese Bewerbung durch ein zuvorkommendes Wesen zu erleichtern, schien er doch ebenso wenig gesonnen, sie gänzlich abzuweisen. Von Sokrates sprach er mit seiner gewöhnlichen Kälte als von einem Manne, mit dem er seit vielen Jahren täglich umgegangen und den er als seinen ersten, wo nicht einzigen Freund betrachte. Wenn ich einen bessern als er gekannt hätte, sagte er, würde ich mich zu diesem gehalten haben, aber ich kenne keinen bessern und insofern diese Benennung einem Menschen zukommen kann, keinen weisern Mann als Sokrates. Er hat Eigenheiten, die man ihm lassen muss und die, weil sie ihm wohl anstehen, darum nicht einen jeden kleiden würden. Aber wenige Menschen sind so gut, dass sie nicht noch besser werden könnten, wofern sie ihn immer und in allen Verhältnissen und Vorfällen des Lebens zum Muster nehmen. Da ich von Antisthenes vernahm, dass er geraden Weges nach Athen zurückzukehren gedenke, bat ich ihn um Erlaubnis ihn begleiten zu dürfen und äußerte den Wunsch, dass er mich bei Sokrates einführen möchte. Ein guter Reisegefährte ist der halbe Weg, sagte er. Ich nehme dein Anerbieten willig an, aber bei Sokrates bedarfst du keines Einführers. Er liebt junge Leute deiner Art und du wirst den alten Glatzkopf gewöhnlich von einigen unserer schönsten Jünglinge umgeben finden. Seine Absicht ist ihm mit Xenophon, Kretobulus, Plato und einigen anderen so gut gelungen, dass ein Alcibiades und Critias, die ihm verunglückten, ihn nicht abschrecken konnten, es immer wieder mit anderen zu versuchen. Ein Jüngling guter Art bedarf bei ihm weder einer Empfehlung noch einer besonderen Aufmerksamkeit, sich ihm angenehm zu machen. Es wird also bloß auf dich selbst ankommen, wie viel oder wenig du dir seinen Umgang zunutze machen willst. Die Sonne strahlt gleich warm auf ein Stück Gold und auf ein Stück Blei, nur fasst das eine mehr Wärme und behält sie länger als das andere. Wir werden unsere Reise über Orchomenos, Korinth, Megara und Eleusis machen, weil Antisthenes zu seinem ehrwürdigen alten Freund zurück eilt, welchen er in der trübseligen und verzweifelten Lage, worin seine Vaterstadt sich seit einiger Zeit befindet, nicht länger verlassen will. Denn es sind schon mehr als acht Monate verstrichen, seit er von Athen abgegangen ist, um die Angelegenheiten eines zu Megalopolis verstorbenen Anverwandten zum Besten seiner Hinterlassenen in Ordnung zu bringen. Die Nachrichten von den abwechselnden Erfolgen der seit einigen Jahren zwischen den beiden Hauptstädten Griechenlands wieder ausgebrochenen Befehlungen kommen gewöhnlich so spät zu euch, dass du vielleicht erst aus diesem Briefe, dessen Abgang noch sehr ungewiss ist, erfährst, dass der spartanische Feldherr Lysander nach einem bei Eigos Potamos am Eingang des Hellespons erhaltenen entscheidenden Siege die stolze Minervenstadt selbst eingeschlossen und durch Hunger und Verzweiflung endlich gezwungen hat, sich auf Bedingungen, denen ihre Väter den Tod in jeder Gestalt vorgezogen haben wurden, von dem schrecklichen Schicksal, welches sie vor eilf Jahren über die unglücklichen Melia verhängt hatten, loszukaufen. Die übermütige Beherrscherin der Meere ist nun auf zwölf Schiffe, die ihr noch erlaubt sind, herabgebracht. Die Stadt und die Vorstadt Piraeum mit ihrem Hafen sind des herrlichsten Denkmals der Siege des großen Themistokles ihrer prächtigen Mauern beraubt. Die Spartaner haben eine Besatzung in der Akropolis und eine von Lysandern beschützte, neu errichtete Regierung von dreißig unter seinen Winken willkürlich herrschenden Gewalthabern macht das Elend der Beklagenswürdigen ihre eigene Torheit zu teuer büßenden Athener vollständig. Dies sind die neuesten Nachrichten, die uns aus jenen Gegenden zugekommen sind. Was sagst du, Demokles, zu einer so unerwarteten Katastrophe? Du wirst mich vielleicht unklug und verwegen nennen, dass ich mich gerade in einem so verwirrten und gefährlichen Zeitpunkt nach Athen wage. Aber ich kann dem Verlangen nicht länger Einhalt tun, diesen Sokrates, von dem ich schon in Syrene so viel Wunderbares hörte und jetzt von Leuten, die ihn sehr gut zu kennen glauben oder vorgeben, die seltsamsten und widersprechendsten Dinge höre, durch mich selbst kennenzulernen. Auf alle Fälle sind meine Einrichtungen so getroffen, dass ich mich vielmehr in den Kredit eines vorsichtigen und besonnenen Mannes bei dir zu setzen hoffe. Ich habe meine cyrenische Kleidung bereits mit einem äußerst einfachen Kostume im Geschmack meines neuen Freundes Antisthenes vertauscht. Meine Barschaft bleibt in Korinth niedergelegt und ich werde nur gerade so viel Geld nach Athen tragen als ein Mensch der täglich drei bis vier Obolen zu verzehren hat in sechs Monaten nötig haben mag. Du solltest mich wirklich in meinem neuen sokratischen Schülermantel sehen. Er ist zwar etwas grob von Wolle und reicht nicht sehr weit unter die Knie, aber Antisthenes versichert mich, dass er mir trefflich stehe. In diesem Aufzuge werde ich wahrscheinlich zu Athen nicht so viel Eindruck machen, dass die dreißig sich viel um mich bekümmern werden. Aristip von Christoph Martin Wieland Erster Band 5 An Kleonidas Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Wie sehenswürdig auch die weltberühmten Olympischen Spiele sind, so zweifle ich doch nicht, dass die Einbildungskraft eines Dichters mit bloßer Hilfe des Hippodroms und der Gymnasien und Fechtschulen in Syrene sich eine noch größere und den alten Heldenzeiten angemessnere Vorstellung von ihnen machen könnte, als diejenige ist, die wir andern gewöhnlichen Menschen mittelst unserer Leibesaugen erhalten haben. Aber den Jupiter des Phidias muss man sehen, Freund Kleonidas, wenn man sich einen Begriff von ihm machen will. Also komm und sieh und bete an. Nach diesem Eingang erwartest du natürlicher Weise keine Beschreibung von mir, die am Ende doch nur auf ein Verzeichnis der unzähligen einzelnen Stücke und Teile hinaus laufen würde, aus welchen dieses über allen Ausdruck große und reiche Kunstwerk, dem kein anderes in der Welt vergleichbar ist, mit hohem Sinne zusammengesetzt, wie eine himmlische Erscheinung vor unseren Augen dasteht. Jeder dieser Teile ist für sich selbst betrachtet, schön, groß gedacht, mit reiner sicherer Bestimmtheit der Verhältnisse und Formen ausgeführt und so zierlich vollendet, dass dem Liebhaber der Kunst nichts zu wünschen, dem Kenner wenig oder nichts zu erinnern übrig bleibt. Aber alle diese besonderen Schönheiten verlieren sich oder vereinigen sich vielmehr in dem Haupteindruck, den das herrliche Ganze, Jupiter auf seinem Thron, von seinem ganzen Göttergeschlecht umgeben, auf die Seele des Anschauers macht, indem er sich beim ersten Anblick von einem wunderbaren Schauder ergriffen fühlt, den der große und glaubige Haufe für ein unmittelbares Zeichen der Gegenwart des Gottes hält. Dir, mein Freund, brauche ich nicht zu sagen, dass weder dumpfes Anstaunen noch Überfluss an Glauben unter die Gebrechen meiner Natur gehören. Ich betrat den Tempel mit der kaltblütigsten Gewißheit, einen Gott von Elfenbein und Gold von der Hand eines großen Bildners zu sehen und konnte mich doch des besagten Schauders so wenig erwehren als ein anderer. Mit Blitzes Schnelligkeit vermengte sich der homerische Nephele Greta Zeus mit dem huldreichen Phidiasischen Göttervater und ich wähnte einen Augenblick den König des Himmels wirklich auf seinem Throne zu sehen wie er der flehenden Thetis die Gewährung ihrer Bitte zunickt und das Winken der schwarzen Augenbrauen die ambrosischen Locken auf seinem unsterblichen Haupte schüttelnd den ganzen Olympus erbeben macht. Du wirst mir indessen gerne zutrauen dass ich bei dieser schnell vorübergehenden Verzückung noch Besonnenheit genug behielt dem Grunde des Zaubers nachzuforschen wodurch dieses göttliche Machwerk eines sterblichen Meisters auf alle die es erblicken ohne Ausnahme eben dieselbe Wirkung tut glücklicherweise brauchte ich nicht tief zu graben denn er fällt so stark in die Augen dass die meisten denen ich mein Rätsel aufzuraten gab eher auf alles andere als das wahre Riten Ich gebe willig zu dass der erhabene Charakter womit der Künstler diese Göttergestalt und alles was sie umgibt zu bekleiden gewusst hat sehr viel dabei tut aber weder in ihm allein noch in der majestätischen Form des dicht gelockten Hauptes noch in der unerschütterlichen Festigkeit und Kraft der ruhig ernsten Weisheit und der von aller menschlichen Schwäche gereinigten Huld und Gnade die wie man sagt in den Formen und dem Blicke des Angesichts unnachahmlich ausgedruckt sind kann der besagte Zauber liegen oder wenn Phidias diese nämliche Gestalt mit allen diesen Vollkommenheit die man an ihr bewundert nach verjüngtem Maßstabe nur zehn oder zwölf Zoll hoch ausgearbeitet hätte müsste das kleine Bild eben dieselbe Wirkung tun welches denke ich niemand behaupten wird und was ist denn die wahre Ursache warum uns der Olympische Jupiter so gewaltig ergreift es ist mit Erlaubnis zu sagen nicht mehr und nicht weniger als warum uns ein Elefant mehr Respekt gebietet als ein Stier seine kolossalische oder vielmehr titanische Statur denn bekanntermaßen war die ganze Familie des Uraners und der Gea von welchen Jupiter wie alle übrigen Titanen abstammte ein riesengeschlecht von der ersten Größe alle Majestät die der erhabene Künstler dem Angesicht des Gottes zu geben vermochte würde an einem Bilde von sechs oder sieben Fuß schwerlich viel mehr gewesen sein als sein Minos oder Agamemnon hätte tragen können ohne darunter einzusinken an einem Pygmäen Könige würde diese Majestät in unseren nicht in der Pygmäen Augen sogar etwas zum Lächeln Reizendes haben aber an einem Jupiter von sechsundzwanzig Ellen erregt sie in uns Pygmäen das Gefühl des Übermenschlichen und Göttlichen Ich hörte einen ehrwürdigen Pythagoräer den ich eines Tages im Tempel antraf sagen er halte sich überzeugt dass Phidias der Religion einen größern Dienst erwiesen habe als alle Priester Hierophanten Dichter und Philosophen der ganzen Welt zusammengenommen nicht zu tun vermocht hätten Der Mensch sagte er ist nun einmal er wolle oder wolle nicht durch seine Natur genötigt sich die Gottheit unter einer menschlichen Gestalt vorzubilden Was Homer und seine Nachfolger leisten konnten erregt nur schwankende unbestimmte Phantomen Die Kunst des Bildners muss ihnen zu Hilfe kommen und die Einbildungskraft auf einer bestimmten Gestalt festhalten Große Menschen waren das Höchste was die Vorgänger und Zeitgenossen des Fidias in dieser Art zuwege brachten Er allein hat uns den König der Götter dargestellt Wer den Olympischen Jupiter gesehen hat trägt einen Eindruck in seiner Seele davon dem keine Zeit etwas anhaben kann Die priesterliche Miene und der prächtige Bad des Pythagoräus der selbst das Ansehen eines Göttersohns hatte hielt mich zurück etwas das mir gegen seine Behauptung auf die Zunge kam laut werden zu lassen zumal da ich das wahre in derselben an mir selbst erfuhr denn wie richtig es auch sein mag dass klein und groß für Eigenschaften gewisser Dinge genommen nur täuschende Begriffe sind so gestehe ich doch ohne Bedenken dass ich mich so gern von ihnen hinter gehen lasse als irgendeiner von den zehn Tagen die ich zu Olympia verweilte ging keiner vorbei ohne dass ich den Jupiterstempel zweimal wenigstens besucht hätte und ich schwöre dir beim goldenen Bate des Gottes dass ich das Bild das sich durch dies so oft wiederholte anschauen meiner Fantasie eingesenkt hat nicht um die ganze Cyrenaica missen wollte mehrere Leute haben mit einer bedenklichen Miene angemerkt der olympische Jupiter könnte nicht von seinem Thron aufstehen ohne das Dach des Tempels einzustoßen ganz gewiss machte Phidias diese scharfsinnige Bemerkung auch und tröstete sich und den Baumeister damit dass sein Jupiter wahrscheinlich wohl immer sitzen bleiben werde nicht wenige habe ich beklagen gehört dass ein prächtig gearbeitetes Brustgeländer nicht erlaube so nahe zum Thron hinzukommen als man wohl wünschen möchte auch dies ist ein Streich den der lose Phidias den Leuten gespielt hat er machte es ihnen dadurch unmöglich so nahe hinzuzutreten dass sie anstatt den Götterkönig auf seinem Thron zu sehen nur einen Haufen geschnittenes Elfenbein und gegossenes Gold zu sehen bekommen hätten denn damit das Ganze seine gehörige Wirkung tue muss es aus einem gewissen Standpunkt betrachtet werden vielleicht wollte auch der kluge Künstler nicht dass eine Menge Nebendinge und Verzierungen von allerlei farbichten Edelsteinen Ebenholz Perlenmutter und dergleichen auf deren geschickte Zusammensetzung er zu Verstärkung des Haupteffektes gerechnet hatte zum Nachteil desselben stückweise und in der Nähe besehen werden könnten denn bei einem Kunstwerke wo am Ende doch alles auf eine gewisse Magie und also auf Täuschung hinausläuft muss man die Zuschauer nicht gar zu nahe kommen und zu gelehrt werden lassen indem ich überlese was ich dir von dem größten und schönsten aller Menschenwerke geschrieben habe dünkt mich ich habe nichts gesagt aber wenn ich einen Stachel in dein Gemüte geworfen habe der dir keine Ruhe lässt bis du selbst kommst und siehst so hab ich genug getan denn das ist alles was ich wollte Ende von 5 noch 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 Ort wo ich lieber leben möchte als zu Athen und meinem Geschmack nach hat die Stadt durch das Abtragen ihrer Mauern mehr gewonnen als verloren ob sie vor dieser den Athenern so schmerzlichen Demütigung wirklich wie sie sich schmeichelten die schönste Stadt in der Welt war ließe sich vielleicht noch fragen aber dass sie jetzt das größte schönste prächtigste und volkreichste Dorf in allen drei Welt teilen ist wird niemand zu leugnen begehren auch ohne Mauern bleibt sie immer der erste Tempel der Musen der Sitz des Geschmacks und die Werkstatt aller das Leben unterstützenden und verschönernden Künste mit einem Wort alles wozu Perikles sie machte dessen Andenken aber wie ich sehe bei diesen leicht sinnigen und undankbaren Republikanern schon lange vergessen ist kannst du glauben dass sie es sogar ungern hören wenn ein Fremder mit Ehrerbietung von diesem großen Manne spricht oder ihm die herrlichen Gebäude und Kunstwerke womit er die Stadt und die Akropolis geziert hat zum Verdienst anrechnet im Athenischen Styl zu reden hat das Volk alles getan ja sie sprechen nicht anders davon als ob das alles so hätte sein müssen und mit ihnen zugleich aus dem attischen Boden hervorgewachsen wäre selbst die Namen eines Miltiades themistokles aristides simon der männer denen griechenland zu danken hat dass es nicht zu einer persischen satrapie zusammen schrumpfte werden selten oder nie gehört aber dafür sind die Männer von Marathon und Salamin immer auf ihren Lippen und der erste Schuster oder Kleiderwalker dem du begegnest ist so stolz darauf der Enkel eines Mannes von Marathon zu sein als ob er selbst dadurch zu einem Manne von Marathon würde und schwatzt mit der unbeschreiblichsten Geläufigkeit der Zunge stundenlang von den Großtaten seiner Vorfahrer ohne das mindeste Bewusstsein wie viele Ursache diese hätten sich ihrer ausgearteten Nachkommenschaft zu schämen in der Tat kannst du dir nichts komischeres vorstellen als den namenlosen Schmerz womit sie von dem Verlust ihrer Mauern sprechen wenn du zugleich bedenkst dass es bloß auf sie ankam durch einen den Spartanern zu rechter Zeit entgegengesetzten kräftigen Widerstand ihre so zärtlich geliebten Mauern zu erhalten Ach dass wir leben mussten den athenischen Namen so geschändet zu sehen rufen sie mit einem langen kläglichen seufzer aus und es kommt ihnen alles andere eher in den Sinn als sich selbst die Schuld beizumessen oder zu bedenken dass sie ja so gut wie die dreihundert Spartaner bei Thermopylae mit den Waffen in der Hand sterben konnten wenn sie eine solche Schmach nicht erleben wollten und dass dies in der Tat die einzige Entschließung war die den Söhnen der Männer von Marathon geziemte doch für jetzt nichts weiter von diesen der Geißel ihres Aristophanes so würdigen Kischenähern weil ich dir nicht bald genug von dem Manne sprechen kann um dessen Willen ich hauptsächlich hierher gekommen bin und der dadurch dass auch er ein geborener Athena ist für alle anderen Schonung und beinahe Achtung fordert du zweifelst nicht dass eine meiner ersten Sorgen war mich von Antisthenes bei seinem ehrwürdigen Freund einführen zu lassen es wäre schwer dir den Eindruck zu beschreiben womit mich der erste Anblick dieses außerordentlichen Mannes überraschte meine Einbildungskraft welcher ich überhaupt wenig gehör zu geben pflege weil sie mich fast immer irre führt hatte sich ohne Zutun meines Willens eine Vorstellung gemacht wie jemand aussehen müsse um Sokrates zu sein und nun fand sich dass diese Vorstellung unter allen Sterblichen keinem weniger anpasste als dem wirklichen Sokrates Ich stand einen Augenblick etwas betroffen da war aber kaum eine halbe Stunde bei ihm gewesen als ich nicht nur mit dem Unerwarteten in seiner Gesichtsbildung völlig ausgesöhnt war sondern mir sogar schon in den Kopf gesetzt hatte dass er so aussehen müsse und dass kein anderes äußerliches geschickter gewesen wäre seinen inneren Charakter schneller anzukündigen und stärker auszusprechen als gerade dieses Denke dir einen korpulenten breitschultrigen alten Mann mit einem Biss an die Seitenhaare kahlen Silenenkopf und dem rüstigen Ansehen eines echten Abkömmlings der Sieger bei Marathon und Salamin und er miss nun selbst welch einen Kontrast eine solche Figur mit der Erwartung eines jungen Menschen machte der sich nach einem ziemlich allgemeinen Vorurteil einen wegen seiner Weisheit und Geistesgröße berühmten Mann nicht anders als mit dem Kopf eines Pythagoras oder Solon denken konnte aber der viel umfassende Verstand der in dieser hohen und Breiten über den buschigen Augen brauen sich weit hervor wölbenden Stirne wohnt der Geist der aus diesen stieren Augen blitzt und dir mit jedem Blick bis auf den Grund deines Innern zu sehen scheint der entschiedene Ausdruck eines festen männlichen keiner Furcht noch Schwäche fähigen Charakters einer unwandelbaren Heiterkeit und Gleichmütigkeit und einer biedern allen Menschen wohl wollenden Seele dieser Ausdruck der seinem ganzen Gesicht scharf und tief aufgeprägt ist macht in wenig Augenblicken den ersten widrigen Eindruck Schwinden Du fühlst dich immer stärker und stärker von ihm angezogen Ein unerklärbarer Zauber hält dich in seinem Kreise fest und du wünschest dich in deinem ganzen Leben nie wieder von ihm entfernen zu dürfen Wundere dich nicht lieber dass ich mich so lange bei der Physiognomie des Sokrates verweile denn ich habe mir in den fünf bis sechs Wochen seit ich mit ihm lebe ein ganz eigenes Studium aus ihr gemacht und ich bin gewiss dass sie einen wesentlichen Anteil an der außerordentlichen Gewalt und Überlegenheit hat die dieser Mann der seinem Aufzug und seinen Glücks Umständen nach in ganz Athen wenige unter sich sieht über alle Menschen die sich ihm nähern zu behaupten weiß ich habe ihn während dieser Zeit da ich selten von seiner Seite komme nicht einen Augenblick anders als heiter und freundlich gesehen aber Antisthenes versichert mich dass ich nichts fürchterliches denken lasse als das drohende Gesicht womit er in einem Handgemenge vor den Mauern von Potidea einen feindlichen Trupp der sich des Verwundeten als Ibiades bemächtigen wollte zurück gescheucht habe und ich begreife vollkommen dass er sobald er will krimmig genug aussehen kann um einem Löwen Angst einzujagen ohne Zweifel ist gerade dies die Ursache warum der Ausdruck von Wohlmeinung und Güte eine so große Wirkung in seinem Gesicht tut weil die natürliche Schönheit der Züge so wenig dazu beiträgt und man also umso gewisser sein kann dass es der Abdruck wahrer Gesinnungen ist und unmittelbar aus dem Herzen kommt das nämliche gilt in seiner Art von dem ziemlich nah an hohen grenzenden Spotte der in den aufgestülpten Nüstern seiner Delfinen Nase lauert aber durch die gewöhnliche heitere Freundlichkeit seiner Augen und das gutherzige Lächeln seines dicklippigen Mundes so sonderbar gemildert wird dass er aufhört Spott zu sein oder dass nur gerade so viel davon übrig bleibt um seiner Art zu scherzen und der ihm eigenen Ironie etwas säuerlich Süßes zu geben das unendlich angenehm ist aber sich weder beschreiben noch nachmachen lässt kurz ich bin gewiss diese sonderbare Mischung von Weisheit und Einfalt von Ernst und Mut Willen von Gleichmütigkeit und genialischer Laune Stolz und Bescheidenheit Treuherzigkeit und Kaustizität die das eigentümliche seines Charakters ausmacht und wodurch er mit einem Wort Sokrates ist könnte gar nicht stattfinden wenn ihm die Natur eine regelmäßige Gesichtsbildung gegeben hätte und gerade diese die er hat sei diejenige welche der in ihm wohnende Genius sich besser als eine andere anpassen konnte Ich wurde von ihm mit seiner gewohnten Humanität aufgenommen doch richtete er anfangs die Rede selten an mich ließ nur zuweilen einen ziemlich scharfen Blick auf mich fallen und setzte übrigens das Gespräch fort worin er da ich ihm vorgestellt wurde mit seinen meistens noch jungen Freunden begriffen war aber als ich es für Zeit hielt mich wieder weg zu begeben nahm er mich bei der Hand und sagte ich höre du gedenkst dich einige Zeit zu Athen aufzuhalten um zu sehen zu hören und zu lernen was bei uns sehens hörens und lernens wert ist du wirst dessen von aller Art manches finden des Gegenteils vielleicht noch mehr um desto weniger getäuscht zu werden tut ein Fremder bei uns wohl wenn er sein Urteil zurückhält und etwas misstrauisch gegen die ersten Eindrücke ist gefällt es dir in meiner Gesellschaft so stets bei dir so oft um mich zu sein als andere deines Alters die mir ihr Zutrauen geschenkt haben und durch meinen Umgang besser zu werden glauben ich weiß wenig wie wohl ich einen Teil meines Lebens mit forschen zubrachte wo ich nicht weiter kann behelfe ich mich mit dem was mir das wahrscheinlichste dünkt denn immer in Zweifeln schweben ist für einen besonnenen Menschen ein unerträglicher Zustand indessen reiche ich mit dem wenigen worüber ich gewiss bin ziemlich aus und halte mich desto fester daran meine Freunde haben ein Recht an alles wodurch ich ihnen nützlich werden kann ich lasse mich gerne fragen frage aber auch gern wieder und habe es aus langer Erfahrung dass dies die kürzeste und sicherste Art ist einander auf die Spur der Wahrheit zu helfen ich bat ihn mich als einen Jüngling zu betrachten der das schöne und gute liebe und in beiden das wahre und vornehmlich das Band das beide zusammenschlinge durch ihn kennenzulernen hoffte er schien mit dem was ich ihm sagte nicht unzufrieden und ich denke so muss einem Liebhaber der von seiner Geliebten scheiden muss zumute sein wie mirs war da ich mich von diesem zauberischen alten Mann entfernte ich habe mir so nah als möglich an dem Häuschen des Sokrates eine kleine Wohnung bei einem ehrsamen Bürger gemietet der einer von den fünf bis sechstausend Richtern dieser prozessreichen Republik ist und da er wenig Vermögen hat und nach hiesiger Bürgersitte zu vornehmen ist ein Handwerk zu treiben ohne sein tägliches Triobolon mit seiner zahlreichen Familie sehr kümmerlich leben müsste da vielleicht zwei drittel der attischen Bürger sich in dem nämlichen Falle befinden so erklärt sich daraus warum du in dieser Republik worin das Volk der Gesetzgeber ist unter drei bis vier Bürgern immer unfehlbar einen Richter nämlich ein Mitglied der zehn großen Gerichtshöfe dieser wundervollen Republik findest und warum alles darauf angelegt ist das Prozess Fieber womit die Athener Samt und Sonders den Sokrates und etliche seiner Freunde ausgenommen behaftet sind zu nähren und unheilbar zu machen das Leben eines attischen Bürgers ist ein immerwährender Rechtsstreit und die Festtage abgerechnet vergeht kein Tag im ganzen Jahr dass er nicht entweder als Richter oder als Partei oder als Anwalt oder als Zeuge mit einem Rechtshandel beschäftigt ist wer diesem Übel abhelfen wollte würde dem größten Teil der Athener ihr tägliches Brot entziehen vermutlich ist dies auch die wahre Ursache warum eine unbeschreibliche Geläufigkeit der Zunge sie sie nennen Stomülie und eine gewisse angeborene Wohlredenheit und Begierde sich selbst reden zu hören ein so allgemeiner Charakterzug dieses über allen Begriff lebhaften Volkes ist du wirst dich wie ich sehe schon daran gewöhnen müssen lieber Kleonidas dass ich nicht lange in meinem Wege fortgehen kann ohne bald auf diesen bald auf jenen Gegenstand zu stoßen der mich zu einer kleinern oder größern Abschweifung verleitet insofern ich dir nur keine Langeweile mache wird es dir übrigens gleich viel sein was für einen Weg ich dich führe da meine Briefe bloße Spaziergänge für dich sind ich denke meinem Vorsatz eine Zeit lang auf dem sokratischen Fuß das ist ein wenig armselig zu leben wie wohl mich der letzte Brief meines Vaters auf einmal um 500 Minen reicher gemacht hat so lange getreu zu bleiben als ich es aushalten kann bis hierher geht es noch gut in der Tat für einen Kosmopoliten ist nichts notwendiger als auf alle Fälle mit zwei bis drei Theobolen des Tages auskommen zu können wie wohl es zu müssen vielleicht nie mein Fall sein wird ich sehe und höre den Sokrates alle Tage und habe außer seinen Freunden oder eigentlichen Anhängern noch wenig Bekanntschaften gemacht doch soll doch soll auch dies mit der Zeit anders werden für jetzt ist mein Hauptzweck den merkwürdigsten aller Menschen so lange zu beobachten und zu studieren bis ich ihn ganz zu kennen und zu verstehen glaube ein einziges Mal habe ich in dieser Zeit mit Sokrates einem großen Gastmahl bei einem athenischen Kalokagathos von der ersten Klasse beigewohnt wo einem Cyrener die Mischung von Üppigkeit und Pracht mit Übel verhehlter Armut und Knauserei nicht anders als auffallend sein musste reich scheinen zu wollen sowie überhaupt mehr zu scheinen als sie sind ist eines der charakteristischen Erbübel der Cekropiden dafür daß niemand mehr reich sei haben die Spartaner gesorgt und es wird eine Reihe von Jahren dazu gehören bis athen sich von den Folgen ihres misslungenen Anschlags auf Sizilien und des so unglücklich für sie ausgefallenen peloponesischen Verheerungskrieges erholt haben wird Sokrates galt ehemals für einen sehr angenehmen Tischgesellschafter und viele der vornehmsten Athener wurden ein festliches Gastmahl für unvollständig gehalten haben wenn Sokrates dabei gefehlt hätte jetzt pflegt er eine solche Einladung nur selten anzunehmen ziemlich oft hingegen geschieht es dass seine Freunde abends in seinem Hause speisen indem jeder sein Gericht hinschickt eine in Athen gewöhnliche und meines Erachtens sehr nachahmungswürdige Art den Abend in auserlesener Gesellschaft ohne Belästigung des Hauswirts zuzubringen vorausgesetzt dass das höchste was eine Schüssel kosten darf durch gemeinschaftliche Abrede nach einem sehr frugalen Maßstabe bestimmt sei diese kleinen freundschaftlichen Symposien sind durch die genialische Art wie Sokrates Ernst und Scherz bald abzuwechseln bald ineinander zu schmelzen weiß für mich wenigstens die unterhaltendste und sogar die lehrreichste Zeit die ich in seiner Gesellschaft zubringe Ende von 6 Aristip von Christoph Martin Wieland erster Band 7 an eben denselben diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz ich finde je länger je mehr wie falsch der Begriff ist den man sich im Auslande von Sokrates macht indem man ihn für einen Philosophen oder Sophisten von Profession und das Haupt einer eigenen Schule hält er ist wie wohl er vielerlei Kenntnisse besitzt kein eigentlicher Gelehrter und ob er gleich ein sehr weiser und kluger Mann ist weder das was man einen Philosophen noch was man einen Staatsmann zu nennen pflegt oder richtiger zu reden seine Weisheit und Klugheit war es eben was ihn abhielt sich aus dem einen oder dem anderen dieser Qualitäten eine Lebensart zu machen er ist ein zu edler und guter Mensch um ein bloßer Bürger von Athen und gleichwohl zu sehr Bürger von Athen um ein echter Weltbürger zu sein man erstaunt bei einem Manne der wenn man ein paar Feldzüge ausnimmt nie aus Athen gekommen ist einen solchen Umfang von Welt und Menschen Kenntnis einen so hellen von Vorurteilen und Wahn Begriffen so gereinigten Verstand und einen so feinen Sinn für die rechte Art mit allen Gattungen von Menschen umzugehen zu finden und doch deucht mich wenn ich dies ohne Schein eines törichten dünkels dünkels gestehen darf ich sehe zuweilen eine gewisse beschränktheit in seiner Vorstellungsart die mir bloß daher zu kommen scheint dass er sich unvermerkt angewöhnt hat Athen den Mittelpunkt seiner eigenen Tätigkeit für den Mittelpunkt der Welt und was außer Athen ist keiner sonderlichen Aufmerksamkeit wert zu halten ob ich mich hierin irre darüber werde ich vielleicht in der Folge Gelegenheit finden dich selbst zum Richter zu machen um mir beim Erforschen dieses in seiner Art so ganz einzigen Mannes viele Zeit und manchen Fehlschluss zu ersparen habe ich mir Mühe gegeben über seine Lebensgeschichte so viele und so zuverlässige Erkundigungen einzuziehen als mir nur immer möglich war sein Vater Sophroniskus war ein Steinmetz und seine Mutter Fenerete die geschickteste und ihres Charakters wegen geschätzteste Hebamme ihrer Zeit in Athen Er scheint sich auf diese Mutter etwas zugute zu tun denn er liebt ihrer bei Gelegenheit öfters zu erwähnen und soll einst da ihm über sein Talent junge Leute zu bilden ein Kompliment gemacht wurde in seiner gewohnten Manier ernst in Scherz einzukleiden zur Antwort gegeben haben es ist ein Erbstück von meiner Mutter meine ganze Kunst besteht in einer gewissen Geschicklichkeit die Entbindung schwangerer Seelen zu befördern Die Frucht die ans Tageslicht kommen soll muss freilich schon lebendig gesund und wohlgestaltet in der Seele verborgen liegen und alles was ich bei der Geburt tun kann ist ihr leicht und mit guter Art heraus zu helfen Personen die seine Eltern gekannt haben versicherten mich dass er äußerlich seinem Vater und dem Gemüt und der Sinnesart nach seiner Mutter sehr ähnlich sei Sofroniskus tat an seinem Sohne was er konnte er gab ihm die gewöhnliche Erziehung aller junger Athener jener Zeit die Du aus der Zähne der beiden Streithähne die Chaos und Adikos Logos in den berüchtigten Wolken des Aristophanes kennst Der junge Sokrates lernte bei einem Schulhalter vom gewöhnlichen Schlage den Homer und Hesiod wo nicht verstehen wenigstens fertig lesen von von einem Singmeister auf der Zitter Klimpern und alte Lieder nach alten Weisen singen und übte sich übrigens fleißig im Wettlaufen Ringen und fechten auf der Palästra Der Vater um seiner Pflicht nach einem bekannten Gesetze Solons volle Genüge zu tun lehrte ihn seine eigene Kunst Die Mutter welche bei Zeiten merkte an diesem Sohn etwas mehr als einen künftigen Steinhauer geboren zu haben wollte wenigstens einen Bildhauer aus ihm werden sehen und so wurde er ich weiß nicht welchem damaligen Meister dieser Kunst in die Lehre gegeben Es scheint nicht dass er selbst eine besondere Anlage oder Neigung zu ihr in sich gefühlt habe Indessen brachte er es doch darin auf einen gewissen Grad machte bis über sein dreißigstes Jahr seine hauptsächlichste Beschäftigung daraus und fertigte binnen dieser Zeit unter anderen Arbeiten verschiedene Statuen wovon die meisten in einem Landhause seines Freundes Kriton zu sehen sind der sich viele Mühe gegeben hat so viele derselben zusammen zu bringen als für Geld zu haben waren ich habe sie gesehen und da ich auch die Werke des Polyklet und Phidias gesehen habe so darf ich dir ohne Scheu bekennen dass Sokrates dessen wahre Bestimmung war der weiseste und beste unter den weisen und guten seiner Zeit zu sein schwerlich weder der erste noch der zweite noch der dritte unter den Bildhauern seiner Zeit gewesen wäre in dessen zeichnet sich doch unter seinen Versuchen in der Kunst eine Gruppe der Grazien aus an welcher er wirklich mit Liebe und unter dem Einfluss der holdseligen Töchter Jupiters gearbeitet zu haben scheint man sieht dass ihm Pindas griechischer Ausspruch wirklich erschienen und dass er im Bestreben die Ideale die seiner Seele vorschwebten im Marmor festzuhalten vielleicht noch mehr geleistet hätte wenn er weniger hätte leisten wollen denn das Einzige was an diesen Grazien auszusetzen ist und was jedem der sie sieht auffällt ist dass sie gar zu ehrwürdig sind dem besagten kriton hat es griechenland zu danken dass es sich unter seinen heroen aller art auch eines sokrates rühmen kann ohne ihn wäre dieser wahrscheinlich bildhauer geblieben und die reinste sittliche gestalt in welcher die humanität je der welt persönlich im wirklichen leben sichtbar geworden ist würde wo nicht unenthüllt doch auf ewig mit dem schleier der unbekanntheit und vergessenheit bedeckt geblieben sein kriton noch jetzt der erste sowie der älteste unter den freunden des sokrates dem er an alter etliche jahre vorgeht ist in den augen aller die ihn kennen und menschenwert zu schätzen wissen einer der edelsten die dieses an vortrefflichen männern fruchtbare land seit doikalion und pyrrha hervorgebracht hat glücklicherweise ist er auch einer der wohlhabendsten athener und im gebrauch seines ansehnlichen vermögens so großmütig und freigebig als der berühmte simon ja selbst auf eine noch verdienstlichere weise da kein verdacht auf ihn fallen kann dass ein ehrsüchtiges streben nach volksgunst oder irgendeine andere unlautere absicht den mindesten einfluss auf seine freigebigkeit habe zufälligerweise wie man vielleicht sehr uneigentlich zu sagen pflegt kam er in die werkstatt des alten sophroniskus als der sohn die erwähnte graziengruppe eben vollendet hatte er betrachtete das werk und den werkmeister mit gleicher aufmerksamkeit ließ sich mit dem angehenden künstler in ein gespräch ein und beschloss von stunde an sich um sein vertrauen zu bewerben und wenn er es gewonnen hätte alles anzuwenden um ihn mit guter manier aus der stein und bildhauer werkstatt in eine seinen natürlichen anlagen angemessener art von tätigkeit zu versetzen es befanden sich damals drei Männer in Athen deren jeder in dem Fache von Gelehrsamkeit welches er vorzüglich bearbeitete für den ersten galt Anaxagoras von Klazomene ein Philosoph aus der Schule des Tales der Sophist Prodikus von Zeus und Damon ein geborener Athener einer der berühmtesten Tonkünstler seiner Zeit der erste hatte das Studium der Natur wie wohl auf einem falschen Wege der zweite die Kunst zu reden als eines der mächtigsten Werkzeuge wodurch man in Republiken auf die Menschen wirken kann der dritte die Theorie der Musik insofern sie eine Art von magischer Gewalt über das Gemüt und die Leidenschaften auszuüben fähig ist zum Hauptgeschäfte seines Forschens gemacht alle drei Genossen des Schutzes und der Achtung des großen Perikles die vornehmsten Athener suchten ihren Umgang und jedermann schätzte es für ein besondres Glück wenn er seinem Sohne den Zutritt bei dem Ersten und den Unterricht der beiden Andern verschaffen konnte Sobald Kriton den Vorsatz gefasst hatte sich des jungen Sokrates mit Ernst anzunehmen war seine erste Sorge ihn mit diesen drei Männern mit welchen er selbst auf einem freundschaftlichen Fuße lebte in Bekanntschaft zu setzen denn er zweifelte nicht dass sie stark auf den jungen Mann wirken und gar bald den Gedanken in ihm erwecken würden die Natur habe ihn zu einer höheren Bestimmung berufen als in Ton Holz und Stein zu arbeiten Verehrern der Kunst wie du und ich mag dies etwas anstößig klingen aber die meisten Griechen machten sich damals und noch jetzt einen viel zu geringen Begriff von derselben und ein Bildhauer war in ihren Augen am Ende doch nichts weiter als ein Handwerksmann der sein Brot durch mechanische Handarbeit in einer harten Materie sauer und mühselig verdienen müsse wahrscheinlich hatte Kriton selbst damals keinen anderen Gedanken als den jungen Sokrates in eine höhere Klasse hinauf zu rücken und durch Entwicklung und Ausbildung seiner Fähigkeiten in den Stand zu setzen der einst eine bedeutende Rolle in der Republik zu spielen auch auch erreichte er seine Absicht wie wohl in einem ganz anderen Sinne und in der Tat auf eine weit vollkommenere Art als er sich vorgestellt haben mochte der Sohn des Sophroniskus gewann in kurzer Zeit die Zuneigung des gelehrten Triumvirats sie machten sich ein Vergnügen daraus ihm Anleitung zu geben und von ihren Kenntnissen so viel mitzuteilen als er davon gebrauchen konnte und wollte denn wiewohl er sich mehrere Jahre lang auf alle Arten der spekulativen Wissenschaften die von der Ionischen Philosophenschule damals mit ungemeinem Beifall betrieben und von den sogenannten Sophisten nach ihrer eigenen Weise popularisiert wurden mit vielem Fleiß gelegt haben soll so scheint er doch ziemlich bald einen Beruf in sich geführt zu haben seinen eigenen Weg zu gehen und sich sowohl in Meinungen als im Leben unabhängig und frei von fremdem Einfluss zu erhalten es war ein leichtes gewesen seine Wissbegierde zu erwecken die sogenannte physische Philosophie von welcher Anaxagoras Profession machte hatte unendlich viel Anziehendes denn sie versprach nichts geringeres als den undurchdringlichen Vorhang hinter welchem die Natur ihre Mysterien treibt wegzuziehen und über die angelegensten Fragen die der menschliche Geist an sich selbst zu tun sich nicht erwehren kann befriedigende Aufschlüsse zu geben aber sein guter Verstand ließ ihn bei Zeiten wahrnehmen nicht nur dass sie nicht hielt was sie versprach sondern auch dass sie weit mehr versprach als sie halten konnte er suchte Wahrheit und man fertigte ihn mit Hypothesen ab die man zwar mit vielem Scharfsinn zu möglich scheinenden Auflösungen der Rätsel die uns die Natur aufzuraten gibt anzuwenden wusste die aber keinen festen Halt hatten und wenn sie scharf geprüft wurden weder den Verstand noch die Einbildungskraft befriedigten er suchte nützliche Wahrheit und man wollte dass er einen großen Wert auf Spekulationen legen sollte von welchen nicht der mindeste Gebrauch im menschlichen Leben zu machen war alles was er mit den Nachforschungen die einen guten Teil seiner schönsten Jahre aufzehrten gewonnen zu haben glaubte war und konnte für einen so reinen Wahrheitssinn wie der seinige nichts anderes sein als das Bewusstsein dass er vom Ursprung der Welt und ihren elementarischen Bestandteilen von Materie und Geist von Raum und Zeit von den unsichtbaren Kräften mit deren sichtbaren Wirkungen die Natur uns überall umgibt kurz von den überirdischen und übersinnlichen himmlischen und überhimmlichen Dingen gerade so viel Wisse als vorher nämlich nichts oder wenig mehr als nichts dies war ein großer Abfall von den glänzenden Erwartungen die man ihm vorgespiegelt hatte und was für ein anderes Resultat konnte aus einer solchen Erfahrung hervorgehen als die innigste Überzeugung dass der größte Teil der Probleme womit die spekulativen Philosophen seiner Zeit sich selbst und ihre Lehrlinge unterhielten ganz und gar keine Gegenstände des menschlichen Wissens seien und dass ein gesund denkender Mensch in der kurzen Lebenszeit die ihm von der Natur so kärglich zugemessen wird mehr als genug zu tun habe wenn er nur zu einem hinlänglichen Grade von Kenntnis dessen was allen Menschen zu wissen nötig und was nicht zu wissen ein großes Übel ist gelangen wolle er schätzte diese Überzeugung umso höher je mehr Zeit und Mühe sie ihm gekostet hatte und sie war's was seinem Geiste diese Richtung auf das sittlich Gute und überhaupt auf das Nützliche in allen Dingen gab die er von dieser Zeit an nie wieder aus dem Auge verlor Indessen fuhr er noch immerfort die Bildhauerkunst nebenher zu treiben insofern sie ihm zu Gewinnung seines notdürftigen Unterhalts unentbehrlich war denn es währte ziemlich lange bis der edle kriton so viel über ihn vermochte dass er um sich aller mechanischen arbeiten entschlagen zu können diesem mit ganzer Seele an ihm hangenden Freunde gestattete dafür zu sorgen dass es ihm für sein übriges Leben nie am notwendigen fehlen könne auch scheint dies nicht eher geschehen zu sein als nachdem Sokrates in der Kenntnis seiner selbst so weit gekommen war daß er seinen innern beruf ein menschenbildner in einem ganz andern und unendlich höhern sinne zu sein nicht länger bezweifeln konnte eine der wichtigsten Folgen des Verhältnisses worin er mit Anaxagoras und Kriton stand war meines Erachtens der freie Zutritt in das Haus des Perikles und die Gelegenheit die er dadurch erhielt diesen großen Mann und seine Staatsverwaltung näher kennenzulernen und in dieser Absicht auch den Umgang mit der berühmten Aspasia der Juno dieses attischen Jupiters wie sie der alte Kratinus in einer seiner Komödien nennt sich zunutze zu machen aus dieser Zeit schreibt sich auch seine Bekanntschaft mit dem berüchtigten Neffen des Perikles Alcibiades her von welchem er schon damals sehr richtig urteilte dass er entweder zum Heil oder zum Verderben Griechenlands geboren sei je nachdem sein guter oder böser Dämon die Oberhand über ihn gewinnen würde und diese Überzeugung allein war es was ihn bewog sich unter die erklärten liebhaber von welchen dieser so viel gutes und böses versprechende jüngling beständig umgeben war zu mischen und alles mögliche anzuwenden um das Vertrauen desselben zu gewinnen die Liebe des schönen und guten in ihm zu entzünden und ihm für seine Schmeichler und Verführer Gleichgültigkeit und Verachtung einzuflößen ohne Zweifel trugen alle diese Verhältnisse vieles dazu bei ihn auf den wahren Standpunkt in seinem künftigen Wirkungskreise zu stellen und über den Plan seines Lebens in sich selbst gewiss zu machen Vermutlich fasste er schon damals den festen Entschluss dem er bisher immer treu geblieben ist der strengsten Erfüllung aller seiner Bürgerpflichten unbeschadet sich jeder Einmischung in die Staatsverwaltung zu enthalten so selten als möglich in den Volksversammlungen zu erscheinen und nie als öffentlicher Redner aufzutreten Weder seine Familie noch seine Glücksumstände noch seine Neigung bestimmten ihn eine politische Rolle in Athen zu spielen So viele andere hatten dazu einen nähern Beruf und waren wofern sie nur wollten weit besser imstande sich auf diesem Wege um den Staat verdient zu machen ihm hingegen zeigte sich ein neuer von keinem anderen noch betretener Weg wie er seinen Mitbürgern und Zeitgenossen auf eine ihm eigene Weise ungleich nützlicher als auf jede andere werden konnte Die Republik hatte ein sehr dringendes Bedürfnis an welches keiner von ihren Vorstehern und Ratgebern dachte und diesem nach Vermögen zu Hilfe zu kommen fühlte er sich von seinem Genius berufen in einer Zeit wo niemand zu bemerken schien dass die täglich zunehmende Ausartung der alten Sitten den Staat ebenso unvermerkt dem Verdarben immer näher bringe in einer Zeit wo der allzu rasche Übergang von der ehemaligen goldenen Mittelmäßigkeit zu der hohen Stufe von Macht und Reichtum worauf Perikles die Republik erhoben hatte den eitlen Athenern so glänzende Aussichten eröffnete dass sie aller Mäßigung vergessend nichts als Alleinherrschaft und unbegrenzte Vermehrung ihrer Besitztümer und Einkünfte träumten zu einer Zeit wo ein Mann von so ruhigem Blick und gesundem Urteil wie er leicht voraus sehen konnte dass sich ein furchtbares Ungewitter gegen Athen zusammenziehe und dass bald genug Umstände eintreten wurden in welchen der allgemeine Mangel an sittlicher und politischer Tugend durch die unseligsten Folgen tief gefühlt werden müsste in einer solchen Zeit sich selbst in Gesinnungen und Grundsätzen Worten und Werken zum Vorbilde aller häuslichen und bürgerlichen Tugenden darzustellen und Jünglinge von edler Art durch den Reiz seines Umgangs an sich zu ziehen um sie zugleichen Grundsätzen und Gesinnungen zu bilden Dies war unleugbar der größte Dienst den ein Mann dem Vaterlande leisten konnte und der einzige Mann der es wollte und konnte war Sokrates Du siehst nun lieber Kleonidas in welchem Sinne Sokrates ein öffentlicher Lehrer genennt werden kann wiewohl er nie eine Schule gehalten noch gestiftet nichts geschrieben und mit allen seinen Bemühungen die Leute die die mit ihm umgehen weiser und besser zu machen keinen Obolus gewonnen hat Auch ist zwischen ihm und den Sophisten die den Unterricht in den Wissenschaften besonders in der Moral Politik und Demagogik als eine Profession treiben nicht die geringste Ähnlichkeit Er gibt sich so wenig für einen Gelehrten aus dass er sich vielmehr im Scherz zuweilen auch wohl in vollem Ernst auf seine Unwissenheit viel zugute tut Der ganze Unterschied hörte ich ihn einmal sagen zwischen mir der nichts weiß und diesen bewunderten Herren die alles wissen und sich dafür bezahlen lassen besteht darin dass sie zu wissen glauben was sie nicht wissen ich hingegen weiß dass ich nichts weiß offenherzig zu reden scheint er sich in diesem Punkte zuweilen ein wenig zu täuschen und die Geringschätzung gewisser spekulativer Wissenschaften deren Nutzen nicht sogleich in die Augen fällt oder vielleicht erst künftig noch entdeckt werden mag weiter zu treiben als er tun würde wenn er sich seiner Unwissenheit immer bewusst wäre übrigens und wenn er auch mit einigen Fächern des menschlichen Wissens zu wenig bekannt ist um ein vollgültiges Urteil über ihren Wert fällen zu können so ist er hingegen desto gelehrter in den Künsten und Handwerken die im gemeinen und bürgerlichen Leben von anerkanntem Nutzen sind er spricht mit einem jeden sehr verständig von seiner profession und gibt ihnen nicht selten Anleitung oder Winke wie sie dies oder jenes besser einrichten oder ihre Fabrikate und Kunstwerke zu einer größeren Vollkommenheit bringen könnten benimmt sich aber so geschickt dabei dass er indem er sich mit ihnen über ihre Kunst bespricht vielmehr das Ansehen eines Unwissenden hat der durch bescheidene Fragen von ihnen belehrt zu werden sucht als eines Klüglings der sich anmaßt den Meistern Lehren zu geben Er hat sich in verschiedenen Feldzügen als einen guten Soldaten bewiesen versteht sich auf alles was zum Kriegsdienst zu Wasser und zu Lande gehört und weiß im Notfall das Steuerruder so geschickt zu führen als der erfahrenste Schiffer Schwer gibt es irgendein Geschäft das durch ruhige Besonnenheit unerschütterliche Festigkeit ausharrende Geduld Nüchternheit Wachsamkeit Gleichgültigkeit gegen Vergnügen und Schmerz gegen Hunger und Durst Frost und Hitze mit einem Worte durch alle Eigenschaften und Tugenden die einen echten Mann von Marathon ausmachen und nur durch diese wohl gelingen kann schwerlich gibt es ein solches Geschäft im Frieden oder im Krieg womit er nicht zu seiner Ehre zustande kommen würde und ich bin gewiss wenn die Götter den armen Kechenäern zu einem so klugen Einfall verhelfen wollten wie der wäre wenn sie anstatt ihre Kriegsobersten zu Dutzenden aus dem Glückstopf zu ziehen ihn zu ihrem Oberfeldherrn machten ihre Angelegenheiten sollten gar bald eine bessere Gestalt gewinnen mit einem Wort Freund Kleonidas Sokrates ist ein tugendhafter Mann im höchsten und vollständigsten Sinne des Wortes und darin besteht sein eigentümlicher Charakter Wert und Vorzug vor allen seinen Zeitgenossen er taugt zu allem wozu ein Mann taugen soll kann alles was jeder Mann können sollte weiß gerade so viel als niemand ohne seinen Schaden nicht wissen kann und ist in jedem Verhältnis des Lebens was man sein muß um ein Vorbild für alle zu sein Ende von sieben ersten von Christoph Martin Wieland erster band acht an kleonidas diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Dass Sokrates, wenn er mit anderen philosophiert, sich nur zweier Methoden der Induktion und der Ironie zu bedienen pflege, hat seine Richtigkeit. Wenigstens habe ich nie gesehen, dass er in seinen Gesprächen, es sei nun, dass sie auf Belehrung oder auf Widerlegung abzielen, einen anderen als einen dieser beiden Wege eingeschlagen hätte. Diese sonderbare Art zu philosophieren, scheint mir deine hohe Meinung von ihm nicht wenig herabgestimmt zu haben. Die Induktion kann mich, sagst du, nichts lehren, als was ich entweder bereits wusste oder mir vermittelst eines kleinen Grades von Besinnung selbst sagen konnte. Und wie ein so weiser Mann die Ironie für eine taugliche Methode, die Wahrheit ausfindig oder einleuchtend zu machen, halten könne, ist mir vollends unbegreiflich. Über beides, lieber Kleonidas, hoffe ich, dich ins Klare zu setzen, wenn ich dir sage, bei welchen Personen und zu welcher Absicht Sokrates von der einen und der anderen Gebrauch zu machen pflegt. Die Personen, mit welchen er sich am meisten abgibt, sind, außer seinen Nähern Freunden und Günstlingen, entweder solche, die von ihm belehrt zu werden wünschen. Es sei nun, dass sie ihre Unwissenheit in der Sache, wovon die Rede ist, anerkennen oder so schwach an ihrer bisherigen Meinung hangen, dass sie immer bereit sind, sie mit einer Bessern zu vertauschen. Oder es sind naseweise Klüglinge und eingebildete Allwisser, die er, da sie Belehrung weder suchen noch anzunehmen aufgelegt sind, bloß beschämen und wenigstens zum stillen Bekenntnis ihrer Unwissenheit nötigen will. Bei den Erstern bedient er sich der Induktion als einer Leerart gegen die Letztern der Ironie als einer sowohl zur Verteidigung als zum Angriff gleich bequemen Waffe. Die Athener verbinden mit dem Worte Ironie ungefähr denselben Begriff der Verspottung wie wir und alle anderen Griechen. Nur, dass sich ihm durch den gemeinen Gebrauch ein Nebenbegriff bei ihnen angehängt hat, der aus einem besonderen Zug ihres Nationalcharakters zu entspringen scheint. Der Athener pflegt nämlich seine Meinung nicht leicht, so kurz und geradezu herauszusagen wie der Spartaner oder Beotier, nicht etwa aus vorsichtiger Zurückhaltung, wie ich dies an den Korinthern bemerkt zu haben glaube, sondern weil es ihm, wenn er spricht, selten oder nie so viel um Wahrheit oder um die Sache selbst zu tun ist, als um das eitle Vergnügen mit der Feinheit und Gewandtheit seines Witzes und der Geläufigkeit seiner Zunge zu prunken und den anderen entweder seine Überlegenheit fühlen zu lassen, oder, falls es ein höherer an Stand und Rang oder ein Mann von vorzüglichen Verdiensten ist, die beiden großen Geburtsrechte des attischen Bürgers, Freiheit und Gleichheit, gegen ihn zu behaupten, indem er ihm zu verstehen gibt, er dünke sich nicht geringer und mache sich wenig aus Vorzügen, die er nicht selbst besitzt. Du kannst dir kaum vorstellen, auf wie vielerlei Art die Eitelkeit der Athener sich in dieser Absicht durch Minengebärden, Ton und Beugung der Stimme, kleine Zwischenwörter und dergleichen zu äußern pflegt. Daher, dass Attikon Blepos, wie es Aristophanes nennt, diese unnachahmliche, edle Unverschämtheit im Blick und im Lächeln, die den Athener aus tausend anderen kenntlich macht, und der höhnische Ton, den sie, sobald sie merken, dass der andere nicht ihrer Meinung ist, in die Frage formeln, wär's etwa nicht so, oder was könntest du wohl dagegen haben, zu legen wissen. Vermutlich ist es diese Eitelkeit, was in Verbindung mit der lebhaften Ader, von leichtem Witz, wovon der Athener immer sprudelt, diese Neigung zum Spotten, Necken und Auslachen erzeugt, die einer der gemeinsten Züge dieses Volkes ist. Ich erkläre mir daraus, dass sie so gern das Gegenteil von dem, was sie sagen wollen, sagen. Zu loben scheinen, wenn sie tadeln, und zu schelten, wenn sie loben wollen, sich stellen, als ob sie den anderen Unrecht verstanden hätten, um ihm widersprechen, oder seiner Rede eine lächerliche Deutung geben zu können, und was dergleichen mehr ist. Diese Art von spottender oder auch bloß scherzhafter Verstellung ist es eigentlich, was die Athener Ironie nennen, und was sie, zumal bei fröhlichen Tisch gelagen und überall, wo ihre gute Meinung von sich selbst nicht zu sehr dabei ins Gedränge kommt, einander gern zu gut halten. Auch Sokrates, der überhaupt einer der witzigsten und gutlaunigsten Sterblichen ist, macht im gemeinen Umgang ziemlich häufigen Gebrauch von dieser Art von Ironie, und weiß sie mit so vieler Leichtigkeit und Feinheit zu handhaben, dass sie, sogar wenn er einen wirklich schraubt, unmöglich beleidigen kann, sondern entweder für bloßen Scherz gilt, oder von einfältigen und sich selbst gefallenden Personen so aufgenommen wird, als ob er ihnen etwas Schmeichelhaftes gesagt hätte. Am gewöhnlichsten bedient er sich derselben, um den Verweisen, die er zuweilen seinen jüngeren Freunden zu geben, Ursache findet, den Stachel zu benehmen, und ich muss gestehen, dass er in solchen Fällen, wenn die Operation an einem seiner Günstlinge zu verrichten ist, eine sehr sanfte Hand hat, wiewohl ich mich nicht rühmen kann, es an mir selbst erfahren zu haben. Aber die Ironie, die ihm als eine besondere Art zu disputieren ausschließlich zugeschrieben wird, ist von jener gewöhnlichen sowohl der Art als dem Zweck nach sehr verschieden. Sie besteht darin, dass er, wenn er's mit Personen, die ihm in gewissen Stücken entweder wirklich oder in ihrer eigenen und anderer Leute Einbildung überlegen sind, zum Beispiel mit schlecht denkenden, aber viel vermögenden Männern in der Republik oder mit angesehenen Sophisten zu tun hat, sich äußerst einfältig und unwissend stellt und in diesem Charakter, zu dessen Simulierung ihm seine Gesichtsbildung ungemein zustatten kommt, durch die scheinbare Naivität seiner Fragen und die verdeckt spitzfindige Art, wie er aus ihren Antworten immer neue Fragen hervorzulocken weiß, sie endlich in die Notwendigkeit setzt, sich entweder in offenbare Ungereimtheiten zu verwickeln oder ihre erste Behauptung wieder zurückzunehmen. Du errätst ohne mein Zutun, wie viel er durch diese Art von Ironie eine Zeit lang wenigstens über seine Gegner gewinnen musste. Er verschaffte dadurch sich selbst desto leichter Gehör und vernichtete unvermerkt die Vorteile, welche Standnahme, Ansehen und Glücksumstände jenen über ihn hätten geben können. Sie waren nun minder auf ihrer Hut, antworteten desto rascher und zuversichtlicher, je weniger sie vorhersehen konnten, wo er hinaus wolle, räumten ihm immer mehr ein, als geschehen wäre, wenn sie die Schlingen gemerkt hätten, die er ihnen durch seine einfältig scheinenden Fragen legte. Und wenn sie sich endlich darin verfingen, schien er ganz unschuldig daran zu sein, und die Lacher waren auf seiner Seite. Diese Methode war also da, wo er sie am gewöhnlichsten anwandte, ich meine gegen die Sophisten, sehr fein ausgedacht und vollkommen zweckmäßig. Denn es war ihm nicht darum zu tun, sie zu belehren, sondern sie vor ihren Zuhörern und Verehrern in ihrer Blöße darzustellen. Aber du siehst auch, dass sie nur so lange mit Vorteil zu gebrauchen war, als der Gegner die Falle nicht gewahr wurde. Und natürlicherweise konnte dies in einer Stadt, wo beinahe alles öffentlich geschieht, nicht sehr lange anstehen. Sobald die Sophisten merkten, dass sie einen Schlaukopf vor sich hatten, der mit den Spitzfindigkeiten und Kunstgriffen der Dialektik wenigstens ebenso bekannt war als sie selbst, so hätten sie noch zehnmal einfältiger sein müssen, als Sokrates sich stellte, wenn sie sich durch die schülerhafte Miene, womit er sich ihre Belehrung ausbart und die vorgegebene Bewunderung ihrer hohen Weisheit, länger hätten täuschen lassen. Auch zeigte sich's bald genug, dass er, außer dem erklärten Hass der Sophisten, wenig mehr mit dieser Art zu disputieren gewonnen hatte, als dass er noch jetzt bei dem großen Haufen im Ruf eines Spötters steht, der nie seine wahre Meinung sagt und dessen Reden man auch dann nicht trauen darf, wenn er etwas ernstlich zu behaupten scheint, weil man nie gewiss ist, ob es nicht Verstellung sei und was für geheime Absichten er darunter habe. Ein Ruf, der ihm, wie ich besorge, bei einem so argwöhnlichen Volke wie das Athenische über lang oder kurz noch gefährlich werden kann. Übrigens muss ich noch bemerken, dass diese ironische Art zu fragen nicht mit einer anderen vermengt werden muss, deren er sich gewöhnlich in Verbindung mit der Induktion als einer Leerart bei seinen Freunden, am häufigsten bei jungen Leuten, bedient und in welcher, wenn ich nicht irre, seine Kunst, den Seelen zur Geburt zu helfen, besteht, deren ich in einem meiner vorigen Briefe gedacht habe. Die Fragen werden in dieser Absicht immer so gestellt, dass der Gefragte die rechte Antwort entweder gar nicht verfehlen kann, oder falls er sie verfehlte, durch die Folgerungen, welche vermittelst neuer Fragen aus seiner Antwort hervorgelockt werden, sich selbst gar bald von ihrer Unrichtigkeit überzeugen muss. Diese Leerart, außerdem, dass sie die leichteste und populärste ist, scheint mir vorzüglich darin, auf den besonderen Charakter der Athener berechnet zu sein, dass sie die Aufmerksamkeit des Lehrlings fester hält, und indem sie dem Lehrer das Ansehen gibt, als ob er selbst, durch seine Fragen erst belehrt zu werden wünsche, die Rollen gleichsam verwechselt und den Lehrer zum Schüler macht, oder wenigstens beide auf gleichen Fuß setzt, nämlich in aller Gelassenheit etwas miteinander zu suchen, das keiner von beiden hat, und woran beiden gleich viel gelegen ist. Er weiß es dann immer ohne Mühe so einzurichten, dass der Lehrling das schmeichelhafte Vergnügen hat, derjenige zu sein, der das Gesuchte findet, wie wohl dazu eben keine große Scharfsichtigkeit erfordert wird, denn er bringt ihn unvermerkt, Schritt vor Schritt so nahe zu der Sache hin, dass er endlich mit der Nase darauf stoßen muss. Ein Beispiel wird dir dies am besten erläutern. Es war dem Sokrates darum zu tun, den Begriff eines seiner Lehrlinge von der Religiosität gegen die Götter ins Reine zu bringen. Daraus entstand der folgende Dialog. Sokrates Sag mir, Euthydem, was hältst du von der Gottesfurcht? Euthydem, ich halte sie für etwas sehr Schönes. Sokrates, kannst du mir also sagen, was du unter einem gottesfürchtigen Menschen verstehst? Euthydem, einen, der die Götter in Ehren hat. Sokrates, Steht es aber bloß in eines jeden Willkür, auf welche Weise er die Götter ehren will? Euthydem, Nein, sondern es sind Gesetze vorhanden, deren Vorschrift man hierin zu befolgen schuldig ist. Sokrates, wer diese Gesetze befolgt, wüsste der also nicht, wie man die Götter zu Ehren schuldig ist? Euthydem, ich sollt es denken, Sokrates, wer nun weiß, wie er die Götter zu Ehren schuldig ist, glaubt also nicht, dass er es auf eine andere Art zu tun schuldig sei, als wie er weiß? Euthydem, gewiss nicht, Sokrates, meinst du, dass es einen Menschen gäbe, der die Götter anders ehrt, als er glaubt, dass er es zu tun schuldig sei? Euthydem, ich sollt es nicht meinen, Sokrates, Wer also weiß, was die Gesetze in Betreff der Götter verordnen, ehrt der die Götter gesetzmäßig? Euthydem, allerdings, Sokrates, und wer sie gesetzmäßig ehrt, ehrt sie, wie es seine Schuldigkeit ist? Euthydem, wie könnte er denn anders? Sokrates, Wer sie also gesetzmäßig ehrt, ist gottesfürchtig? Euthydem, ganz unleugbar, Sokrates, wir haben also den Begriff des gottesfürchtigen richtig bestimmt, wenn wir sagen, es sei derjenige, der da weiß, was die Gesetze in Betreff der Götter verordnet haben, Euthydem, so dünkt mich's. Ich sehe dich zu dieser Manier, den Seelen zur Geburt zu helfen, die Achseln ein wenig zucken, Kleonidas, unter uns gesagt, Auch ich habe schon oft große Not gehabt, die meinigen bei solchen Gelegenheiten im Respekt zu erhalten. Aber es ist nun nicht anders. Dies ist einmal seine Manier, und du wirst wenigstens gestehen müssen, das Mangel an Deutlichkeit nicht ihr Fehler ist. Sie ist nur gar zu deutlich, hör ich dich sagen. Was soll man von dem Verstande der jungen Athener denken, wenn sie einer so wortreichen Methode nötig haben, um einen so leichten Satz zu begreifen, und das Schlimmste ist dennoch, dass er nicht einmal wahr ist, denn es ist doch ein täglich vorkommender Fall, dass einer recht gut weiß, was er nach dem Gesetz zu tun schuldig ist, und es doch nicht tut. Auf das Letztere habe ich dir keine andere Antwort zu geben, als bei Sokrates ist zwischen Wissen und Ausüben dessen, was pflichtmäßig ist, kein Unterschied, und er bemüht sich, auch seine Zöglinge so zu gewöhnen. Was aber die Lehrart betrifft, wovon ich dir ein Beispiel aus Tausenden gegeben habe, so weiß ich mir die Sache selbst nicht anders zu erklären, als dass er sie nötig gefunden haben muss, um die unsägliche Flatterhaftigkeit der jungen Leute in Athen wenigstens einige Minuten lang bei dem nämlichen Gegenstande festzuhalten. Hätte er zu Zyrene oder Korinth oder Theben gelebt, so würde er vermutlich gefunden haben, dass er auf einem kürzern Wege zum Ziele kommen könne. Aber nun ist ihm diese Methode so sehr zur Gewohnheit geworden, dass er sie auch bei solchen Personen gebraucht, bei denen sie keine gute Wirkung tut. Ich wenigstens bekenne, dass ich schon mehr als einmal alle meine Geduld aufbieten musste, um die Ehrerbietung nicht aus den Augen zu setzen, die jedermann, und ein junger Mensch mehr als irgendein anderer, einem Greise schuldig ist, der an Naturgaben und Geisteskräften den Besten gleich ist, an sittlicher Vollkommenheit vielleicht alle übertrifft, und, da ein Sterblicher doch nicht ganz ohne Tadel sein kann, sich durch die wenigsten und unbedeutendsten Schwachheiten von dem allgemeinen Lose der Menschheit sozusagen frei gekauft hat. Die neuesten Nachrichten, die mir aus Zyrene zugekommen sind, lassen mich besorgen, dass die zeitherige Ruhe unsers so glücklich scheinenden Vaterlandes von keiner langen Dauer mehr seyn werde. Doch vielleicht gibt irgendein guter Dämon unsern Regenten noch ein Mittel ein, das Ungewitter vor dem Ausbruch zu beschwören. Auf alle Fälle, mein Lieber, suche dich, so lang als möglich frei zu erhalten, und siehst du, dass die Sachen eine Wendung nehmen, die dich entweder unvermerkt verwickeln oder wohl gar gewaltsam in eine der Faktionen, die sich bereits zu bilden scheinen, hineinziehen möchte, so folge meinem Beispiel und flüchte dich in Zeiten, unter den zwar etwas engen, aber sichern Mantel des weisen Sokrates. Das politische Meer, worin die griechischen Republiken wie eben so viele schwimmende Inseln hin und her treiben, ist zwar immer ein wenig stürmisch, aber in Vergleichung mit den letztern Zeiten genießen wir dermalen halzionischer Tage und für einen aufstrebenden Zögling der Musenkünste ist doch Athen der einzige Ort in der Welt. Ende von 8 Aristip von Christoph Martin Wieland Erster Band 9 An Cleonidas Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Der Komödiendichter, nach welchem du dich so angelegen erkundigst, lieber Cleonidas, ist hier eine so allgemein bekannte Person, dass es mir nicht schwer fallen kann, dein Verlangen zu befriedigen, zumal da ich, wie du mit Recht voraussetzest, Gelegenheiten genug gefunden habe, öfters in seiner Gesellschaft zu sein und sogar in eine Art von Vertraulichkeit mit ihm zu kommen. Ungeachtet er eine gewisse sehr gut zu seiner satyrischen Physiognomie passende Ernsthaftigkeit affektiert, wovon sich der Beweggrund leicht erraten lässt, wird er doch der witzigen Einfälle wegen, die ihm ohne Anspruch und Absicht gleichsam unfreiwillig zu entwischen scheinen, für einen der angenehmsten Tischgesellschafter, einer in Athen sehr zahlreichen Klasse, gehalten, und man findet ihn gewöhnlich bei allen großen Gastmählern, die in vornehmen Häusern gegeben werden. Da er sich den Freunden des Sokrates durch seine Wolken, die sie ihm nach mehr als zwanzig Jahren noch immer nicht vergessen haben, sehr übel empfohlen hat, so wird Mias nicht zum Besten ausgelegt, dass ich kein Bedenken trage, mit einem so verworfenen Menschen umzugehen. Aber Sokrates selbst scheint davon keine Kenntnis zu nehmen und spricht überhaupt weder Gutes noch Böses von ihm. Wiewohl er so oft sich eine Gelegenheit dazu findet, seine geringen Schätzung der Komödie, wie sie ehemals zu Athen beschaffen war und es zum Teil noch jetzt ist, mit seiner gewohnten Freimütigkeit zutage legt. Nicht, als ob er das komische Drama überhaupt missbilligte, denn ich hörte ihn einst von den Komödien des Epichamus mit Achtung sprechen, sondern, weil er den grenzenlosen Mutwillen, die leidenschaftlichen Anfälle auf einzelne Personen und die pöbelhaften Späße, unflätereyen und unzüchtigen Darstellungen, womit die Stücke der Neuern Athenischen Komiker besudelt sind, vermöge seiner Grundsätze und seines ganzen Charakters unmöglich duldbar finden kann. Nichts ist gewisser, als dass diese Art von Komödie, worin Kratinus, Aristophanes und Eupolis miteinander wetteiferten, schon lange auf immer abgeschafft worden wäre, wenn Sokrates eine entscheidende Stimme in Athen gehabt hätte. Aber ohne allen Grund ist, was ich in Cyrene von einem unserer gereisten Leute, die alles besser als andere wissen wollen, gehört habe. Sokrates und seine Freunde hätten das Gesetz bewirkt, wodurch unter dem Archon Myrhicides die Komödie aufgehoben wurde, und dieser an der komischen Muse begangene Frevel sei die wahre Ursache des Hasses, den die Komödien Schreiber auf den Sokrates geworfen und der Rache, welche Aristophanes im Namen der ganzen Gilde an ihrem gemeinschaftlichen Feinde genommen habe. Ich sage, dieses Vorgeben ist ohne allen Grund, denn der Sohn des Sophroniskus, der im ersten Jahre der 85. Olympiade als jenes Gesetz gegeben wurde, erst 28 Jahre zählte, war damals noch ein unbekannter Steinmetz und weit entfernt unter den Sophisten selbiger Zeit einen Namen und Rang zu haben. Das wahre ist, dass Pericles selbst, der unsichtbare Urheber, jenes Gesetzes war, aber es doch mit allem seinem Einfluß nicht länger als zwei Jahre aufrecht erhalten konnte, weil der pöbelhafte Teil des souveränen Volkes sich eine seiner liebsten Belustigungen schlechterdings nicht länger vorenthalten lassen wollte. Es wird dir vielleicht nicht unangenehm sein, bei dieser Gelegenheit die Substanz einer Unterredung zu lesen, die zwischen Aristophanes und mir, nachdem wir bekannter miteinander geworden waren, vorfiel. Denn ich darf nicht vergessen, dir zu sagen, dass sein Satyr, ich weiß nicht warum, eine Art von Geschmack an meinem weißen oder schwarzen Genius gefunden und da wir beide so ziemlich unter der Herrschaft unserer angeborenen Hauskobolde stehen, eine Art von gutem Einvernehmen zwischen uns gestiftet hat, welches ich mir gleichwohl in meinen Verhältnissen weit weniger zunutze machen kann, als ich tun würde, wenn ich bloß dem Antrieb meines Dämons oder der Lockstimme seines Satyrs folgte, der, sobald er will, der artigste und wohlgezogenste aller Boxfüßler ist. Die Rede war von seinen Wolken, die er noch immer für sein bestes Werk hält, wie wohl die Athener geschmacklos oder launig genug waren, ihm die Weinflasche des neunzig jährigen Kratinus vorzuziehen. Es versteht sich, dass ich ihm so viel schmeichelhaftes über das Lieblingskind seines Witzes gesagt hatte, als nötig sein mag, um einen Autor in gute Laune zu setzen, und so entspann sich denn folgender Dialog zwischen uns. Ich, wiewohl wir Zyrener dermalen noch kein szenisches Schauspiel besitzen, so gehen doch vielleicht mehr als zwanzig Abschriften deiner Stücke bei uns aus einer Hand in die andere und abgerechnet, dass unsere Schuhflicker, Sackträger und Bootsknechte über Werke der Musenkunst keine Stimme haben, wird das, was die Wolken zum schönsten deiner Stücke macht, schwerlich in griechischen Stadt mehr Beifall gefunden haben als bei uns. Um so viel größer war die Verwunderung, da man hörte, die Athener, deren Urteil in solchen Dingen im Ausland einem Götterspruch gleich ist, hätten ganz anders darüber erkannt, und da das Bestreben, sich das Unbegreifliche begreiflich zu machen, nun einmal unter die stärksten Naturtriebe des Menschen gehört, so war und ist noch jetzt die gemeine Meinung bei uns, das Schicksal, das die Wolken zu zweien Malen betroffen haben soll, könne von keiner andern Ursache herrühren, als weil dem weisen Sokrates so übel darin mitgespielt wird. Er die Cyrener schließen, wie ich sehe, von sich auf die Athener und glauben, weil sie eine so hohe Meinung von Sokrates und seiner Weisheit hegen, so müssten wir seine Mitbürger, die das Glück haben, von dieser Sonne täglich angestrahlt zu werden, notwendig, um so viel größer von ihm denken. Dies ist aber keineswegs der Fall und würde es vermutlich auch in Cyrene nicht sein, wenn er euer Mitbürger wäre. Gesetzt aber Sokrates gelte zu Athen wirklich für das, wofür ihn die von seinem Cherephon befragte Pythia erklärt haben soll, so kennst du die Athener noch wenig, wenn du nicht auf den ersten Blick siehst, dass ich ihm in diesem Falle keinen größeren Dienst hätte erweisen können, als ihn dadurch, dass ich ihn dem öffentlichen Gelächter preisgab, vom Ostrazism oder einem vielleicht noch härteren Schicksal zu retten. Denn, dass wir keine gar zu Recht Schaffnen, gar zu klugen, gar zu vorzüglichen Leute unter uns dulden können ist, sollt ich denken, durch unser Verfahren gegen einen Miltiades, Aristides, Themistokles, Simon, Anaxagoras, Diagoras und so manche andere schon lange außer allen Zweifel gesetzt. Indessen fehlt viel, dass der Sohn des Steinhauers Sophroniskus und der Hebamme Phänarete den Athenern in einem ebenso glänzenden Licht erscheinen sollte, als Ausländern, die ihn nur dem Namen und Rufe nach kennen. Wir, die wir ihn leibhaft vor unsern Augen herum wandeln sehen und mit unsern Ohren reden hören, wir kennen der Ehrenmänner gar viele, die ebenso barfuß und spärlich gekleidet gehen wie er, ihren Bad ebenso selten, dem Barbier untergeben, ebenso schlecht essen und wohnen, sich ebenso ehrbar und genügsam mit ihrer Xanthippe behelfen und den ganzen langen Tag ebenso geläufig und ungefähr ebenso gescheit und witzig Moral und Politik sprechen wie er. Natürlich können also alle, die nicht zu seinen besondern Freunden gehören außer seinem silenen mäßigen Kopf und Bauch hinter welchen man eben nicht die höchste Weisheit zu suchen pflegt nicht viel mehr an ihm sehen als was er mit hundert und tausend andern gemein hat was ihn aber von andern unterscheidet sein Blick und Gang und tragen des Kopfs wodurch er sich gleich beim ersten Anblick als einen Mann ankündigt der nichts bedarf nichts fürchtet und seinen Wert nicht erst von andern zu erfahren braucht in gleichem die ihm eigene Art von Ironie die ihm seine Verehrer sogar zum besonderen Verdienst anrechnen das alles ist gerade das was ihn dem großen Haufen seiner Mitbürger entweder lächerlich oder gewissermaßen verhasst und furchtbar macht denn wie gesagt der athener kann nicht leiden daß jemand durch seine eigene Größe über ihn hervorrage und er duldet seine obern nur deswegen weil er ihnen die kotonen worin sie um so viel größer als er sind selbst angeschnallt hat und sie sobald es ihm beliebt wieder auf ihre eigenen Füße stellen kann du siehst also daß die Ursache warum die Wolken nicht so gut als ich billig erwarten konnte aufgenommen wurden nicht darin zu suchen ist daß sie die öffentliche Meinung von dem Manne der darin verspottet wird gegen sich gehabt hätten auch hat derjenige der euch sagte daß sie von den zuschauern übel aufgenommen worden die sache sehr übertrieben ich müßte meine guten keschenäer gröblich verleumden wenn ich nicht bekenne daß bei weitem der größere theil über die drei ersten und die drei oder vier letzten auftritte das lebhafteste vergnügen äußerte und ohne den einfluß des alcibiades und die furcht in welche sein anhang ein haufen handfester verwegener gesellen den friedeliebenden teil der zuschauer setzte würde mein stück wenigstens den zweiten preis erhalten haben da doch einmal der gutherzige entschluß dem alten halbkindischen kratinus aus dankbarkeit für ehemalige verdienste vor seinem ende noch eine freude zu machen von den meisten schon voraus gefaßt war bevor sie noch beide stücke gehört hatten ich bei dieser bewandtniß der sache muß man sich um so mehr verwundern daß die wolken wie man sagt bei der zweiten aufführung keinen bessern erfolg hatten als bei der ersten er auch hierin hat euch die sage falsch berichtet die wolken sind nicht zweimal aufgeführt worden anfangs hatte ich zwar den vorsatz mein glück an den nächsten dionysien noch einmal zu versuchen ich machte zu diesem ende einige wenig bedeutende veränderungen und schrieb eine anrede an die zuschauer wodurch ich diese zweite vorstellung gegen das schicksal der ersten sicher zu stellen hoffte aber bei kälterm blute hielt ich für besser dem rate meiner freunde zu folgen denen es viel zu gewagt schien den jungen alcibiades der damals eben auf der höchsten stufe der volks gunst stand so geflissentlich zum kampf heraus zu fördern denn das alcibiades der ohnehin sich alles zu erlauben gewohnt war sich des feurigsten seiner liebhaber mit verdoppeltem eifer annehmen würde war leicht genug vorher zu sehen ich seiner liebhaber du willst doch damit nichts sagen was einen zweideutigen schein auf die sitten des weisen sokrates werfen könnte er ich weiß nicht wie ihr andern cyrener diese dinge nennt zu athen weiß jedermann genau was er dabei zu denken hat wenn sich jemand öffentlich als der liebhaber eines so schönen und liederlichen jünglings beträgt wie der sohn des klinias damals war ich mich dünkt das verhältnis des sokrates zu dem sohn des klinias lasse sich auf eine ganz ungezwungene art so erklären daß seine freundschaft für einen der republik so wichtigen jungen mann und der moralische zauber wodurch er den hoffertigsten mutwilligsten und verwegensten aller griechischen jünglinge an sich zu fesseln wußte ihm bei einem unbefangenen richter viel mehr zum verdienst als zum vorwurf gereichen muß aber wenn du wie es scheint anders dachtest wie kam es daß du von diesem umstande keinen gebrauch in den wolken machtest er soll ich dir die reine wahrheit gestehen ich wusste damals noch so wenig von dem ehrlichen sokrates dass mir sogar sein vertrauter umgang mit dem jungen alcibiades unbekannt war bis mir der fall meines stücks gelegenheit gab gelehrter über diesen punkt zu werden ich hatte ihn nur selten in der nähe gesehen und nicht für bedeutend genug gehalten ihm genauer nachzufragen das meiste was ich von ihm wußte war von zufälligem hören sagen aus seinem öftern umgang mit den sophisten welche perikles nach athen gezogen hatte schloß ich dass er selbst von ihrer kunst profession mache ich glaubte damals wie viele andere und glaub es noch dass diese kunstreichen leute die sich dafür ausgaben daß sie schwarz zu weis und recht zu unrecht machen könnten einen schädlichen einfluß auf unsere jugend hätten und also dem staate selbst gefährlich wären nun gehört es wie du weißt zum beruf eines komödiendichters bei uns leute dieser art dem volke auf der schaubühne in unserer eigenen manier zu denunzieren und ich für meinen teil hatte mir von der zeit an da ich mich der komischen muse widmete zu meinem besonderen zweck vorgesetzt meinen stücken eine politische richtung auf die verwaltung und den zustand der republik überhaupt zu geben und mich dadurch von meinen vorgängern zu unterscheiden die ihren stolzesten wunsch erfüllt sahen wenn ihnen ein wieherndes gelächter aus allen bänken des theaters entgegenschallte und die ihre pritschen hiebe den einzelnen personen denen sie zum spaß oder aus bösem willen zu leibe wollten nur im vorbeigehen auszuteilen pflegten in der tat war ich der erste der den mut hatte nicht nur einen mann des volks wie kleon in person auf die bühne zu stellen und ohne alle schonung und barmherzigkeit zu behandeln sondern sogar den heliasten dem senat den prutanen ja dem souveränen volke selbst die derbsten wahrheiten ins gesicht zu sagen ich hatte dies in den rittern so weit getrieben dass es mir aus mehr als einem Grunde ratsam schien in meinem nächsten stücke einen anderen weg einzuschlagen meine geißel gegen eine andere für mich weniger gefährliche gattung von menschen zu führen und aus dem häuslichen leben einen stoff zu wählen der mir gelegenheit gäbe die nachteile der neumodischen erziehung und den verderblichen einfluss der sophisten auf die denkart und sitten der alten und jungen in athen nach meiner weise darzustellen dies aristipp war es im Grunde was ich mit den wolken beabsichtigte und wer sie für eine personal satire auf den guten sokrates ansieht hat meine meinung und absicht ganz unrecht gefasst ich kannte den mann wie gesagt zu wenig dazu und er war keine so wichtige person in meinen augen dass ich für nötig gehalten hätte nun auch an ihm zu tun was ich ein jahr zuvor an kleon getan hatte auch sollte es denke ich aus der ganzen anlage des stücks in die augen fallen dass es mit der komischen person der ich seinen namen gab bloß darauf abgesehen war aus den stärksten charakterzügen eines abgeschmackten pedanten eines sophistischen taschenspielers und eines armen schluckers ein zerrbild zusammenzusetzen womit ich die ganze löbliche sofisteninnung der unverdienten achtung worin sie bei den unwissenden steht verlustig machen könnte übrigens leugne ich nicht dass die verachtung welche sokrates wie mir gesagt wurde bei allen anlässen gegen die neueren komödiendichter und ihre werke äußerte natürlicherweise mit ins spiel kam und dass ich es für meine schuldigkeit hielt ihm bei dieser gelegenheit im namen der ganzen brüderschaft unsere dankbarkeit beweisen ich bei dem allen kann ich verzeihe meiner freimütigkeit nicht anders als beklagen daß da es dir nur um ein zarrbild zu tun war gerade ein so tugendhafter und ehrwürdiger mann wie sokrates seinen namen und seinen guten ruf dazu hergeben mußte er vielleicht kann ich deinen schmerz durch ein paar kleine betrachtungen lindern die auch wohl nebenher zu meiner rechtfertigung dienen mögen ich finde sehr natürlich dass dir sokrates den du erst in seinem sechs oder siebenundsechzigsten jahre kennengelernt hast so ehrwürdig vorkommt aber bedenke dass er seit der zeit da ich mir die freiheit nahm ihn auf die komische bühne zu stellen um ganze zweiundzwanzig jahre älter weiser und respektabler geworden ist man hält einem alten manne manches zu gut was man ihm vor zwanzig jahren nicht zu übersehen schuldig war damals war man manches noch nicht an ihm gewohnt und es kleidete ihn vielleicht auch nicht so gut als jetzt er trug zum beispiel die nase immer höher als andere schaute über die leute weg ins blaue hinaus beunruhigte jeden der ihm in den wurf kam durch unerwartete kleine fragen und wenn sich einer in den antworten die er ihm treuherzig gab zuletzt so verfangen hatte daß er sich nicht mehr zu helfen wußte ging er lachend davon ich das tat er um etwa einen jungen von sophistischem wind aufgeblasenen jüngling zum gefühl seiner unwissenheit zu bringen ich weiß daß ihm dieses mittel bei verschiedenen gelungen ist der schöne euthydem zum beispiel den er dadurch beinahe zur verzweiflung brachte ist jetzt einer seiner eifrigsten und leer begierigsten anhänger er das mag sein aber dafür gibt es hundert gegen einen denen diese neue methode die leute durchschrauben und necken weiser zu machen nicht ansteht und ich finde nichts natürlicher als daß sie ihm den ruf eines spitzfindigen einbildischen streitsüchtigen und beschwerlichen menschen zuzog dazu kam dennoch daß sein äußerliches und der kurze öfters ziemlich schmutzige mantel der gewöhnlich seine ganze garderobe ausmachte wenig dazu beitragen konnte denen die ihn nicht genauer kannten eine große ehrfurcht für seine person einzuflößen mit einem wort er gab den spöttern und lachern und das ist so viel als neun zehnteln unsrer attischen autochtonen zu vielerlei blößen als daß wir komiker seiner hätten schonen dürfen und du wirst mir daher auch keinen meiner kunstverwandten nennen können der sich nicht bei jeder gelegenheit mehr oder weniger über ihn lustig gemacht hätte ich lachend ihr seid in der tat gefährliche leute da ein sokrates nicht sicher vor euch war wer darf hoffen eurer pritsche zu entgehen er das soll auch niemand hoffen man hört wohl daß du ein ausländer bist aristipp du nimmst die sache gar zu tragisch bei uns lachen die getroffenen oft am lautesten die meisten stecken ihre hiebe stillschweigend ein ja ich versichere dich hyperbolus und seinesgleichen wussten es uns sogar dank dass wir ihnen eine art von zelebrität verschafften und bei unsern matrosenabladern sackträgern wurstmachern und salzfischhändlern die meinung erregten als ob sie leute von bedeutung wären da ihnen eine ehre von uns wieder fuhr die gemeiniglich nur einem perikles lamachus kleon nicias alcibiades und andern dieses schlages erwiesen wurde ihr andern fremden könnt euch nicht vorstellen wie wenig die satyre bei uns einem manne der nicht ohne allen wert ist schaden tut besonders hat unser volk seine freude daran wenn seinen günstlingen recht übel von den komikern mitgespielt wird es ist ihnen gesund denkt mein grillenhafter grießgrämischer kindischer alter kauz von demos es ist ihnen sehr gesund wenn sie die geißel immer über ihrem rücken schweben sehen und hab ich es doch immer in meiner gewalt sie zu entschädigen wenn ihnen zu viel geschieht so wurde zum beispiel der berüchtigte kleon bald darauf nachdem ihn meine ritter auf eine wirklich grausame und nie erhörte art mißhandelt hatten zum oberfeldherrn gegen die spartaner erwählt und bedarf es wohl eines stärkern beweises wie unschädlich das salz ist womit wir unsre mitbürger zu ihrem eigenen und dem gemeinen besten reiben als dass sokrates seit mehr als fünf olympiaden ungestört sein wesen unter uns treibt und an ansehen und ruhm zu athen und allenthalben wo unsere sprache gesprochen wird von jahr zu jahr zugenommen hat was ihm auch in der zukunft noch begegnen könnte immer bleibt gewiß daß die wolken keine schuld daran haben da ihm in einer so langen zeit nicht ein haar um ihretwillen gekrümmt wurde ich und was könnte denn dem besten aller menschen die ich kenne noch übelst begegnen wohin müßte es mit euch athenern gekommen sein wenn das untadeligste leben die reinste tugend und die größten verdienste um seine mitbürger einem manne von seinen jahren kein ruhiges und glückliches ende zusicherten er mein guter aristipp unschuld tugend und verdienste schützen weder zu athen noch irgendwo vor dem hasse der bösen dem guten willen der toren und den gruben in die uns unsere eigene sorglosigkeit fallen macht überdies denken nicht alle athener so günstig von ihm wie du sokrates lebt spricht und beträgt sich in allem wie ein freier aber nicht immer wie ein kluger mann er hat sich durch seine freimütigkeit feinde gemacht er verachtet sie und geht ruhig seinen weg ich bin keiner von seinen feinden aber wenn ich einer seiner freunde wäre so würde ich ihn bitten auf seiner hut zu sein diese rede machte mich tutzen wie du denken kannst aber ich konnte meinen mann nicht dahin bringen sich näher zu erklären er wich mir immer durch allgemeine formeln aus und ein dritter und vierter die sich zu uns gesellten lenkten das gespräch auf andere gegenstände wie ich den sokrates kenne würde es zu nichts helfen wenn ich ihm etwas von dem inhalt meiner unterredung mit dem komiker den er weder liebt noch achtet mitteilen wollte und über eine bitte auf seiner hut zu sein würde er lachen niemand weiß besser als er selbst wie unzuverlässig die gemütsart der athener ist und daß es unter seinen mitbürgern leute gibt die ihm übel wollen wie wohl keiner von ihnen auftreten und sagen kann sokrates hat mir jemals unrecht getan er weiß daß er feinde hat aber wie der komiker sagte er verachtet sie und geht seinen weg ich erinnere mich daß einst in einem kleinen vertrauten kreise der unerschütterlichen festigkeit erwähnt wurde womit sokrates als damaliger vorsteher der prutanen sich der wuth des volks bei dem gesetzwidrigen verfahren gegen den admiral diomedon und seine kollegen entgegengestellt hatte das gespräch fiel unvermarkt auf die unmöglichkeit dass ein staatsbeamter in einer demokratie bei einer ausdauernden beharrlichkeit auf seiner pflicht dem hass und der verfolgung die er sich dadurch zuzöge nicht in kurzer zeit unterliegen sollte es ist traurig sagte kriton sich gegen seinen alten freund wendend sichs nur als möglich zu denken daß ein rechtschaffner mann gerade deswegen weil er rechtschaffen ist feinde haben soll da es nun aber nicht anders ist versetzte sokrates was soll es uns kümmern das ärgste daß sie uns zufügen können ist doch nur daß sie uns dahin versetzen wo wir nichts mehr von ihnen zu leiden haben werden gestehe kleonidas sokrates ist ein herrlicher mann ich fühle dies zuweilen so lebhaft daß ich sokrates sein möchte wenn mirs möglich wäre etwas anders zu sein als dein aristipp ende von neun aristipp von christoph martin wieland erster band 10 an kleonidas diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz du bist begierig von mir zu erfahren was für eine bewandtnis es mit dem dämonion des sokrates habe von welchem dir dein megarischer gastfreund wie es scheint seltsame und unglaubliche dinge erzählt hat was denkt sich sokrates dabei von welcher gattung dämonen ist dieses dämonion hat es eine gestalt oder ist es eine bloße stimme die ihm leise ins ohr flüstert oder vielleicht ohne worte sich nur dem inneren sinne vernehmbar macht oder wirkt es etwa bloß durch leise berührung im wachen oder im traum gefragt oder ungefragt häufig oder selten hat es ihn nie getäuscht nicht sind die dinge sind die dinge die es ihm vorhersagt so beschaffen dass es schlechterdings unmöglich ist sie vorher zu sehen oder lässt sich begreifen wie ein mann von scharfem blick in den zusammenhang der dinge sie auch ohne dämonion erraten konnte alle diese kleinen fragen mein freund könnte uns niemand besser beantworten als sokrates selbst warum fragst du ihn denn nicht ich wollte es wirklich zwei oder drei mal lag mir die frage schon auf der zunge aber immer hielt mich ein weiß nicht was eine art von scheu zurück als ob ich im begriff wäre etwas unziemliches zu tun aufrichtig zu reden kleonidas ich schäme mich ein wenig mit einem so ehrwürdigen alten glatzkopfe von seinem dämonion zu reden und es ist mir gerade so dabei zumute als ob ich ihn fragen wollte was ihm diese nacht geträumt habe wenn ich aber auch über diese scham meister werden könnte so würde ich vermutlich nicht mehr damit gewinnen als einer meiner kameraden sieben jahres von theben der sich das herz nahm eine frage über sein dämonion an ihn zu tun und keine antwort von ihm erhielt im gegenteil sagte mir simias in seiner böotischen treuherzigkeit er drehte sich mit einem so finstern blick von mir weg dass mir die lust ihn wieder zu fragen auf immer vergangen ist weil also wie du siehst die quelle selbst aus welcher wir allenfalls die reinste wahrheit zu schöpfen hoffen dürften unzugangbar ist so wirst du dich schon an dem begnügen müssen was ich von seinen eltern freunden und anhängern nach und nach meistens nur tropfenweise habe heraus pressen können denn es ist als ob sie bedenken trügen sich offenherzig gegen mich heraus zu lassen woran freilich wohl die etwas unglaubige mine schuld sein mag die ich bei solchen gelegenheiten nicht völlig in meine gewalt bekommen kann ich habe immer bemerkt dass Personen die mit der neigung wunderbare dinge zu glauben etwas reichlich begabt sind sich zurückgehalten fühlen mit kalten köpfen so freimütig und nach herzenslust von solchen dingen zu sprechen wie sie mit ihresgleichen zu tun pflegen was ich indessen von der sache selbst herausgebracht habe denn an meinungen dieser leute kann dir nicht viel gelegen sein läuft auf folgendes hinaus Sokrates glaubt durch eine besondere göttliche Schickung von Kindheit an eine Art von ihm allein hörbarer Stimme vernommen zu haben als ein Warnungszeichen wenn er etwas beginnen wollte dessen Ausgang oder Erfolg ihm nachteilig gewesen sein würde über die Art und Weise wie diese angebliche Stimme ihm vernehmbar werde hat er sich nie erklärt gewiss aber ist dass er sie für etwas göttliches oder genauer zu reden für etwas divinatorisches von eben der Art wie die Götter nach dem gemeinen Volksglauben welchem auch er immer zugetan war durch Orakel oder die Eingeweide der Opfertiere den Flug gewisser Vögel und andere solche Anzeichen den Menschen zukünftige Dinge die sich durch keinen Grad menschlicher Klugheit und Erfahrenheit vorhersehen lassen andeuten sollen Niemand hat ihn je sagen gehört dass er einen eigenen Dämon habe dies aber ist gewiss dass er diese wahrsagende Stimme die er jedes Mal so oft er selbst oder seine Freunde etwas das zu ihrem Verdruss oder Schaden ausgefallen wäre unternehmen wollte zu vernehmen glaubte für eine göttliche Wirkung hielt und sich her daher ausdrücke die Stimme oder das Dämonion oder Gott hat mich gewarnt als gleichbedeutend zu bedienen pflegte auch darüber wie er dazu gekommen sei die Bedeutung dieses göttlichen Warnungszeichens zu verstehen hat er sich nie erklärt vermutlich mag es ihm in seiner frühen Jugend öfters begegnet sein einer Stimme deren Sprache ihm noch unbekannt war nicht zu achten weil es ihm aber jedes Mal übel bekam so wurde er endlich aufmerksamer und entdeckte auf diese Weise die Meinung und Absicht derselben auch ist bemerkenswert dass nachdem er sich durch häufige Erfahrungen ein für allemal überzeugt hatte dass die Stimme sich alle Zeit richtig hören lasse so oft er oder einer seiner Freunde in seiner Gegenwart etwas das unglücklich für ihn ausgegangen wäre unternehmen oder beschließen wollte er nun auch das Stillschweigen derselben für ein sicheres Zeichen nahm dass der Himmel sein Gedeihen zu dem was er oder seine Freunde vornehmen wollten geben werde so dass er also diese Wundergabe sowohl auf der rechten als auf der umgekehrten Seite als Warnungs- und Billigungszeichen gebrauchen konnte zum Beweise wie übel der Ungehorsam gegen die Warnungen dieses Orakels einigen Bekannten des Sokrates bekommen sei sind mir verschiedene Beispiele erzählt worden womit ich dich verschonen will da dir diese Leute unbekannt sind und die Umstände in welche ich mich einlassen müsste kein Interesse für dich haben können genug dass ich diese Tatsachen zum Teil aus dem Munde unverwerflicher Zeugen habe und das wenigstens nicht leicht zu erklären wäre was den Sokrates hätte bewegen können die besagten Personen durch ein erdichtetes Vorgeben er höre das gewohnte Warnungszeichen von Ausführung dessen was sie im Sinne hatten zurückzuhalten übrigens muss ich zur Steuer der Wahrheit noch hinzutun dass ich den Sokrates selbst in den zwei Jahren seitdem ich ihn alle Tage sehe und ihm oft in ganzen Wochen nicht von der Seite komme dieser ihm beiwohnenden Art von Divination mit keinem Wort erwähnen gehört habe dies kann zufälligerweise oder vielleicht wohl gar auf Abraten des Dämonions selbst geschehen sein denn ich habe zuweilen einen Argwohn dass es mir nicht recht grün ist und bin ziemlich geneigt ihm die Schuld zu geben dass Sokrates mich mit einer gewissen Zurückhaltung und Kälte zu behandeln scheint die ich mir lieber aus dieser als irgendeiner anderen Ursache erklären mag indessen beruht die Sache auf so übereinstimmenden Zeugnissen aller die schon viele Jahre mit ihm gelebt haben dass es ungereimt wäre daran zweifeln zu wollen dass er wirklich und schon von langer Zeit her diese übernatürliche Einwirkung zu erfahren vorgegeben habe und hat er dies vorgegeben so zweifle ich nicht und auch du Cleonidas würdest wenn du nur ein paar Tage mit ihm umgegangen wärst keinen Augenblick zweifeln dass er selbst von der Realität der Sache vollkommen überzeugt ist aber wie sollen wir uns die Möglichkeit einer solchen Überzeugung bei einem so verständigen gesetzten und helldenkenden Manne wie Sokrates ist erklären fragst du es gibt der Dinge so viele mein Freund die wir uns nicht erklären können dass es auf eines mehr oder weniger nicht ankommt soll ich dir indessen freimütig sagen was ich denke Sokrates ist unleugbar ein sehr weiser Mann aber am Ende sind wir doch alle von weibern geboren und wem hängt nicht irgendeine Schwachheit an die ihn mit allen anderen so ziemlich auf gleichen Fuß setzt die seinige ist unter uns dass er ein wenig aberglaubischer ist als einem weisen Mann erziemt es scheint wirklich ein Erbstück von seiner Mutter oder Großmutter zu sein aberglaubig Sokrates aberglaubig rufst du Ja Kleonidas entweder aberglaubig oder der größte Heuchler den je die Sonne beschienen hat das Letztere ist er nicht bei Gott kann er nicht sein also jenes oder wie nennst du den der nicht zufrieden in solchen Dingen den Gesetzen seines Landes genug zu tun im ganzen ernst an alle Götter und Göttinnen von Uranus und Geh bis zum kleinsten Quell Nymphchen auf dem Pernes an Orakel prophetische Vögel Träume und Anzeichen aller Arten glaubt und seine Freunde nach Delphi oder Klaros schickt um sich Rats zu erholen ob das was sie beginnen wollen wohl von statten gehen werde der Grund dieser Anhänglichkeit an den gemeinen Volksglauben muss tief und fest bei ihm sitzen da Anaxagoras selbst zu welchem er doch schon in seiner Jugend freien Zutritt hatte es nicht weiter bei ihm brachte als ihm in den Rheinern begriffen von der Gottheit ein neues Mittel zur Unterstützung des Aberglaubens an die Hand zu geben die Gottheit oder die Götter denn er pflegt sich ohne Unterschied bald auf die eine bald auf die andere Art auszudrücken die Gottheit also sagt er welche für alle Dinge um des Menschen willen und für den Menschen allein als ihren Liebling um seiner selbst willen sorgt hat ihn mit einem Körper woran alles zu seinem bequemsten Gebrauch und Nutzen aufs künstlichste eingerichtet ist versehen und damit er imstande sei alle möglichen Vorteile aus der Natur der Dinge zu ziehen hat sie ihm die Vernunft mitgeteilt um ihre Eigenschaften und Beziehungen auf ihn zu erkennen und sie zu dem was sie sein sollen zu mitteln seines eigenen Zweckes zu machen aber seine Vernunft dringt nicht so tief in den Zusammenhang der Dinge dass sie ihm auch ihre künftigen Verknüpfungen und den Nachteil der seinen Unternehmungen dadurch zuwachsen kann hinlänglich zu enthüllen vermöchte sie zeigt ihm wohl wo wann und wie er handeln soll aber die Folgen und der Ausgang seines Tuns und Lassens bleiben meistens ungewiss sollten die Götter für ihren Liebling nicht besser gesorgt haben als ihn ohne alle Gewehr und auf bloßes gerate wohl im Dunkel der Zukunft umher tappen zu lassen allerdings sie selbst kommen der Unzulänglichkeit seiner Vernunft zu Hilfe und entschleiern so weit sie es ihm nötig oder zuträglich finden durch Orakel Träume und Vorbedeutungen die Zukunft vor ihm da es also in seiner Macht steht sich auf diesem Wege über den Ausgang seiner Unternehmungen zu unterrichten so wäre es ebenso töricht und gottlos diesen ihm angebotenen Beistand der Götter zu verachten als es töricht und vermessen wäre wenn er in Dingen worin ihm hinlängliches Licht geben kann zu Orakeln und Divinationen seine Zuflucht nehmen wollte was meinst du Cleonidas sollte ein Mann von sehr lebhaftem Geiste der so resoniert nicht unvermerkt dahin gelangen können das divinatorische Vermögen der Vernunft das in höherem oder geringem gerade allen Menschen beiwohnt zumal das dunkle Vorgefühl eines Übels welches uns oder andere unter gewissen Umständen und Anscheinungen treffen könnte für einen Wink der Gottheit eine seinem Innern zuflüsternde dämonische Stimme zu halten und wenn etwa der Erfolg zufälligerweise einem solchen vermeinten Wink entsprochen hätte sich in seiner Einbildung dergestalt zu bestärken dass das was vielleicht anfangs eine bloße Vermutung war ihm endlich zur Gewissheit würde und dies umso leichter wenn er wie Sokrates sich angewöhnt hätte von der Gottheit nach morgenländischer Weise bei allen Gelegenheiten so zu reden als ob sie die unmittelbare Ursache aller natürlichen und menschlichen Dinge sei doch bin ich nicht selbst ein Tor dich und mich mit einer Sache dieser Art so lange aufzuhalten muss denn an einem so ungewöhnlichen Manne wie Sokrates alles so begreiflich wie an einem Alltagsmenschen sein die neuesten Berichte die ich aus Cyrene erhalte lassen mich ohne Dämonion voraussehen das Arreston durch das Übergewicht das ihm seine eigennützige Freigebigkeit bei der zahlreichsten und handfestesten Volksklasse verschafft vermutlich in kurzem den Sieg über seine Nebenbuhler davontragen und es in seine Gewalt bekommen wird der Republik eine neue Gestalt zu geben ob auch eine bessere das liegt dem Schoße der Götter immer finde ich dass deine Familie nicht übel getan hat sich wie du mir meldest noch in Zeiten und mit guter Art an die Partei anzuschließen die allen Anscheinungen nach das Spiel gewinnen wird wenn man keine Hoffnung hat etwas fürs Allgemeine ausrichten zu können so gebietet die Klugheit wenigstens für sich selbst zu sorgen aber sollte denn wirklich für die Republik nichts mehr zu tun sein ich fürchte nein und sehe bei der allgemeinen Verderbnis unserer Sitten es noch für ein Glück an dass es keine energischen Seelen unter uns gibt die uns den schnell verlodernden Enthusiasmus für Freiheit und Gleichheit unter dessen Gewalt wir gar bald zusammen senken mit schrecklichen Kämpfen und Zuckungen büßen lassen würden in unserer Lage wäre vielleicht das Schlimmste was begegnen könnte wenn die demokratische Partei Mittel fände sich der Zügel zu bemächtigen Indessen da der Ausgang bürgerlicher Unruhen immer ungewiss ist rate ich dir und deinen Freunden es mit keiner Partei ganz zu verderben und keine so eifrig zu nehmen daß ihre niederlage auch euern untergang nach sich ziehen müßte ende von zehn aristipp von christoph martin wieland erster band elf an demokles diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz so ist sie denn endlich geborsten die gewitterwolke die wir schon so lange über unser ungewahrsames vaterland herhangen sahen jetzt lieber demokles darf ich dir doch wohl bekennen dass die besorgnis in eine von den infaktionen die einander der malen in den haaren liegen wieder willen hinein gezogen zu werden ein hauptgrund war meine reise nach griechenland zu beschleunigen dächte mein verwandter ariston wie ich oder hätten meine vorstellungen eingang bei ihm gefunden so möchte sich unsere regierung noch lange zwischen oligarchie und demokratie hin und her geschaukelt haben ohne daß die öffentliche ruhe viel dabei gelitten hätte aber seine hohe meinung von sich selbst die zehn jahre die eher älter ist als ich das unglück zu früh zum besitz eines beinahe fürstlichen vermögens gekommen zu sein und der hof von schmeichlern und parasiten wovon er überall umgeben ist standen immer zwischen ihm und mir die republik hat nun einmal den grad der verderbnis erreicht der eine veränderung ihrer regierungsform unvermeidlich macht unter den drei oder vier nebenbuhlern die sich um die schöne basileia bewaben muss sie wie es scheint am ende doch einem zuteil werden und da einer so viel recht an sie hat als der andere warum sollte der eitle und ehrsüchtige ariston sie einem anderen überlassen ohne wenigstens zu versuchen wie weit er es durch seine gunst beim volke und durch seinen anhang unter den jungen leuten der mittelklassen bringen könne zumal da der umstand dass seine älter mutter dem königlichen geschlechte des batos angehörte ihm einen anscheinenden vorzug vor den übrigen gibt deren mehr oder weniger verdeckte anschläge auf eben dasselbe ziel gerichtet sind dass dies nicht meine vorstellungsart sei glaube ich durch die tat bewiesen zu haben aber wie ich sah dass ariston seine partei genommen hatte was blieb mir übrig als mich so weit als möglich zu entfernen wenn ich nicht in den fall kommen wollte mich öffentlich entweder für oder wieder einen mann zu erklären der seit dem tode seines vaters als das haupt unserer familie angesehen und aus leicht begreiflichen ursachen von allen übrigen gliedern derselben teils geschont teils offenbar begünstiget wird aber auch ohne diesen besonderen bewegungsgrund würde ich sehr verlegen sein wenn ich eine von euren faktionen schlechterdings zur meinigen machen müsste seit erlöschung des letzten männlichen sprösslings der battiaden ging cyrene wie dir bekannt ist in eine ziemlich anarchische demokratie über auf welche unser volk zur ehre seines menschen verstandes gar bald freiwillig verzicht tat um sich einer art von aristokratie zu unterwerfen bei welcher es sich wie es immer zu gehen pflegt solange wohl befand als die regenten redliche und verständige männer waren keinen anderen zweck als die allgemeine wohlfahrt hatten und einsicht genug besaßen sich in der wahl der mittel nicht zu vergreifen dass diese goldene zeit nicht bis zur dritten generation dauerte versteht sich von selbst die geschichte aller oligarchien ist auch die unsrige und es ist leicht vorauszusehen dass wir in dem krampfhaften zustande worin sich unsere republik dermalen befindet noch von glück zu sagen haben werden wenn wir ohne die fürchterlichen folgen einer langwierigen anarchie zu erfahren recht bald es sei nun durch wiederherstellung der demokratie oder einwilligung in die oberherrschaft eines einzigen wieder zur ruhe kommen bevor das mächtige karthago unseren händeln auf eine art die uns noch weniger behagen dürfte ein ende macht zwischen zweien übeln das kleinste zu wählen ist oft eine schwere aufgabe ich danke den göttern dass ich bei dieser wahl keine entscheidende stimme habe müsste ich aber schlechterdings meine meinung sagen so würde ich raten das was man sich am ende doch gefallen lassen wird weil man muss lieber freiwillig und zu einer zeit zu verfügen da es noch in unserer gewalt ist die bedingungen selbst zu machen unter welchen wir die regierung mit dem wenigsten nachtheil des gemeinwesens in die hände eines einzigen legen könnten meines erachtens gibt es für einen kleinen oder mittelmäßigen staat keine bessere verfassung als diejenige welche solon den athenern gab gewesen wäre wenn ihm pallas athene den guten gedanken eingeflüstert hätte den pisistratus von freien stücken zur übernahme eines zehnjährigen archontats zu berufen allenfalls mit der bedingung ihm diese höchste würde nach zehn jahren wenn das volk mit seiner regierung zufrieden wäre auf seine ganze lebenszeit zu verlängern die athener sind nie glücklicher gewesen als unter der regierung des pisistratus und hipparchus es fehlte ihr nichts als dass sie nicht verfassungsmäßig war wäre sie es gewesen so würde der tyrann pisistratus ein muster guter fürsten heißen so würde athen wahrscheinlich der blühendste mächtigste und dauerhafteste unter den griechischen staaten geworden sein und so viele tragische glückswechsel und alles unheil des 27 jährigen verheerungskrieges der sich so übel für sie endigte nicht erfahren haben möchten die faktionen welche unsere republik zerreißen und deren keine noch stark genug ist die oberhand zu erhalten sich auf diese weise zur rettung des vaterlandes vereinigen auf allen fall und da mein besagter rat alles ist was ich für dasselbe tun kann sei es dir freigestellt von diesem briefe nach deinem gut befinden gebrauch zu machen damit ich dir bei meinem vorschlag nicht etwa einer eigennützigen rücksicht verdächtig werde erkläre ich unverhohlen dass ariston meine stimme wofern ich eine zu geben hätte nie erhalten würde solange cyrene noch mehr als einen mann aufweisen kann dem ungleich größere verdienste ein besseres recht geben der erste im staate zu sein lebe wohl demokles und berichte mir mit der ersten gelegenheit was für eine wendung diese händel nehmen deren ausgang mir um so weniger gleichgültig sein kann da ich aller wahrscheinlichkeit nach in jedem falle mehr dabei zu verlieren als zu gewinnen haben werde ende von elf aristipp von christoph martin wieland erster band zwölf an eben denselben diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz es fehlt viel daran lieber demokles dass mir die nachrichten von dem immer wahrscheinlicher werdenden erfolg der anschläge meines verwandten die du mir durch den schiffer von gochthüner zugefertiget hast so angenehm wären als du zu glauben scheinst sie würden es auch dann nicht sein wenn ich nicht voraus sähe dass meiner familie vielleicht kein größeres unglück zustoßen könnte als wenn ariston in seinem unternehmen glücklich wäre seine partei so eifrig zu unterstützen scheint das wenn die kurze herrlichkeit vorüber sein wird sein fall notwendig auch der ihrige sein muss lass michs wiederholen mein freund um unsere republik vor einer unabsehbaren reihe unseliger folgen der gegenwärtigen störung ihres innern gleichgewichtes zu retten ist kein anderes mittel als eine neue regierungsform und dies vorausgesetzt fordere ich alle weisen unter griechen und barbaren heraus in diesem augenblick eine bessere für euch zu ersinnen als die solonische unter der bedingung deren ich neulich erwähnte wenn ihr euch nämlich von freien stücken entschlösset unter den vier ehrgeizigen die einander die tyrannie über zirene streitig machen den tauglichsten das ist den der den besten kopf mit der meisten stärke des charakters vereiniget an die spitze der republik zu stellen da du wie ich aus deiner antwort sehe meine meinung nicht ganz gefasst zu haben scheinst so erlaube mir mich über diesen punkt deutlicher zu erklären als die athener nach dem tode des edelmütigen kodros beschlossen dass jupiter allein würdig sei der nachfolger eines solchen königs zu sein gingen sie nicht plötzlich zu einer demokratischen verfassung über die republik wurde von einem archon regiert welcher anfänglich auf lebenslang hernach auf zehn jahre mit dieser höchsten würde bekleidet wurde und auch nachdem man in der folge für besser hielt die verrichtungen derselben unter neunjährige archonten zu verteilen war die verfassung zu solons zeiten noch immer aristokratisch das volk schmachtete unter dem druck der vornehmen und reichen familien in deren händen die ganze staatsversammlung lag und selbst die blutigen gesetze drakons scheinen einen aristokratischen geist zu atmen und dahin abgezielt zu haben durch ihre furchtbare strenge dieser regierungsform eine ewige dauer zu verschaffen natürlicherweise erfolgte das gegenteil das zur verzweiflung getriebene volk fühlte endlich seine stärke die republik zerfiel in parteien jede hatte einen mächtigen aristokraten an der spitze dessen wahre absicht wohl keine andere war als sich seines anhangs zur überwältigung der übrigen zu bedienen und sich zum einzigen stellvertreter des königs jupiter zu erklären in dieser lage der sachen fand solon in dem allgemeinen vertrauen auf seine weisheit ein mittel alle parteien zu vereinigen man bevollmächtigte ihn nicht nur die alten gesetze zu verbessern sondern auch was alle parteien für das nötigste hielten der republik selbst eine neue verfassung zu geben ein so weiser mann wie solon konnte da er selbst ohne ehrgeiz war unmöglich auf den gedanken fallen dass den gebrechen der aristokratie abgeholfen wäre wenn er eine reine demokratie an ihre stelle setzte er war bloß darauf bedacht die republik durch verteilung der gewalten unter die archonten den areopagos einen senat von vierhundert und die volksgemeine dergestalt zu ordnen dass er sich eine dauerhafte harmonie des ganzen davon versprechen konnte indessen bewies der erfolg in wenig jahren dass seine neue staatseinrichtung mit einem gebrechen behaftet war welchem hätte vorgebeugt werden können wenn er etwas weiter vor sich hinaus gesehen und der momentanen stimmung des volkes auf der einen und der verstellten mäßigung der ehemaligen oligarchen auf der anderen seite nicht zu viel getraut hätte das volk nämlich war durch die plötzliche befreiung von den bisherigen bedrückungen und die aussicht auf die vorteile die es von der solonischen gesetzgebung mit recht erwartete so zufriedengestellt dass es sich mit dem sehr beschränkten anteil an der staatsverwaltung der ihm durch dieselbe eingeräumt wurde vor der hand willig abfinden ließ auf der anderen seite sahen die ehrgeizigen die es während der unruhen auf allein herrschaft angelegt hatten dass sie die ausführung ihrer anschläge auf einen günstigern zeitpunkt verschieben müssten aber solon hätte billig unbefangen genug sein sollen vorauszusehen dass weder die untern volksklassen noch die häupter der mächtigsten familien sich in den schranken worin er sie eingeschlossen hatte lange halten lassen würden und dass er also um der ruhe des staats dauer zu verschaffen auf ein haltbares mittel bedacht sein müsse den einen und den anderen jede ausdehnung ihrer politischen rechte unmöglich zu machen dieses mittel würde er in einem epagen oder wie man ihn sonst nennen wollte gefunden haben dem die konstitution nicht mehr aber auch nicht weniger macht in die hände gegeben hätte als er fordert wurde um das volk durch die aristokratie die aristokratie durch das volk und beide durch die allmacht des gesetzes in ihren schranken zu erhalten der einwurf die athener hätten das nachtheilige eines solchen vorstehers an den ehmahligen lebenslänglichen arschonten bereits erfahren wäre von keiner erheblichkeit gewesen das nachteilige lag bloß darin daß die gewalt der ersten arschonten zu unbestimmt und zu willkürlich war denn im grunde stellten sie eine art von königen unter einem andern namen vor aber dies würde bei meinem epagen der fall nicht gewesen seyn da er durch den aristokratischen areopagus den aus den drei ersten bürgerklassen gezogenen senat der vierhundert und die allgemeinen volksversammlungen gesetzmäßig beschränkt gewesen wäre und diese drei gewalten einander wie es ihr interesse erforderte mit gehörigem nachdruck unterstützt haben würden jeder versuch des epagen sich über die gesetze weg zu schwingen und unabhängig zu machen hätte notwendig misslingen müssen wie gut und wie nötig es gewesen wäre das solon seinem übrigens so verständig angelegten staatsgebäude diesen gipfel aufgesetzt hätte zeigte sich nach seiner entfernung nur zu bald in wenig jahren wachten die alten faktionen wieder auf lykogos bearbeitete die mittlern burgerklassen megakles die aristokraten pisistratus das gemeine volk weder solon noch seine gesetze konnten dem überhandnehmenden übel wehren kurz es bedurfte der alleinherrschaft des pisistratus der zuletzt die oberhand behielt ordnung und ruhe wieder herzustellen und die gesetze solons wieder in wirksamkeit zu setzen ich hoffe nun freund demokles dir meine gedanken über das was in den dermaligen umständen zum besten unserer vaterstadt getan werden könnte durch dieses so genau auf unsere umstände passende beispiel einleuchtend genug gemacht zu haben um dich von selbst auf die betrachtungen zu leiten die ich deiner anscheinenden vorliebe für die reine demokratie entgegenstellen könnte wenn ich ein freund dieser art von kämpfen wäre wo man stirn an stirn und knie auf knie mit dem andern um seine meinung ringt oder wenn ich sie für eine gute art jemand von seiner meinung zurückzubringen hielte zudem würde auch ein solcher streit in diesem augenblick ein wahres schattengefecht sein denn nach allem was du mir berichtest zu urteilen würde wenn auch du und deine freunde euch tätig für die demokratie erklären wolltet schwerlich zu hoffen sein dass ihr eine partei zusammenbringen könntet die nur jeder einzelnen der bestehenden gegenparteien geschweige allen zusammen die spitze zu bieten vermöchte und gewiss würden diese sogleich gemeine sache gegen jeden machen der sich nur den leisesten verdacht zuzöge als ob er mit einem solchen anschlage umgehe hingegen müsste ich mich sehr betrügen wenn mein vorschlag nicht noch durchzusetzen wäre wofern die redlichen freunde des vaterlandes und der freiheit mit gehöriger mäßigung und klugheit zu werke gingen und sich zu rechter zeit für denjenigen erklärten der sich an der höchsten würde im staat unter den einschränkungen der solonischen konstitution genügen lassen wollte ich habe meinen verwandten ausführlich und nachdrücklich über diese sache geschrieben aber ich gestehe dass ich mir wenig erfolg davon verspreche auf alle fälle habe ich das meinige getan vielleicht mehr als von einem noch nicht volljährigen staatsbürger gefordert werden kann geschehe nun was die götter über uns beschlossen haben oder um den guten göttern kein unrecht zu tun was von dem allgewaltigen einfluss der beiden großen regenten unsers wetterlaunischen planeten der torheit die uns von innen und dem zufall der uns von außen beherrscht vernünftigerweise zu erwarten ist es wäre viel glück wenn wir indem wir so blindlings in den glückstopf des schicksals greifen gerade das beste los herauszögen ich für meine person bin auf alles gefasst und falls ich dahin kommen sollte wie bias alles was ich mein nennen kann bei mir zu tragen so tröste ich mich damit daß ich wenigstens nicht schwer zu tragen haben werde ende von zwölf aristipp von christoph martin wieland erster band dreizehn an kleonidas diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz ich gestehe unverhohlen daß ich ein großer freund aller tage bin die von unseren frommen vorfahren dem allgemeinen müßiggang und wohlleben gewidmet wurden immerhin mögen arbeitsamkeit und enthaltsamkeit wo sie nicht töchter der notwendigkeit sind unter die preiswürdigsten tugenden gerechnet werden wenigstens sind sie es bloß als mittel zu dem was der letzte wunsch aller lebenden natur ist ruhe ist die angenehmste belohnung des arbeiters und der arme behilft sich die meiste zeit schlecht um sich zuweilen einen guten tag machen zu können an festtagen sehe ich allenthalben fröhliche gesichter jeder mann ist besser als gewöhnlich gekleidet tut sich gütlicher geht ins bad kränzt sich mit blumen gemeinschaftliche opfer gesänge und gebete feierliche aufzüge übungsspiele tänze und schauspiele nähren und erhöhen den sympathetischen trieb und lassen uns vom geselligen bürgerleben dessen tausendfache kollisionen die tage der arbeit und geschäftigkeit so häufig erschweren und verbittern nur das gefügige angenehme und tröstliche empfinden die natur hat mir wie du weißt zu einem ziemlich kalten kopf ein warmes herz gegeben mir ist nie wohler als wenn ich mich so ganz aufgelegt fühle allen menschen hold zu sein und dies bin ich immer wenn ich sie in gemeinschaft fröhlich sehe denn da wiege ich mich unvermerkt in die süße täuschung ein sie alle für gut und wohlwollend zu halten und mache mir selbst weiß sie würden es immer sein wenn sie sich immer glücklich fühlten du wirst es also ganz begreiflich finden lieber kleonidas dass ich ungeachtet der schelen gesichter die ich mir von meinen gravitätischen mitgesellen und zuweilen auch wohl von dem meister selbst gefallen lassen muss keine gelegenheit versäume wo ich mir diesen behäglichen lebensgenuss verschaffen kann einer meiner hiesigen bekannten ein mann von geist und angenehmem umgang der nach athenischer art reich ist und was hier in den augen einer gewissen klasse noch mehr zu sagen hat sein geschlechtsregister auf mütterlicher seite von kodrus ableitet besitzt ein schönes landgut auf der insel ägina die nicht viel über zweihundert stadien von athen entfernt liegt und wiewohl von natur nur ein kahler felsen durch eine fünfhundertjährige anbauung und den wetteifer ihrer durch gewerbe und handelschaft reich gewordenen einwohner sie auf alle nur mögliche weise zu verschönern eines der anmutigsten eilande ist die im myrtoischen meer und im saronischen meerbusen zerstreut umherliegen eurybates so nennt sich mein freund der das vornehmste fest der ägina die poseidonia gewöhnlich auf seinem gute zuzubringen pflegt bat mich ihm diesmal gesellschaft zu leisten und ich nahm seine einladung um so williger an da diese festtage gerade in die schönste jahreszeit fallen und durch einen großen markt belebt werden der eine menge fremde vom festen lande und den benachbarten inseln herbeizieht wir hatten bereits einige tage in allerlei festlichen lustbarkeiten verlebt als eurybates mir den antrag machte ob ich nicht lust hätte den abend in gesellschaft der schönen lais zuzubringen er setzte vermutlich um mir desto mehr lust zu machen hinzu wenn ich meinen augen glauben darf so ist schwerlich ein weib im ganzen griechenlande daß ihr den preis der schönheit streitig machen kann da mir die landessitte bekannt ist so konnt ich natürlicherweise nichts anders denken als die rede sei von einer hetäre mit deren gesellschaft eurybates seine freunde diesen abend zu bewirrten gedenke und wiewohl ich bisher den umgang mit frauenzimmern aus dieser klasse immer zu vermeiden suchte so kamen doch hier mehrere umstände zusammen die eine ausnahme schicklich zu machen schienen kurz ich sagte meinem wirkte es werde mir um so angenehmer sein ihm eine so interessante bekanntschaft zu danken zu haben da ich gestehen müßte dass ich eine art von ideal in meinem kopf hätte dem die schöne lais den vorzug abzugewinnen einige mühe haben würde indessen kam der abend heran und wie ich eben mit verwunderung zu bemerken anfing daß ich nirgends eine anstalt zu einem gastmahl im hause zeigte kam erübates mir zu sagen es wäre nun zeit ihm zu seiner schönen nachbarin zu folgen zu welcher nachbarin zu welcher andern als zur schönen lais die vor einigen tagen hierher gekommen ist um von einem kleinen gute besitz zu nehmen das ihr durch den tod eines freundes zugefallen ist und das glücklicherweise unmittelbar an das meinige stößt die rede ist also nicht von einer hetäre sagte ich nun ja hetäre oder auch nicht hetäre wie du willst im grunde lässt sie sich nicht wohl in eine andere klasse stellen wenn sie ja klassifiziert sein muss aber dann ist sie eine hetäre wie es zwei oder drei ausgenommen noch keine gegeben hat sie kommt nicht zu uns mein guter aristipp man muss zu ihr kommen und auch dies ist eine gunst die nicht jedem zuteil wird der sie allenfalls bezahlen könnte die schöne lais liebt ausgesuchte gesellschaft und dem müssen die grazien sehr hold sein der ihr bis auf einen gewissen grad gefallen zu können hoffen darf ohne diese bedingung ist sie wie man sagt um keinen preis zu haben ob es immer so sein werde lässt sich vielleicht ohne sich an amor und aphrodite zu versündigen bezweifeln daß es aber jetzt so sei ist um so glaublicher da sie kaum zwanzig jahre zählt und von ihrem ersten liebhaber in einer sehr glücklichen lage hinterlassen worden ist dieser vorbericht spannte meine neugier und erwartung so stark daß mir der weg der uns nach dem hause der schönen korintherin führte dreimal länger vorkam als er in der tat war wir fanden sie in einem geräumigen auf ionischen marmorsäulen ruhenden gartensaale von einem kleinen kreise dem ansehen nach feiner junger männer umgeben und wie es schien in einem lebhaften gespräche begriffen schon von ferne bevor es möglich war ihre gesichtszüge genau zu unterscheiden deuchte mir ihre gestalt die edelste die ich je gesehen hätte ihr anzug war mehr einfach als gekünstelt und eher kostbar als schimmernd leicht genug um einen bildner der keine schöne form unangedeutet lassen will zu befriedigen aber zugleich so anständig dass selbst die grazie der scham nicht untadeliger bekleidet werden könnte die hat einen feinen takt für ihre kunst dachte ich aber stelle dir vor mein freund wie gewaltig ich überrascht wurde da ich ein paar schritte näher die nämliche dame in ihr zu erkennen glaubte mit welcher ich vor drei jahren zu korinth auf eine so seltsame art in bekanntschaft gekommen war ohne damals ihren stand und namen erfahren zu können ich musste alle meine gewalt über mich selbst zusammenraffen um der edlen unbefangenheit womit sie mich empfing keine größere betroffenheit entgegenzusetzen als sich allenfalls mit der wirkung ihrer schönheit auf jeden der sie zum ersten male sah entschuldigen ließ dass ich es wollte war ich mir deutlich genug bewusst doch zweifle ich sehr ob es mir in der ersten viertelstunde so gut gelang als ich wünschte denn gewöhnlich verrät einer durch die bemühung etwas unter seinem mantel zu verbergen daß er etwas verberge und dies ist genug um die aufmerksamkeit aller umstehenden zu erregen das wahre ist daß die furcht mich zu irren und das verlangen mich nicht zu irren den blicken womit ich sie durch und durch zu erspähen und nach allen dimensionen auszumessen scheinen mußte mir wie sie mir in der folge selbst sagte etwas zu gleicher zeit so schüchtern unverschämtes gieriges und erstauntes gab dass sie selbst mühe gehabt hätte sich in gehöriger fassung zu erhalten wenn sie nicht auf diese bloß von meiner seite unerwartete zusammenkunft vorbereitet gewesen wäre in der tat hatte sie sich in den drei jahren die seit der ersten verflossen waren dermaßen verschönert daß ungeachtet das bild meiner korinthischen anadiomene noch wenig in meiner erinnerung verloren hatte oder vielmehr eben deswegen ein kleines misstrauen in meine augen oder in mein gedächtnis ganz natürlich war sie war indessen merklich größer geworden und die blüte ihrer prächtigen gestalt schien soeben den augenblick der höchsten vollkommenheit erreicht zu haben den augenblick wo die fülle der hundertblättrigen rose sich nicht länger in der schwellenden knospe verschließen lässt sondern mit gewalt aufbricht um ihre glühenden reize der morgensonne zu entfalten dies verbreitete einen so blendenden glanz um sie her dass ich wiewohl die ähnlichkeit mit sich selbst zu entschieden war um nicht jeden aufsteigenden zweifel sogleich wieder niederzuschlagen doch nicht aufhören konnte mich durch wiederholtes anschauen von einer so angenehmen wahrheit immer gewisser zu machen bei allem dem behielt ich doch noch so viel besonnenheit um zu meinem troste wahrzunehmen dass die anderen anwesenden den einzigen eurybates vielleicht ausgenommen jeder für sich zu stark mit unserer schönen wirtin beschäftigt waren um sich viel um mich zu bekümmern auch blieb mir nicht unbemerkt dass sie selbst am wenigsten gewahr zu werden schien dass etwas besonderes in mir vorgehe und wenn mich ein paar verstohlene seitenblicke nicht verständiget hätten würde die höfliche kälte womit sie sich gegen mich benahm neue zweifel haben erregen müssen diese nur mir verständlichen blicke sagten mir so zuverlässig sie sei es dass keine möglichkeit zu zweifeln übrig blieb und nun war es auch um so viel leichter die rolle einer ganz neuen bekanntschaft natürlich genug zu spielen um selbst den beobachtenden eurybates dadurch zu täuschen und den leisesten verdacht eines frühern verhältnisses zwischen uns unmöglich zu machen ich überließ mich jetzt mit meinem gewöhnlichen frohsinn oder leichtsinn wenn du willst dem heitern genuß des schönsten abends den ich bisher erlebt hatte und ich wollte alles in der welt wetten daß tantalus an der tafel jupiters nicht halb so glücklich war als ich im speisesaal dieser irdischen göttin welche nicht zufrieden uns mit dem ambrosia und nektar ihrer schönheit und ihres witzes zu sättigen außerdem noch allem aufgeboten hatte was land und mehr und die kunst eines korinthischen kochs vermochte um selbst den gaumen eines sybariten zu befriedigen nimm es als einen beweis der stärke meiner liebe zu dir auf daß ich in diesen stunden der süßesten seelen berauschung wo es so leicht war ein letheisches vergessen alles dessen was man sonst liebte aus den augen dieser neuen zirze zu trinken mehr als einmal herzlich wünschte möchte doch mein kleonidas hier sein wär es auch auf gefahr seiner ersten liebe ein wenig ungetreu zu werden es ist denke ich dem menschen überhaupt und vor allem dem künstler zuträglich in allen gattungen und arten das höchste gesehen zu haben eine vollkommene schönheit ist in griechenland und vermutlich allenthalben etwas sehr seltenes die vereinigung einer solchen schönheit mit geistigen reizungen noch seltener dies vorausgesetzt ist die schöne lais unter den griechischen weibern was der phönix unter den vögeln ist ich habe die berühmte und von sokrates selbst geschätzte aspasia wie wohl in einem schon ziemlich vorgerückten alter mehrmal gesehen und gesprochen sie kann selbst in der blüte ihrer schönheit nie ein recht gehabt haben mit lais um den goldnen apfel zu streiten an stärke des geistes und an kenntnissen mag ihr vielleicht der vorzug bleiben aber an lebhaftigkeit und vielgestaltigkeit des witzes und der laune ist lais vielleicht einzig die feinsten wendungen der scherzenden oder nur leicht ritzenden ironie sind ihr so geläufig als ob sie bei meinem alten mentor in die schule gegangen wäre sie spricht gern und viel und findet immer den zierlichsten ausdruck und das rechte wort ungesucht auf ihren lippen ohne wie kassandra vom delphischen gotte besessen zu sein glaube ich vorauszusehen daß diese neue helena in ihrer art wenigstens ebenso viel unheil unter den ohnehin so leicht entzündbaren griechen unserer zeit anrichten wird als die tochter der leder unter den achäern und trojanern des heroischen zeitalters was sie in meinen augen am gefährlichsten macht ist ein gewisser unnennbarer zauber den ein dichter mit den unsichtbaren und unzerreißbaren schlingen vergleichen würde welche homers vulkan aus hinterlistigen absichten um das lager seiner treuen gemahlin legte weil ich mich nicht gern mit unerklärbaren und nichts erklärenden wörtern behelfe so habe ich in aller stille ausfindig zu machen gesucht worin dieser magische jüngs mit sokrates zu reden eigentlich bestehe und so viel ich jetzt davon sagen kann dünkt mich er liege darin daß sie sich aller ihrer reizungen immer bewusst ist ohne daß es scheint als ob sie ihren wegen anspruch an große bewunderung mache oder mit geheimen anschlägen auf eroberungen umgehe sie scheint in vollkommener selbstgenügsamkeit sich mit der gewissheit zu befriedigen es hange nur von ihr ab sobald sie lust dazu habe jeden sterblichen zum gott und jeden weisen zum narren zu machen da es hingegen in keines mannes gewalt stehe mehr über sie zu gewinnen als sie ihm freiwillig einzuräumen geneigt sei sie bedient oder begibt sich dieses vorrechts mit gleicher sarglosigkeit ohne anschein einer besonderen absicht aber wenn sie sich dessen bedient tut sie es öfters mit einem mutwillen der an grausamkeit grenzt wie wohl es vielleicht bloßer naturtrieb ihre macht zu versuchen sein mag sie schießt ihre strahlen umher wie die sonne die ihrigen ergießt unbekümmert wohin sie fallen und wie sie wirken ob sie erwärmen und beleben oder austrocknen versengen und zerstören daß die sprache der griechen keinen namen für diesen gefährlichen charakter hat beweiset vermutlich daß die schöne lais in ihrer art die erste ist ich sehe dich für die freiheit und ruhe deines aristipp zittern aber sei unbesorgt mein freund der salamander sagt man befindet sich sehr wohl in eben dem feuer worin andere lebendige wesen verzehrt werden ich schwöre dir daß ich in meinem leben nie freier heiter und aufgeräumter war als diesen abend nicht als ob ich mich einer gleichgültigkeit rühmen wolle die mir im grunde wenig ehre machen würde genug lais selbst scheint zu merken daß sie an einen jungen mann gerathen ist den hermes mit dem berühmten kreutschen moli das alle bezauberung unkräftig macht bewaffnet hat und ich denke wir wollen noch sehr gute freunde werden überdies war auch hier keine ursache zur eifersucht ich sahe keinen begünstigten und wie hätte ich mich darüber ärgern sollen gerade so viele nebenbuhler zu sehen als personen zugegen waren das wird nun einmal in den nächsten zehn oder zwanzig jahren nicht anders sein alles kommt darauf an nicht ob man ihr gefallen will wer wollte das nicht sondern ob man ihr gefällt und das muß man den göttern und ihrer laune anheimstellen ausschließliche anmaßungen an ein solches wesen machen zu wollen wäre nach meiner vorstellungsart als wenn einer sonne und mond für sich allein behalten wollte wenn ich auch die macht des großen königs besäße ich würde schwerlich töricht genug sein ein solches unrecht an ihr und an mir selbst zu begehen wer wäre berechtigt frei zu sein wenn ein so hoch von der natur begünstigtes weib es nicht sein sollte und wie wenig müßte der seinen eigenen vorteil kennen der wenn er es auch vermöchte die liebesgöttin zu seiner sklavin machen wollte wir brachten einen teil der nacht mit den gewöhnlichen ergötzlichkeiten zu womit die griechen ihre symposien zu würzen pflegen die schöne lais hat verschiedene niedliche junge sklavinnen die mit fertigkeit tanzen singen und auf allen arten von beseiteten instrumenten spielen die unterhaltung wechselte bald mit muntern gesprächen bald mit musik und mimischen tänzen ab und die dame des hauses selbst war so gefällig oder wie es einige von uns nannten so grausam uns zum abschied mit einer wahren sirenenstimme ein süßes liedchen von anakreon zu singen wobei vermutlich jedermann eben dasselbe fühlte was odysseus als der einladende zaubergesang der töchter des achelous über die wellen zu ihm herüberschallte und im weggehen versicherte mehr als einer daß er die erlaubnis zu bleiben mit dem schicksal der unglücklichen die in die klauen jener mörderischen sängerinnen gerieten nicht zu teuer erkauft gehalten hätte daß ich keiner von diesen war kannst du mir auf mein wort glauben es hatte sich zufälligerweise gefügt daß ich an diesem tage den ring am finger trug in welchen ich die haare meiner korinthischen unbekannten hatte fassen lassen und so konnte es nicht wohl fehlen daß ich gelegenheit fand ihr meine hand als wie von ungefähr nahe genug zu bringen daß sie ihr durch den druck einer feder aus dem kasten des rings heraufgebrachtes geschenk erkennen konnte ein leises erröten und ein lächelnder blick der unsere alte bekanntschaft zu gestehen schien versicherte mich dessen und mehr verlangte ich für diesmal nicht ende von dreizehn aristipp von christoph martin wieland erster band vierzehn an eben denselben diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz diesen morgen zog mich ich weiß nicht was oder vielmehr ich wußte sehr wohl was in das anmutige plantanenwäldchen das die grenze zwischen dem landgute meines wirts und den gärten der schönen lais zieht es stände jetzt nur bei mir lieber kleonidas dir weiß zu machen daß ich so gut wie mein alter sokrates einen kleinen dämon in meinen diensten habe und daß noch dazu mit dem vorzuge daß der meinige anstatt mich wie der sokratische bloß abzumahnen wenn ich etwas nicht tun soll mir zum beispiel ganz vernehmlich zuflüsterte wenn du in das platanen welchen gingest würdest du einer schönen nymphe begegnen die vermutlich so wenig vor dir davon liefe als du vor ihr ich will aber ehrlich mit dir verfahren und nicht mehr aus mir machen als sich gebührt und so kannst du dir die sache wenn du willst ganz natürlich vorstellen in beiden fällen wird das nämliche herauskommen denn kurz und gut als ich auf meinem spaziergange an die gartenhecke unserer nachbarin kam sah ich sie durch eine halb offene tür in einem zierlichen morgenanzug beschäftigt einige soeben aufbrechende rosen im gebüsch abzuschneiden und dazu eines von anakrions liedern auf die rose halb zu singen halb zu sumsen wie man zu singen pflegt wenn man nur sich selbst zum zuhörer hat sie erblickte mich sogleich indem ich mit der dreisten schüchternheit die mir wie die mädchen sagen sowohl ansteht vermutlich weil etwas kunst dabei ist gleichsam ungewiss ob ich es wagen dürfte weiter zu gehen in der tür stehen blieb sie kam mir einige schritte entgegen du scheinst fiel sie mir ins wort da ich eine entschuldigung zu stottern anfing mit einer gabe zu glücklichen würfen geboren zu sein aristep wer hätte gedacht daß wir uns in weniger als zwei jahren zu ägina wiedersehen würden und das in einem so reizend aufblühenden rosengebüsche setzte dein freund hinzu glaubst du auch an vorbedeutungen wenn sie meinen wünschen entgegenkommen ja da du dich nun einmal versetzte sie lächelnd ebenso unschuldig wie ich glauben will als ehemals zu korinth in mein gebiet verirrt hast würde mirs übel ziemen dich unbewirtet zu entlassen ich will das frühstück in die myrtenlaube dort bringen lassen und wir setzen uns zusammen und schwatzen die morgenstunden vorbei wenn du nichts angenehmeres zu versäumen hast meine antwort kannst du leicht erraten kleonidas aber was du vielleicht nicht erraten hättest war daß es unvermerkt mittag und abend wurde ohne daß wir eher ans abschied nehmen dachten bis uns die untergehende sonne daran erinnerte das benehmen meiner schönen wirtin war munter offen und absichtlos immer anständig und edel ohne ziererei und ansprüche und doch zugleich so traulich als ob wir nicht anders als freunde sein könnten mit einem wort du kannst dir nichts liebenswürdigeres denken als sie und keinen glücklichern sterblichen als mich der im genuss des gegenwärtigen gänzlich befriedigt keinen augenblick zeit hatte zu denken daß noch viel zu wünschen übrig sei und was dir vielleicht unglaublich scheinen mag auch nicht durch die leiseste begierde daran erinnert wurde dies ist denke ich die natürliche wirkung der vollkommenen schönheit wenigstens auf einen menschen meiner sinnesart und hätten die grazien nicht so viel reiz und an mutendes über alles was sie sagt und tut bis auf die leiseste bewegung der falten an ihrem gewand ausgegossen ich glaube ich könnte jahrelang täglich um lais gewesen sein ohne jemals aus dem süßen schlummer worin ihr anschauen meine sinne ließ aufzuwachen seltsam wirst du sagen aber so ist's oder vielmehr so war und blieb es rathe wie lange beim poseidon vier ganzer sommertage lang und ohne einen zufälligen umstand der dir die sache zu gehöriger zeit begreiflich machen wird dürften es vielleicht amor und afrodite verzeihen mirs ebenso viele wochen oder monate gewesen sein das neu angehende freunde wovon der eine aus cyrene und der andere aus der pelopsinsel kommt einander ihre geschichte erzählen versteht sich von selbst die meinige war bald abgetan wiewohl lais nicht glauben wollte dass ich noch so sehr neuling sei als ich mit völliger wahrheit wie dir bekannt ist zu sein vorgab oder vielmehr mit bescheidenheit andeutete die ihrige war indessen nicht viel reicher an abenteuern und da du das beste an ihrer erzählung den zauberklang ihrer stimme und den geist ihrer augen entbehren musst so will ich sie so kurz als möglich zusammenfassen lais wurde zu hykara in sizilien geboren sie erinnerte sich dass sie in einem großen hause auferzogen wurde und dass ihr zwei sklavinnen zu ihrer besorgung zugegeben waren sie war ungefähr sieben jahre alt als sie das unglück hatte ich nenn es glück und du wirst mirs nicht verdenken bei eroberung und zerstörung ihrer vaterstadt durch den bekannten athenischen feldherrn nikias vermöge des barbarischen rechts des sieges das unter unseren völkern zu ihrer schande noch immer gilt in die sklaverei zu geraten und mit anderen kindern ihres alters an den meistbetenden verkauft zu werden leontides ein reicher korinthischer eupatride kaufte sie und bezahlte sie beinahe so teuer als ein marmornes mädchen von einem polyklet oder alkamenes dieser leontides war immer ein großer liebhaber aller schönen dinge gewesen und wiewohl er im dienste der paphischen göttin bereits grau zu werden begann oder vielmehr eben deswegen kam er auf den gedanken sich an der kleinen laidion trost und zeitvertreib für seine alten tage zu erziehen er ließ ihr also unterricht in allen musenkünsten und überhaupt eine so liberale erziehung geben als ob sie seine tochter gewesen wäre ergötzte sich in der stille an ihren schnellen fortschritten und belohnte sich selbst zu rechter zeit für alles was er auf sie gewandt hatte so gut als gicht podagra und hüftweh es erlauben wollten dagegen betrug auch sie sich so gefällig und dankbar gegen ihn und leistete ihm die dienste einer krankenwärterin etliche jahre lang mit so viel sorgfalt geschicklichkeit und gutem willen dass er ihr seine erkenntlichkeit nicht stark genug beweisen zu können glaubte sie lebte in seinem hause als ob sie seine gemahlin wäre schaltete nach belieben über sein vermögen und durfte sich der freiheit die er ihr geschenkt hatte um so unbeschränkter bedienen da er ursache zu haben glaubte sich auf ihre klugheit und bescheidenheit zu verlassen in dieser lage befand sie sich als ich durch den bewußten zufall eine art von akteon wiewohl mit besserm glück bei ihr zu spielen berufen wurde und der plötzliche einfall sich auf unkosten eines zudringlichen unbekannten eine kleine lust zu machen wobei sie selbst nichts zu wagen sicher war hätte einer lebhaften jungen sizilianerin welche die schönste blumenzeit ihres lebens einem abgelebten gichtbrüchigen liebhaber aufzuopfern sich gefallen ließ von meinem runzligen freunde antisthenes selbst nicht übel gedeutet werden können bald nach dieser begebenheit starb der alte leontides und hinterließ seiner schönen wärterin die freiheit zu leben wie und wo sie wollte nebst einer beträchtlichen summe an barem gelde und dem zierlichen landsitz zu ägina der zwar von keinem großen ertrag aber durch seine reizende lage und die schönheit der gebäude und gärten beinahe so einzig in seiner art ist als seine besitzerin in der ihrigen die schöne witwe des korinthischen eupatriden befindet sich nun wie du siehst in einer lage die derjenigen ziemlich ähnlich ist in welche prodikus seinen jungen herkules auf dem scheidewege setzt zwei lebenswege liegen vor ihr zwischen welchen sie wie sie selbst glaubt wählen muß soll sie kann sie bei diesem lebhaften bewußtsein einer schönheit und einer zaubermacht die ihr sobald sie will alle herzen und alle begierden unterwirft bei solchen talenten und einem triebe zur unabhängigkeit dessen ganze stärke sie in ihrer vorigen lage kennenzulernen gelegenheit hatte sich entschließen mit auf opferung ihrer freiheit und ihres ganzen selbst an einen einzigen das ist mit gefahr einer ewigen reue sich in die venerable gilde der matronen einzukaufen oder soll sie mit verzicht auf diesen ehrenvollen titel sich auf immer der reizenden freiheit versichern nach ihrem eignen gefallen glücklich zu sein und glücklich zu machen wen sie will es müsste einem paar hochweiser zottelbärte komisch genug vorgekommen sein wenn sie hinter unserer myrtenlaube verborgen eine junge dame wie lais und einen schwarzlockigen wohlgenährten philosophen von 22 jahren mit einer zwischen pythagorischer sofrosyne sokratischer ironie und aristophanischer leichtfertigkeit leise hin und her schwebenden mine in der ernstlichsten konferenz über diese frage hätten behorschen können nichts müßte ihnen lustiger vorgekommen sein als das anscheinende vertrauen der jungen schönen zu der weisheit eines beinahe ebenso jungen freundes dessen eigenes interesse bei der sache stark genug in die augen fiel um ihr seinen rat auf jeden fall verdächtig zu machen das wahrste bei dieser beratschlagung war indessen daß die schöne lais recht gut wußte wozu sie sich bereits entschlossen hatte vermutlich war es ihr mehr darum zu tun mir ihre eigene art über diese dinge zu denken mitzuteilen als sich in der meinung daß ich sie nicht anders als billigen könne zu bestärken dies glaubte ich in ihren augen zu lesen da sie nachdem sie das problem besagtermaßen gestellt hatte sich auf einmal mit der treuherzigen frage an mich wandte was rätst du mir nun aristipp sage mir deine meinung ohne zurückhaltung und wenn du die forderung nicht unbillig findest so unbefangen als ob du der mann im monde wärst und einer bewohnerin des hesperus raten solltest was du von mir verlangst schöne lais antwortete ich ihr ist eben nicht ganz so leicht als du zu glauben scheinst indessen wäre es mir wenig rühmlich wenn ich schon zwei jahre um den weisesten aller menschen mit der delfischen priesterin zu reden gewesen wäre und nicht wenigstens eine handvoll brauchbarer maximen auf die seite gebracht hätte womit ich mir und andern bei gelegenheit aushelfen könnte eine dieser maximen ist wenn ich um rat gefragt werde immer zu raten was mir wirklich für die fragende person das beste scheint aber zugleich ehrlich zu gestehen dass wofern ich selbst auf irgendeine art dabei betroffen bin immer auch mit oder ohne klares bewusstsein einige rücksicht auf meine eigene wenigkeit dabei genommen wird so würde ich zum beispiel wenn ich dächte dass eine geheime vorliebe zu dem ehrsamen matronenstande in deinem schönen busen schlummere und ich selbst etwa der glückliche sei mit dem du deine freiheit in die schanze zu schlagen lust hättest nicht umhin können dich vor mir zu warnen weil in diesem falle zehn gegen eins zu wetten wäre dass es uns beide geräuen würde mich dir geraten dich mir gefolgt zu haben eine andere meiner lebens maximen ist meine handlungen so wenig als möglich von den meinungen anderer leute abhangen zu lassen ich müsste mich sehr irren wenn diese regel nicht auch für dich gemacht wäre endlich ist auch bei mir festgesetzt dass die person den stand nicht der stand die person adeln muss ich sehe keine unmöglichkeit warum ein junges frauenzimmer von deinen seltenen vorzügen in der unabhängigen lage wo rein dich dein alter patron gesetzt hat unter dem schutz der grazien nicht so viel freiheit als ihr selbst zuträglich ist mit einem gehörigen betragen dem die welt ihren beifall nie versagt sollte vereinigen können mein rat schöne freundin wäre also mit mehr oder weniger rücksicht auf meine maximen wenn du willst zu tun was dir dein herz und deine klugheit eingeben ich bin mit deinem rat vollkommen zufrieden weiser aristipp versetzte sie mit einem lächeln wie die augen der liebesgöttin lächeln mögen wenn ihr blick von ungefähr in einen spiegel fällt höre mich also an mein freund denn ich will mich dir so unzurückhaltend erklären wie personen meines geschlechts kaum mit sich selbst zu reden pflegen ich habe noch so wenig gelegenheit gehabt die stärke oder schwäche meines herzens aus erfahrung kennenzulernen dass es vermessenheit wäre wenn ich wie der sohn der amazone beim euripides amorn und seiner mutter trotz bieten wollte soweit ich mich indessen kenne scheint es nicht als ob die leidenschaft die der besagte dichter an seiner fädra so unübertrefflich schildert jemals mehr gewalt über mich erhalten werde als ich hier freiwillig einzuräumen für gut finde und ich wünsche vor jeder andern torheit so sicher zu sein als vor dem lyrischen einfall aus liebe zu irgendeinem phaon der schönen sapfo den sprung vom leukadischen felsen nachzutun bei allem dem gestehe ich gern dass ich den umgang mit männern ebenso sehr liebe als mir die unterhaltung mit den griechischen frauen vom gewöhnlichen schlage unerträglich ist du weißt vermutlich wie wenig bei der erziehung der griechischen töchter in betracht kommt dass sie auch eine seele haben und dass die seele kein geschlecht hat sie werden erzogen um so bald als möglich ehefrauen zu werden und der grieche verlangt von seiner ehelichen bettgenossin nicht mehr geist talent und kenntnisse als sie nötig hat um wo möglich schöne kinder zu gebären ihre mägde in der zucht zu halten und die geschäfte des spinnrockens und webestuhls zu besorgen ist sie überdies sanft keuch und eingezogen trägt sie wie die schnecke ihr gyneseon immer auf dem rücken und verlangt von keinem andern manne gesehen zu werden als von ihm lässt sich an und von ihm alles gefallen und glaubt in demut dass es keinen schönern klügern und bravern mann in der welt gebe als den ihrigen so dankt er den göttern die ihn mit einem so frommen tugendsamen weibe beschenkt haben ist höchlich zufrieden und hat wahrlich ursache es zu sein vor der langen weile die ihm eine so fromme und tugendreiche hausfrau machen könnte weiß er sich schon zu verwahren er sieht sie so wenig als möglich und verlangt er einen angenehmen weiblichen umgang so hält er sich irgendeine liebenswürdige gesellschafterin auf seinen eigenen leib oder bringt von zeit zu zeit einen abend mit seinen freunden in gesellschaft von hetären zu und wie könnte es anders sein da unsere ehrbaren frauen von aller männlichen gesellschaft zeit lebens ausgeschlossen und auf den umgang mit ihren mägden schwestern basen und nachbarinnen eingeschränkt aller gelegenheit sich zu entwickeln und die eigenschaften wodurch man gefällt und interessant wird zu erwerben schlechterdings beraubt sind was bleibt also einer jungen person meines geschlechts wenn sie mit der gabe zu gefallen und einem geiste der sich nicht in den engen raum eines frauen gemachs einswängen lassen will von mutternatur ausgestattet worden ist was bleibt ihr anders übrig als entweder sich selbst und das ganze glück ihres lebens der leidigen landessitte aufzuopfern oder die freiheit mit allen arten gebildeter und liebenswürdiger männer umgang zu haben als das einzige mittel wie sie selbst entwickelt und gebildet werden kann dadurch zu erkaufen dass sie sich gefallen lässt zu einer klasse gerechnet zu werden die der weise solon zwar durch einen schonenden namen gewissermaßen zu ehren gezogen hat die aber doch sowohl durch ihre bestimmung als den charakter und die sitten des größten teils ihrer Mitglieder von einem unheilbaren vorurteil gedrückt wird und mit einem flecken behaftet ist den alle vorzüge einer corinna sapfo und aspasia nicht auszulöschen vermögen oder könntest du mir einen andern weg dem gemeinen schicksal der frommen und tugendhaften frauen und der tödlichsten langweile ihres umgangs zu entgehen zeigen aristipp ich wo wolltest du einen gemahl finden der dich für das unendliche opfer das du ihm bringen müßtest entschädigen könnte wenn er auch wollte und von dem du gewiß wärest er werde es immer wollen sie wenigstens wirst du mir zugeben dass ich einiges recht hätte auch von ihm ein größeres gegenopfer zu verlangen als er mir vermutlich zu bringen geneigt wäre und gesetzt er wäre es glaubst du wohl selbst ein gott und eine göttin könnten von jeder andern gesellschaft entfernt einander lange alles sein ich wenigstens bin mir meines unvermögens eine solche zwei siedlerei in die länge auszuhalten vollkommen bewusst gute gesellschaft oder was in griechenland wenigstens ebenso viel ist männergesellschaft ist für mich ein unentbehrliches bedürfnis ich habe zu wohl erfahren was es ist mit einem einzigen manne und mit lauter weibern zu leben um das experiment zum zweiten male zu machen es ist also fest beschlossen aristipp ich werde meine freiheit behalten und mein haus wird allen offen stehen die durch persönliche eigenschaften oder talente berechtigt sind eine gute aufnahme zu erwarten ich gegen diesen heroischen entschluss kann niemand weniger einzuwenden haben als ich aber freilich wirst du wie du selbst sagtest in der welt sie nur heraus mit dem worte für eine hetere passieren vermutlich aber warum sollte ich mich über das vorurteil das auf diesem namen liegt nicht hinwegsetzen jeder stand in der gesellschaft hat gewisse vorurteile gegen sich unsere ehrbaren matronen passieren im durchschnitt genommen für gänse und elstern oder falls sie verstand genug dazu haben für heuchlerinnen die tag und nacht auf nichts als ränke sinnen wie sie ihre männer hintergehen und die vorteile des hetären standes mit der achtung die dem frauenstande gebührt zugleich nutznießen wollen und wenn man die komödiendichter hört so ist noch die frage ob eine person von geist und feinem gefühl nicht mehr ehre davon habe eine so seltene hetere wie aspasia oder targelia zu sein als eine matrone die unter jedem hundert nach der gemeinen meinung wenigstens drei fünftel sind hier oder nirgends tritt der fall ein mein freund wo ich sehr unrecht hätte meine entschließung von der meinung anderer leute abhängen zu lassen ich liebe den umgang mit manns personen aber als männer sind sie mir gleichgültig ich kenne sie denke ich bereits genug um die stärke und den umfang der macht zu berechnen die ich mir ohne unbescheidenheit über sie zutrauen darf ich weiß was sie bei mir suchen und da es bloß von mir abhängt sie durch so viele umwege als mir beliebt im labyrinth der hoffnung herumzuführen so verlass dich darauf dass keiner mehr finden soll als ich ihn finden lassen will und das wird für die meisten wenig genug sein kurz du sollst sehen aristipp wie bald die allgemeine sage unter den griechen gehen wird es sei leichter die tugend der züchtigsten aller matronen in athen zu falle zu bringen als einer von denen zu seyn zu deren gunsten die hetäre lais weil sie doch hetäre heißen soll sich das recht ausnahmen zu machen vorbehält sie sagte dieß mit einem so reitzenden ausdruck von selbstbewußtseyn und mutwillen dass es mir beinahe unmöglich war nicht auf der stelle die probe zu machen ob ich vielleicht unter diese ausnahmen gehören könnte aber die furcht durch ein zu rasches wagestück mein spiel auf immer zu verderben zog mich noch stark genug zurück daß ich meister von mir selber blieb solltest du sagte ich indem ich eine ihrer lilienhände die in diesem augenblick auf ihrem schoße lag etwas wärmer als der bloßen freundschaft zukommt mit der meinigen drückte solltest du wirklich hartherzig genug sein ein so grausames spiel mit uns armen zu treiben als du dir jetzt einzubilden belieben trägst hartherzig versetzte sie mit spottendem lächeln ihre hand schnell unter der meinigen wegziehend indem sie sich ebenso schnell von der bank wo wir saßen aufschwang und wie eine göttin vor mir stand zum beweise daß ich es wenigstens nicht für dich bin laß dir ein für allemal raten freund aristipp keine kunstgriffe bei mir zu versuchen unser verhältnis ist von einer sehr zarten art ich erlaube dir den augenblick zu belauschen aber hüte dich ihm zuvorzukommen beinahe soll dich denken schöne lais erwiderte ich du seist bei dem weisen sokrates in die schule gegangen wieso weil die lehre oder warnung die du mir soeben gibst die nämliche ist die ich ihn einst einer jungen hetere zu athen geben hörte du scherzest aristipp wie käm ein mann wie sokrates dazu sich mit dem unterricht einer hetere abzugeben du kennest ihn noch zu wenig schöne lais wie ich sehe kein sterblicher ist freier von vorurteilen als er und das geschäft seines lebens ist allen arten von personen unbegehrt und ohne auf ihren dank zu rechnen unterricht und guten rat zu geben er lehrt einen gerber besseres ledermachen einen tänzer gefälliger tanzen einen maler geistreicher malen einen hipparchen seine reiter und pferde besser abrichten warum sollte er nicht auch eine unerfahrene aber schöne und leerbegierige junge hetere zur virtuosin in ihrer kunst zu machen suchen du erregst meine neugier wolltest du mir wohl das vergnügen machen mir alles zu erzählen was du von dieser sonderbaren begebenheit noch im gedächtnis hast sehr gern ich erinnere mich noch eines jeden wortes wiewohl es schon über jahr und tag ist dass sie sich zugetragen hat einer von den unsrigen kleombrotos von abrasien ein junger schwärmer wenn je einer war erzählte uns er habe soeben durch einen glücklichen zufall gelegenheit gehabt das schönste mädchen in athen zu sehen und zwar wie nicht jeder man sie zu sehen bekomme denn sie sitze eben einem maler als modell da er nicht aufhören konnte von der schönheit dieser jungen person als einer unaussprechlichen sache zu reden sagte sokrates endlich lächelnd wenn das ist so könntest du uns den ganzen tag davon sprechen ohne dass wir ein wort mehr wüssten als zuvor denn von einer unaussprechlichen sache einen begriff durchs ohr zu bekommen ist unmöglich da wäre also sagte dein naseweiser freund aristipp kein anderes mittel uns zu überzeugen dass kleombrotos nicht zu viel gesagt habe wiewohl er eigentlich nichts gesagt hat als dass wir selbst hingingen und mit eigenen augen säen so gehen wir denn sagte sokrates kleombrotos führte uns also alle so viel unser gerade um den meister waren nach der wohnung der schönen theodota mit welcher er durch seinen freund den maler schon bekannt war wir wurden gefällig empfangen stellten uns in bescheidener entfernung um den künstler her und sahen was zu sehen war war das mädchen wirklich so schön unterbrach mich lais im ton der vollkommensten gleichgültigkeit in der tat antwortete ich in eben dem ton schön genug dass sie mit allen ehren die stelle einer von deinen drei grazien einnehmen könnte schmeichler sagte sie indem sie mir einen leichten schlag auf die schulter gab ich unterbreche dich nicht wieder als der maler aufgehört und die schöne theodota sich in ein nebengemach begeben hatte um ihren anzug wieder in die gewöhnliche ordnung bringen zu lassen warf sokrates in einem ihm ganz eigenen unnachahmlichen mittelton zwischen scherz und ernst die frage auf ob wir die zuschauer der schönen theodota für die erlaubnis ihre schönheiten in einen so genauen augenschein zu nehmen oder theodota nicht vielmehr uns für die beschauung dank schuldig sei und entschied sie nach maßgabe des ihr oder ihnen wahrscheinlich daraus zu wachsenden vorteils oder nachteils zugunsten der zuschauer inmittelst hatte er seiner gewohnheit nach mit seinen weit hervorragenden scharf blickenden augen das innere des ganzen hauswesens ausgekundschaftet und als theodota wieder sichtbar ward machte er ihr sein kompliment über den reichen und glänzenden fuß auf welchem alles bei ihr eingerichtet sei das alles setzte er hinzu muß dich viel geld kosten und ein so großer aufwand setzt ein großes vermögen voraus du hast ohne zweifel ein schönes landgut keine erdscholle antwortete theodota etwas schnippig also vermutlich ein haus das dir ansehnliche renten abwirft auch das nicht erwiderte sie indem sie ein paar große augen an den mann machte der einer unbekannten so sonderbare fragen vorlegte und ihr dennoch seines schlechten aufzugs ungeachtet er furcht und zutrauen einzuflößen schien aha nun verstehe ich du bist eigentümerin einer großen fabrik worin eine menge geschickter arbeiter geld für dich verdienen ich ich besitze nichts dergleichen wovon kannst du denn einen solchen aufwand machen die freigebigkeit meiner guten freunde erwiderte sie errötend und hielt inne gute freunde das gesteh ich da hast du allerdings ein großes besitztum ein rudel freunde ist freilich ein ganz anderer reichtum als eine herde rinder schafe und ziegen aber wie fängst du es an schöne theodota dass du so gute freunde bekommst lässt du es auf den zufall ankommen ob sich so ein freund wie eine fliege von ungefähr an dich setzt oder gebrauchst du etwas kunst dazu ich verstehe dich nicht wie käme ich zu einer solchen kunst wenigstens so leicht als eine spinne du weißt doch wie sie es machen um sich ihren unterhalt zu verschaffen sie weben eine art feiner netze die mücken verfangen sich darin und dienen ihnen zur speise ich soll also auch so ein netz weben meinst du warum nicht du wirst dir doch nicht einbilden daß ein so köstliches wildbret als gute freunde sind dir so ohne alle list und mühe mir nichts dir nichts in die küche laufen werde siehst du nicht wie mancherlei anstalten die jäger machen um nur einen schlechten hasen zu erhaschen weil der hase immer bei nacht auf die weide geht schaffen sie sich hunde an die bei nacht jagen und weil er ihnen bei tage entlaufen würde halten sie spürhunde die wenn er von der atzung in sein lager zurückgeht seiner fährte folgen und ihn dort zu fangen wissen weil er so schnell füßig ist daß er ihnen im freien gar bald aus den augen kommt haben sie windspiele bei der hand die ihn im laufen fangen und da er ihnen auch so vielleicht noch entrinnen könnte stellen sie überall wohin er seinen lauf nehmen könnte jagdnetze auf worrein er sich verwickeln muss das alles mag zur hasenjagd sehr dienlich sein sagte theodota mit einem kleinen spöttischen naserümpfen nur sehe ich nicht welches von diesen mitteln mir dienen könnte um freunde zu erjagen was meinst du theodota wenn du dir statt eines spürhundes jemand anschaffen könntest der die gabe hätte dir die reichen dilettanten auszuriechen und in deine netze zu jagen in meine netze was für netze hätte ich denn das fragst du schöne theodota eines wenigstens gewiß das auf alle fälle schon weit reicht und von der natur selbst gar zierlich gestrickt wurde und wie kannst du vergessen daß du in diesem schönen leibe eine seele hast die dich lehren könnte wie du die augen brauchen mußt um die männer durch deine blicke zu bezaubern was du reden mußt um sie aufgeräumt und fröhlich zu machen wie du den der dich ernstlich liebt durch die anmut deines betragens festhalten und den lüstling der nur in deinen reizen schwelgen will abschrecken und entfernen sollst und hast du nicht auch ein gemüt das dich an deinem freunde anteil nehmen macht das dich antreibt die zärtlichste sorgfalt an ihn zu verschwenden wenn er krank ist ihm die lebhafteste teilnehmung zu zeigen wenn er irgendetwas rühmliches getan hat und mit ganzer seele an ihm zu hangen wenn er dir beweise gibt dass auch er es recht herzlich mit dir meine ich zweifle nicht du kannst mehr als nur liebkosen du kannst auch lieben und du machst dir ein geschäft daraus die gewalt die du über die gemüter deiner freunde hast dazu anzuwenden sie zu den edelsten und besten menschen zu machen ich versichere dich sagte theodota indem sie den mund mehr als nötig war auftat um uns zwei reihen der schönsten perlenzähne zu weisen von dem allen ist mir nie etwas in den sinn gekommen das ist mir leid für dich denn es ist nichts weniger als gleichgültig ob man den menschen gehörig und seiner natur gemäß behandelt oder nicht mit gewalt wirst du wahrlich keinen freund weder bekommen noch behalten das ist ein wild das sich nicht anders fangen und an die krippe gewöhnen lässt als dass man ihm wohl begegnet und vergnügen macht das erste also worauf du zu sehen hast ist daß du von deinen liebhabern nichts verlangest als was sie dir leicht und mit dem wenigsten aufwand gewähren können das zweite daß du ihnen in eben dieser art keine gefälligkeit schuldig bleibest dies ist ein unfehlbares mittel zu machen daß sie dich immer lieber gewinnen dich desto länger lieben und desto freigebiger gegen dich sind du weißt warum es ihnen eigentlich bei dir zu tun ist und es ist wohl nicht deine meinung die tyrannen mit ihnen zu spielen das wovor du dich hüten musst ist also bloß vor lauter gefälligkeit dem guten nicht zu viel zu tun du siehst daß die leckerhaftesten gerichte dem der keine lust zum essen hat nicht schmecken wollen und dem satten sogar ekel erwecken kannst du hingegen deinem gasten hunger machen so wird ihm auch gemeine kost willkommen sein was müßt ich denn tun sagte theodota mit der scharf mäßigsten miene in einem der schönsten gesichter um denen die mich besuchen hunger zu machen vor allen dingen dich wohl in acht nehmen ihnen wenn sie satt sind nichts weiter vorzusetzen geschweige sie noch gar nötigen zu wollen lässest du ihnen zeit so wird der appetit von selbst wiederkommen wenn du aber siehst daß dies der fall ist so übereile dich ja nicht locke sie durch die artigsten manieren die feinsten liebkosungen sei lebhaft reizend sogar mutwillig aber entschlüpfe ihnen immer wieder wenn sie dich zu haben meinen und ergibt dich nicht eher bis du gewiß bist daß sie den höchsten wert auf deine gefälligkeit legen diese lehre schien der jungen person einzuleuchten wenn nur du sagte sie und lächelte den alten herrn so holdselig an als ihr möglich war wenn nur du mir freunde jagen helfen wolltest warum nicht wenn du mich dazu bereden kannst das möchte ich wohl gern wenn du mir nur sagen wolltest wie ich es machen muss das ist deine sache du musst eine seite ausfindig machen wo du mir beikommen kannst so besuche mich nur recht fleißig lieber sokrates ich habe nur nicht viel übrige zeit meine gute theodota erwiderte sokrates der des scherzens mit der albernen puppe überdrüssig zu werden anfing meine häuslichen und öffentlichen geschäfte lassen mir wenig müßige augenblicke auch habe ich eine hübsche anzahl guter freundinnen die mich tag und nacht nicht von sich lassen wollen weil ich sie gar wirksame liebes tränke und zauberlieder lehre ei was du sagst verstehst du dich auch auf solche dinge sokrates wie soll dich nicht meinst du der apollodor und der antisthenes hier gehen mir um nichts und wieder nichts nie von der seite oder zebes und simias kommen ohne ihre guten ursachen bloß meinetwegen bis von theben her gelaufen du begreifst doch daß so was nicht ohne hexerei und liebestränke und zauberschnüre möglich ist so sei so gut und leihe mir eine solche schnur damit ich sie gleich auf dich werfen kann ich will aber nicht zu dir gezogen sein sagte sokrates lächelnd du sollst zu mir kommen von herzen gern wenn du mich nur annehmen willst das will ich wohl es wäre denn daß eben eine bei mir wäre die ich lieber habe hier endigte sich dieser in seiner art einzige sokratische dialog wir empfahlen uns und gingen lachend unseres weges schade sagte lais daß so viel witz und laune an so ein attisches hühnchen verschwendet wurde ich hätte mir nie vorgestellt daß es eine so erzeinfältige hetere in einer stadt wie athen geben könnte das macht sie ist eine geborene athenerin eines ehrsamen bürgers tochter sowohl erzogen wie du vorhin sagtest daß die griechischen töchter beinahe alle erzogen würden und bloß durch armut und hang zum müßiggang und zur üppigkeit verleitet sich in eine profession zu werfen worin sie ungeachtet aller mühe die sich sokrates selbst mit ihr gegeben schwerlich jemals eine virtuosin zu werden die mine hat aber weißt du sagte lais daß ich ganz verliebt in deinen sokrates bin und große lust habe dich nach athen beim anubis fuhr ich etwas unbesonnen heraus ich traue dir mutwillen genug zu einen solchen einfall wenn er dich anwandelt auszuführen niemand kann eine größere meinung von deiner zauber macht haben als ich ich glaube daß dir alles mögliche möglich ist und doch wollte ich dir nicht raten diese probe an dem kaltblütigsten 68er den vermutlich der erdboden trägt zu machen falls es dich etwa verdrießen könnte wenn sie fehl schlüge reize mich nicht aristipp versetzte sie wer weiß wie weit ich es trotz seiner 68 jahre und seiner kaltblütigkeit mit hilfe seiner eigenen theorie mit ihm bringen könnte ich schmeichle mir freund kleonidas durch die großmütige vertraulichkeit womit ich dich an meinem neuen verhältnis und der schönen lais teilnehmen lasse einigen dank von dir zu verdienen und in dieser gerechten voraussetzung könnte ich mich leicht zu der angenehmen arbeit entschließen eine art von tagebuch über alles merkwürdige was mir während meines aufenthalts in ägina vermutlich noch begegnen wird für dich zu halten freilich werde ich wenig zeit zum schreiben haben und große arbeitsamkeit ist leider auch keine meiner glänzendsten tugenden ich will mich also zu nichts anheischig gemacht haben ich überlasse mich wie du weißt am liebsten den eingebungen des augenblicks und so tue ich oft mehr als ich mir selbst zugetraut hatte mein wird erübates der sonst mit sokratischen tugenden eben nicht schwer beladen ist besitzt wenigstens eine und gerade die wodurch er sich jetzt am meisten um mich verdient machen kann in einem hohen grade und das ist die edle tugend seinen freunden nicht durch übermäßige dienstbeflissenheit lästig zu sein und sie ihrer wege gehen zu lassen wenn er merkt dass ihnen ein gefallen damit geschieht ich gestehe dass mir anfangs ein wenig bange war ich möchte ihn bei der schönen lais in meinem wege finden aber nichts weniger man sieht ihn nie in ihrem hause als wenn sie große gesellschaft hat und auch dann ist er eine ziemlich seltene erscheinung und oft schon wieder verschwunden ehe man seine gegenwart recht gewahr wurde auch zeigt er nicht die geringste neugier von meinem verhältnis gegen sie mehr zu wissen als andere kurz es ist etwas ganz exemplarisches wie wenig wir einander mit unserer freundschaft beschwerlich sind ohne zweifel wundert dich eine solche gleichgültigkeit gegen eine nachbarin wie es keine andere in der welt gibt es ging mir wie dir ich erkundigte mich unter der hand ein wenig nach seinem tun und lassen und es entdeckte sich als ein neues beispiel der unlauterkeit aller menschlichen tugenden dass mein freund eurybates bis über die ohren in liebe zu einer dame in ägina der frau eines dasigen rats herrn befangen ist die ihn so künstlich bei der nase herumzuführen weiß daß er sich ihr für das opfer ihrer tugend zu grenzenloser erkenntlichkeit verbunden glaubt während die gleisnerische spitzbübin einen geheimen plan mit ihrem ehrenfesten und wohlweisen gemahl angelegt hat ihm ihre besagte tugend so teuer zu erkaufen daß er sich für das was sie ihn kostet das schönste haus die schönsten gemälde und statuen die schönsten pferde und hunde und ein halb dutzend der schönsten tänzerinnen und flötenspielerinnen im ganzen achaia hätte anschaffen können wiewohl noch viel fehlt daß sie die schönste frau auch nur in ägina wäre so spielt der götter und der menschenherrscher amor einem abkömmling des großen kodrus mit mein freund Ende von 14 Aristip von christoph martin wieland erster band 15 an kleonidas diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz vor einigen tagen langte ein junger künstler aus paros auf dem landsitze der schönen lais an um ihr eine beinahe vollendete venus von parischem marmor zu überbringen welche leontides kurz vor seiner reise in das land aus welchem man nicht wiederkommt bei ihm bestellt hatte sie war für einen kleinen tempel in dem myrten welchen bestimmt das einen teil der weitläufigen gärten dieser schönen villa ausmacht und lais hatte auf verlangen ihres patrons zum modell dazu dienen müssen es versteht sich daß diese venus zwar nur hier und da von einem nebelartigen gewand umflossen aber doch nicht gewandlos ist denn zu einer noch größeren gefälligkeit hatte sich die junge dame schlechterdings nicht bequemen wollen die stellung die der eupatride selbst gewählt hat und die dir keine schlechte meinung von seinem geschmack geben wird ist der augenblick da die junge göttin zum ersten mal in der olympischen götterversammlung erscheint die ausführung läßt von dem jungen künstler der sich skopas nennt noch viel schönes und großes erwarten aber schwerlich wird er jemals etwas vollkommeneres aufstellen als der kopf und der halb entblößte oberleib dieser liebesgöttin ist man verlangt von uns sagte mir skopas daß wir göttliche naturen nach einem höhern ideal bilden sollen als was die menschliche im einzelnen darstellt aber hier war die rede nicht davon mein modell zu verschönern mir war nur bange daß ich es nicht würde erreichen können und in der tat bin ich noch nicht mit mir selbst zufrieden ich der das werk freilich mit keinem künstlerauge ansah wusste sogar wenn lais dabei stand nichts zu finden worin es dem urbilde noch ähnlicher sein könnte selbst den geist der die beschauer anzusprechen scheint ein wundervolles unbeschreibliches gemische von jungfräulicher befangenheit und innigem selbstbewusstsein dessen was sie ist hat er aus dem zaubergesichte meiner schönen freundin herausgestohlen gleich beneidenswürdig es mag geschicklichkeit oder glück sein wodurch es ihm gelang fühlt ihrs scheint sie den um sie her sich drängenden göttern zu sagen daß ich die göttin der schönheit bin dieser skopas ist ein sehr interessantes wesen für mich und wie wohl viel fehlt daß ich es auch für ihn sein müsste so scheint er doch einiges belieben an meiner unterhaltung zu finden und ich bringe täglich etliche stunden in seiner werkstatt zu denn außer der besagten venus hat er noch eine gruppe des eros und anteros und einige stücke in halb erhabener arbeit zu fertigen die für den kleinen tempel bestimmt sind er ist ein helldenkender kopf und hat wie ich sehe ohne es von sokrates gelernt zu haben ausfindig gemacht dass ein bild ebenso wohl seine eigene seele zu haben und dessen was es vorstellen soll sich bewusst zu sein als leben zu atmen scheinen müsse seiner versicherung nach hat er es dem berühmten sophisten prodicus zu danken daß er von natur und kunst und von dem was für den menschen in beiden das höchste ist klarere begriffe hat als die meisten seiner kunst verwandten lais ist nicht selten die dritte person in seinem arbeit saale und wenn ich zur eifersucht geneigt wäre so käme es bloß auf mich an in dieser hässlichen leidenschaft schnelle und große fortschritte zu machen denn es ist nicht zu leugnen dass kopas durch seine venus sich eine art von recht an sie erworben hat und ich müsste mich sehr irren oder er hat auf ihre dankbarkeit umso sicherer gerechnet da er wirklich ein liebenswürdiger junger mann und dem ansehen nach von unverdorbenen sitten ist wie ich mich in dieser lage benehme fragst du wie ein weiser mann kleonidas ich scheine nichts zu merken nichts zu fürchten nichts voraus zu sehen bin offen und vertraulich gegen meinen nebenbuhler freundschaftlich und anspruchlos gegen die dame des hauses und glaube durch dieses betragen bei der letztern desto mehr zu gewinnen da der gute kopas wie alle göttermacher denke ich ziemlich hitzig ist und einen zu seinem nachteil begünstigten mitwerber nicht so leicht ertragen könnte als ich der sich zum gesetz gemacht hat den grazien keine gunst weder abverdienen noch viel weniger abnötigen zu wollen das wirkliche gleichgültigkeit die quelle meiner anscheinenden ruhe sein könnte ist ein gedanke der ihr gar nicht in den sinn kommt gestern traf lais die einrichtung daß wir den ganzen tag ungestört allein beisammen sein konnten weil's kopas noch eine sitzung nötig fand um den kopf seiner venus zu vollenden gleichwohl schien er selbst nicht recht zu wissen was noch fehlen sollte und begnügte sich indessen hier und da mit leisen schlägen an den haarlocken herumzuspielen in der tat hatte er etwas ganz anderes auf dem herzen und weil ihm vermutlich keine feinere wendung um die sache einzuleiten beifallen wollte fing er zuletzt an eine art von missmütiger laune zu zeigen zu welcher nirgends ein sichtbarer grund vorhanden war was fehlt dir skopas fragte ihn lais endlich in einem so sanften ton als ein übel launiger ehemann von der geduldigsten gattin nur immer verlangen könnte ich kann es nicht länger verbergen ich bin ärgerlich daß einem bilde wie dies etwas fehlen soll und was fehlt ihm denn noch fragte ich so bescheiden als einem in den mysterien der kunst uneingeweihten gebührt alles antwortete skopas alles ist viel sagte lais mit einem komischen zucken der augenbrauen und lippen arme aphrodite da müssten wir dich ja gar in irgendeinen unzugangbaren gartenwinkel verbannen skopas genug es fehlt ihr daß sie nicht so schön ist als sie sein könnte ich nenne dies alles lais erkläre dich lieber skopas du siehst mehr als wir andern glaubst du noch etwas verbessern zu können bricht sich vielleicht irgendeine falte nicht zierlich genug ich will dir gern noch stehen so oft und lange du es nötig findest eine falte sagte skopas mit einem schweren seufzer die falten sind es eben was mich ärgert die göttin der schönheit sollte gar keine falten haben lais also ein nasses gewand meinst du skopas wozu überall ein gewand kann das verwünschte gewand wie leicht es auch geworfen ist etwas anders tun als die schönheit umwölken die vermöge ihrer natur nichts was nicht wesentlich zu ihr gehört an sich dulden kann lais kommst du wieder auf deine alte grille skopas verzeih schöne lais daß die göttin der schönheit auch durch die zierlichste bekleidung verliert ist natur der sache das grillenhafte es muss nun einmal heraus ist die falsche scham die eines edlen und frei denkenden wesens unwürdig ist das ein einfältiges ding von einem attischen bürgermädchen wiewohl es sich den augen der künstler ohne bedenken stückweise vermietet sich mit zähnen und klauen wehrt wenn es sein letztes gewand fallen lassen soll begreift sich und hat immer seine guten ursachen aber was für einen grund könnte eine untadelige schönheit haben sich verbergen zu wollen ohne verschleierung gesehen zu werden ist ja ihr höchster triumph lais und wenn sie nun keine lust hätte sich dem möglichen fall auszusetzen von lüsternen augen entweiht zu werden skopas das ist als wenn die sonne nicht leuchten wollte um ihr licht zu keinen schlechten handlungen herzugeben vollkommene schönheit ist das göttlichste in der natur so betrachtet sie das reine auge des wahren künstlers so jeder mensch von gefühl für beide ist sie ein gegenstand der anbetung nicht der begierde lais das mag von der göttin selbst gelten skopas aber welche sterbliche dürfte sich ohne übermut einer vollkommenen schönheit vermessen skopas wenn dies deine einzige bedenklichkeit ist so hab ich gesiegt ich nehme die verantwortung bei der furchtbaren nemesis auf meinen kopf lais komm mir zuhülfe aristipp du siehst mit was für einem verwegenen menschen ich zu kämpfen habe aristipp ich fürchte sehr du wirst einen schwachen beschützer an mir haben der genius der kunst ist auf seiner seite das ratsamste wäre deucht mich einen gütlichen vergleich mit ihm zu treffen lais in einem tragischen ton auch du gegen mich du den ich für meinen freund hielt nun dann wenn ich ja das opfer seines eigensinns werden soll skopas um vergebung schöne lais ich fühle dass mich das interesse meiner bildsäule und der kunst über die gebühr zudringlich gemacht hat ich besinne mich es wäre allerdings unbillig in der tat am ende bist auch du nur eine stabliche aristipp mir fällt ein ausweg ein der wofern er deinen beifall hat schöne lais den künstler zufrieden stellen könnte wenn mich meine augen nicht sehr getäuscht haben so ist unter deinen aufwärterinnen eine welche völlig deine größe hat und die gesichtsbildung ausgenommen dir an gestalt so ähnlich ist daß sie in einiger entfernung leicht mit dir verwechselt werden könnte wie wenn du diese an deiner stadt der kunstpreis gäbest skopas dem aristipp ist's zu verzeihen einen solchen vorschlag getan zu haben ich machte mich des namens eines künstlers auf immer unwürdig wenn ich ihn annähme meine venus muß in sich selbst vollendet muß sozusagen eine reine auflösung des problems der schönheit sein nicht das leiseste mißverhältnis darf die vollkommene symmetrie aller teile und die höchste einheit des ganzen stören lais dieses unglück ist leicht zu verhüten wir lassen das bild wozu ich selbst weil es mein ehemaliger gebieter wollte zum modell dienen mußte wie es ist wenig und leicht genug bekleidet sollte ich denken um einen nicht gar zu eigensinnigen kunstliebhaber zu befriedigen und weil skopas so große lust hat seine idee einer vollkommenen schönheit in einer ganz enthüllten aphrodite darzustellen so überlasse ich ihm meine lesbia dazu ihr gesicht mag wohl einiger verschönerung fähig sein aber dafür bin ich gut dass er im ganzen griechenland und allen seinen inseln keinen schönern körper finden soll skopas als den dessen hälfte in diesem bilde eine jede andre als die göttin selbst eifersüchtig machen muß lais da mich skopas aus billiger rücksicht dass ich doch nur eine sterbliche bin und also meine geheimen ursachen haben kann ein für allemal dispensiert hat so kann von mir nicht mehr die rede sein ungütige lais rief skopas gewiss zweifelst du nicht dass das in einer ganz anderen absicht gesagt wurde wirklich versetzte sie mit einer naiven miene deren ironie der junge mann nur zu stark zu fühlen schien aber was sollte man einem so heißen liebhaber seiner kunst nicht zu gut halten und wie könnte ich dir meinen dank für deine andere absicht tätiger beweisen als indem ich dir in meiner lesbia eine so reiche entschädigung anbiete dies war zu viel für die empfindlichkeit und den stolz eines künstlers der sich auf einmal wiewohl durch seine eigene unvorsichtigkeit von einer schon nahe geglaubten hoffnung herabgestürzt sah ich werde mein äußerstes tun sagte er sich vergeblich bemühend ihre ironie die mit einer ebenso naiven miene zu erwidern um dich von dem hohen wert zu überzeugen den ich auf die reiche entschädigung lege die du mir versprichst ich gehe mit deiner erlaubnis sogleich um zu dem neuen werke das du mir aufträgst anstalt zu machen was für ein reizbares völkchen diese götter und menschen bildner sind sagte lais als skopas sich entfernt hatte du musst es ihm zugute halten schöne lais er fiel auf einmal von einer so schönen hoffnung herab aber tat ich nicht wohl daran fuhr sie fort daß ich seinem grillenhaften eigensinn nicht nachgab wenn ich meine meinung unverhohlen sagen soll erwiderte ich so ist die idee der göttin der schönheit wie sie unter den händen ihrer dienerinnen der grazien mit ihrem gürtel geschmückt hervorgeht erst lebendig in mir geworden seitdem ich dieses bild gesehen habe skopas hat unstreitig recht wenn er behauptet daß die bekleidung der schönheit insofern nachteilig ist als sie uns die reinen formen der bedeckten teile mehr oder weniger entzieht und das ganze mehr erraten als sehen lässt aber er hat unrecht zu vergessen daß schönheit mit grazie in eins verschmolzen eine viel stärkere wirkung tut und ich wenigstens bin überzeugt daß eine bekleidung wie diese hier die bildsäule stand uns gegenüber gerade das ist was jene vereinigung bewirkt und einen großen teil ihres zaubers ausmacht während sie die schönheit des unverschleierten dem äußeren sinn auffallender macht setzt sie zugleich den innern in bewegung und verdoppelt das vergnügen des anschauers indem sie die einbildungskraft beschäftigt mit leiser lüsterner hand den neidischen schleier von dem verhüllten wegzuziehen lais das ist es eben was ich meinte ich und was ich nicht hätte sagen sollen denn ich rede gegen mein eigenes interesse vielleicht hättest du mir erlaubt zugegen zu sein wenn du dem verlangen des skopas nachgegeben hättest du sollst nichts dabei verlieren daß es nicht geschehen ist sagte sie indem sie mir die hand reichte und mich durch eine kleine galerie in einen anmutigen einsamen teil des gartens führte ich glaube zu fühlen daß wir dazu geboren sind freunde zu sein es gibt keine ewige liebe aber freundschaft ist ewig oder verdiente diesen namen nie der altar hier ist dieser unsterblichen geheiligt hier aristipp lass uns schwören freunde zu bleiben solange wir leben und dieser erste kuss sei das siegel unsers schönen bundes beneide mich nicht zu sehr guter kleonidas lais ist eine große zauberin sie läßt immer noch viel zu wünschen übrig und indem wir uns trennen müssen wundre ich mich hinten nach wie wenig das war wodurch sie mich so glücklich wie einen gott gemacht hatte ende von fünfzehn aristipp von christoph martin wieland erster band sechzehn an kleombrotus von ambrasien diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz ich danke dir lieber für die guten nachrichten die du mir von unseren freunden gibst mir ist angenehm dass sie die dauer der poseidonien zu ägina so genau ausrechnen ich nehme es als ein zeichen ihrer zuneigung auf dass sie mich so bald zurück verlangen wie wohl mir leid wäre wenn sie aus meinem langen ausbleiben wie sie es nennen das gegenteil von mir vermuten wollten die zeit ist vielleicht das zauberartigste ding in der ganzen natur wenn man anders ein ding nennen kann was das was es ist bloß durch unsere einbildung und unseren maßstab wird eben dieselbe zeit sagt man die dem einen eine stunde deucht dünkt dem anderen ein augenblick dem dritten ein tag dem vierten ein jahrhundert ich denke man könnte ebenso gut sagen sie ist es für den nämlich dem sie es deucht denn dass sie einem anderen mehr oder weniger ist als mir gibt ihm kein recht zu fordern dass es mir auch so sein soll ich bin nun bereits laß sehen zwanzig fünfundzwanzig achtundzwanzig wahrlich beim großen poseidon einunddreißig tage hier und ich versichre dich heute am morgen des zweiunddreißigsten ist mir ich hätte die achtundzwanzig nur geträumt und sei erst vor drei tagen in ägina angekommen was für ein zauber kann das sein fragst du der den kaltblütigen aristipp zu einem solchen schwärmer zu machen vermag komm und siehe du bist zu nahe bei mir um zu erwarten dass ich stunden die ich besser anwenden kann stunden die für mich nur augenblicke und gleichwohl dem sonnenzeiger nach volle stunden von dreitausend und sechshundert pulsschlägen sind dazu verschwenden werde dich mit schönen beschreibungen wie wohl mir's hier geht zu unterhalten komm herüber lieber kleombrotus was hast du in athen zu versäumen oder kannst du nicht wenn du es nur recht anfängst für das was du versäumst überall ersatz finden was wir in unserem zirkel zu athen philosophieren nennen ist eine sehr gute sache nur zu viel ist nicht gut auch ägina wird von den musen besucht du wirst sie mitten unter uns oder uns mitten unter ihnen finden und was bei euch nicht immer der fall ist arm in arm mit den grazien und von amorn mit blumenketten gebunden du bedarfst einer kleinen unterbrechung deiner gewöhnlichen studien die du mit einem so enthusiastischen eifer betreibst dass dein magen und unterleib und unter uns gesagt dein kopf selbst in gefahr dabei geraten auch darf ich dir nicht verhalten dass mir vor dem feinen netz ein wenig bange ist womit die weise aspasia dich zu umspinnen sucht fahre nicht auf lieber und mache kein solches gesicht an mich als ob ich den tempel zu delphi oder die geheimnisse der eleusinischen göttinnen verraten hätte aspasia ist unleugbar eine frau von vieler und langer erfahrung von hohem geist großer menschenkenntnis und feiner lebensart eine meisterin in der kunst zu reden und zu überreden wahrlich der klügste unter den dermaligen demagogen zu athen müsste noch lange bei ihr in die schule gehen bis er ihr alle die feinen kunstgriffe abgelernt hätte womit sie vor dreißig jahren den mann der griechenland regierte zu regieren wusste kurz ich weiß alles was du mir zur rechtfertigung der hohen meinung die du von ihr gefasst hast sagen kannst aber was du nicht weißt nicht siehst nicht eher bis es zu spät ist sehen wirst ist dass die freundschaft die sie dir zeigt nicht ganz so uneigennützig ist als du dir einbildest denke nicht sie habe immer so exemplarisch gelebt wie sie jetzt zu leben scheint da sie als witwe von zwei athenischen demagogen ihren sechzigsten sommer herannahen sieht das ist unmöglich wenn sie nicht von heben oder auroren das geheimnis niemals alt zu werden zum geschenk erhalten hat das geheimnis liegt in einem halben dutzend alabaster büchschen auf ihrem putztische mein freund glaube mir ich kenne diesen schlag von weibern und die art wie sie sich für die mühe ihre jungen freunde zu bilden und in die welt einzuführen bezahlt zu machen pflegen und ich könnte dir ein lied davon singen wie wohl mich keine von ihnen je gefangen hat mit dir ist's ein anderes mein lieber enthusiast du bist mit erlaubnis zu sagen eine unschuldige schwärmerische motte die dem lichte zufliegt weil sie von seinem schein entzückt ist und nicht eher erfährt daß es auch brennt bis sie mit versenkten flügeln am boden zappelt laß dich warnen freund kleombrotus und wenn du jetzt wie ich nicht zweifeln will mit gewarnten augen entdeckungen machst die dir meine meinung von den absichten der weisen dame bestätigen so eile dich von ihr los zu und komm zu mir herüber solltest du einen vorwand dazu nötig zu haben glauben so brauchst du ja nur ein geschäft auf einer der ägäischen inseln vorzuschützen und du begleitest mich dann auf der reise die ich in kurzem antreten werde um die beträchtlichsten und berühmtesten derselben Delos, Naros, Samos, Chios und Lesbos zu besuchen Fremde wie wir haben ohnehin den Cekropiden keine Rechenschaft zu geben wenn wir ihr schönes öltriefendes feilschen begrenztes athen wieder zu verlassen für gut finden wie wohl sie keinen begriff davon zu haben scheinen wie man auch anderswo wo man nicht um zwei oder drei obolen von sardellen gerstenbrot und knoblauch lebt ein menschliches leben führen könne Ende von 16 Aristip von Christoph Martin Wieland Erster Band 17 an Antisthenes zu Athen Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Wie ich höre wird die unvermutete Verlängerung meines Aufenthalts zu Ägina von meinen Freunden in Athen nicht gebilliget Man erwartete, dass ich mit Eurybates, den ich dahin begleitet hatte, wiederkommen würde Und die Auskunft, die er über die Ursache meines Zurückbleibens gab Wiewohl ich nicht zweifle, dass sie mit der Wahrheit übereinstimmt scheint seiner Absicht, mich dadurch zu rechtfertigen, nicht entsprochen zu haben Du hast, wie ich hoffe, nicht vergessen, Antisthenes Dass die Strenge deiner Grundsätze das zutrauen Dass du mir schon in der ersten Stunde unseres Zusammentreffens zu Olympia einflößtest Seit dieser Zeit so wenig vermindern konnte Dass sie vielmehr der Grund ist, warum ich mich immer vor allen anderen Freunden des ehrwürdigen Sokrates Vorzüglich an dich angeschlossen habe Ich weiß sehr wohl, dass meine Jugend und eine gewisse mir angeborne Sorglosigkeit Die ziemlich nahe an Leichtsinn grenzen mag Zuweilen der Zucht eines strengen Freundes bedarf Indessen, wie bescheiden einer auch von sich selbst denkt Kann es ihm doch nicht gleichgültig sein Wenn sein Charakter, vorausgesetzt er habe, einen, von denen verkannt wird Mit welchen er am meisten umgeht Und ich gestehe gern, dass die Gerechtigkeit, die du mir widerfahren lässt Indem du nicht verlangst, dass ich etwas anders als das Beste Wozu mich die individuelle Form meiner Natur fähig macht In meinem Leben darstelle Im Grunde die wahre Ursache meiner Anhänglichkeit an dich ist Und dass die Strenge deiner Moral mich längst von dir entfernt hätte Wenn sie nicht durch eine billige Schätzung meines wirklichen Werts gemildert würde Ich weiß nicht, warum unser Meister, den ich, wie du mir bezeugen kannst Höchlich Ehre und Liebe für gut befunden hat Mich immer in einer gewissen Entfernung von sich zu halten Hat mir etwa sein Dämonion einen schlimmen Streich bei ihm gespielt Oder entdeckte sein Scharfblick einige Ähnlichkeit zwischen mir und einem seiner ehemaligen Lieblinge Von welchem er sich in seinen Erwartungen am Ende übel betrogen fand Oder ist ihm irgendein Zug in meiner Physiognomie zuwider Was es auch sei Genug, ich fühle mich ohne meine Schuld, wie mich dünkt, zurückgehalten So offen gegen ihn zu sein, als ich wünschte Und wende mich daher lieber an dich Um durch deine Vermittlung bei ihm gerechtfertigt zu werden Wenn es mir gelingen sollte, mich zuvor bei dir selbst zu rechtfertigen Meine sokratischen Freunde, oder wie soll ich sie nennen Scheinen, wenn sie über mich Gericht halten, zu vergessen Dass jeder Mensch außer dem allgemeinen Maß der Menschheit Noch sein eigenes hat, womit er gemessen werden muss Wenn man das, was sich für ihn schickt oder nicht schickt Richtig beurteilen will Ich bin weder ein Athener, noch Thebaner, noch Megarer Weder eines Steinmetzen, noch Gerbers, noch Wurstmachers Sohn Sondern ein Zyrener aus einer Familie Die unter ihren Mitbürgern in Ansehen steht Und sehr begütert ist Ich bin diesen Umständen gemäß nach zyrenischer Weise erzogen worden Und es wäre daher nicht ganz billig Eben dieselben Anlagen und Gewohnheiten In Rücksicht auf manche Dinge, die zum menschlichen Leben gehören Von mir zu fordern Als von einem in Durftigkeit und Schmutz Aufgewachsenen und an Entbehrungen aller Art gewöhnten Jüngling Indessen habe ich zu Athen Jahre und Tage lang gezeigt Dass ich ebenso gut von zwei oder drei Obolen des Tags leben kann Als ein anderer Nur sehe ich nicht, warum ich überall und immer so leben soll Oder warum ein kurzer Kaputrock ohne Unterkleid Für das einzige und ausschließliche Kostüm der Philosophie gelten müsste Ich achte mich bei Linsenbrei und Salzfisch für keinen bessern Und bei einer Mahlzeit für achtzig oder hundert Drachmen Für keinen schlechtern Menschen, als ich sonst bin Und wenn ich es dahin bringe, dass ich auf jede Weise leben kann Im Überfluss, ohne Übermut und Ausschweifung In Einschränkung auf das Unentbehrlichste Ohne Störung meiner guten Laune Oder Abwürdigung meines Charakters So denke ich, alles, was ein vernünftiger Mensch In diesem Stücke von sich selbst fordern kann Erreicht zu haben Doch dies ist nicht der Hauptpunkt Die große Frage ist Was für einen Zweck habe ich mir überhaupt Für mein künftiges Leben vorgesteckt? Und hier ist meine Antwort Ich bin ein freigeborner Mensch Und trotz unserem barbarischen Völkerrecht Als ein solcher sollte jeder Mensch betrachtet und behandelt werden Dass ich ein geborener Bürger in Zyrene bin Macht mich nicht zum Sklaven von Zyrene Ich bin auch als Bürger der allgemeinen menschlichen Gesellschaft geboren Und in dieser großen Kosmopolis ist Zyrene nur ein einzelnes Haus Da mir der Zufall Vermögen genug für meine Bedürfnisse zugeworfen hat Warum sollt ich dies nicht als eine Erlaubnis ansehen In Erwählung einer Lebensart und Beschäftigung bloß meinem Innern Naturtriebe zu folgen In meinen Augen ist es noch mehr als Erlaubnis Es ist ein Wink Ein Gebot des Schicksals Mich zu der edelsten Lebensart zu bestimmen Und die edelste Für mich wenigstens Denn von mir ist jetzt bloß die Rede Ist nach meiner Überzeugung Als Weltbürger zu leben Das heißt ohne Einschränkung Auf irgendeine besondere Gesellschaft Mich den Menschen Bloß als Mensch So gefällig und nützlich zu machen Als mir möglich ist In dieser Gesinnung und mit diesem Zweck Ging ich aus Zyrene in die weite Welt Um vor allen Dingen Die Menschen kennenzulernen Unter denen ich leben will Und mir so viele Kenntnisse Und Geschicklichkeiten Zu meinem und ihrem Nutzen Und Vergnügen zu erwerben Als Fähigkeit, Zeit und Umstände Nur immer gestatten werden Der Ruf des weisen Sokrates Zog mich zuerst nach Athen Aber war ich nicht in der Meinung Mich einer Schule oder Sekte zu verpflichten Oder einem einzelnen Menschen Mehr Recht und Macht über mich einzuräumen Als ich ihm entweder freiwillig zu überlassen geneigt Oder jedem andern zuzugestehen Ich kam als ein schon ziemlich gebildeter Und keineswegs unwissender Jüngling Nach Athen Und machte mir die Erlaubnis Welche Sokrates allen gutartigen Und lehrbegierigen jungen Leuten gibt Ihn zu besuchen Und um ihn zu sein So viel zu nutze Als mir zu der Absicht Weiser und klüger In seinem Umgange zu werden Nötig schien Ohne darum Andern nützlichen Und angenehmen Verhältnissen Auszuweichen In welche ein junger Fremdling Meiner Art In einer Stadt wie Athen zu kommen So viele Gelegenheit findet Nach einem zweijährigen Ununterbrochenen Aufenthalt In dieser ehemaligen Hauptstadt Der gesitteten Welt Lockt mich das Bedürfnis Einer kleinen Veränderung Nach Ägina Zufälligerweise treffe ich da Eine junge Frau an Mit welcher ich schon vor zwei Jahren Zu Korinth bekannt geworden war Eine Frau Deren geringster Vorzug ist Das Griechenland nie Eine schönere gesehen hat Sie ist die nächste Nachbarin Des Landhauses wo ich wohne Sie versammelt öfters Auserlesene Gesellschaft In dem ihrigen Und sie selbst Ist die unterhaltendste Gesellschaft Die sich ein Mann Und wenn er Sokrates Selbst wäre Nur immer wünschen könnte Wir finden Geschmack aneinander Wir sehen uns öfters Wir werden Freunde Wohl gebrauchte Zeit Fliegt schnell dahin Eurybates Von dringenden Geschäften Gerufen Geht nach Athen zurück Aristipp Der keine dringenden Geschäfte hat Bleibt zu Ägina Was ist in diesem Allem anstößiges Oder Aristipps Arita des Sohns Von Cyrene Und Gesellschafters Des weisen Sokrates Unwürdiges Aber diese schöne Dame Die so viel Geschmack An dir gefunden hat Und für deren Freund Du dich erklärst Ist eine Hetäre Nun ja Wie Corinne Wie Sapfo Wie Aspasia Von Milet Bevor Perikles Sie zu seiner Gemahlin Machte Eine Hetäre War Eine Gesellschafterin Das ist doch die Bedeutung Des Wortes Mit welcher euer Solon Selbst Der Erfinder Des Namens Den Rest Seines Lebens Mit Freuden Ausgelebt hätte Was kümmern mich Eure Namen Für mich Ist sie das Wozu Natur Und Ausbildung Und die verschwenderische Gunst Aller Musen Und Grazien Sie gemacht haben Ihresgleichen Wird selbst In dem schönen Lande Wo sie das Licht Zuerst erblickte Nur alle tausend Jahre Geboren Und ich Dessen einziges Geschäft ist Die Menschen Und sich selbst In allen Verhältnissen Die er zu ihnen Und sie zu ihm Haben können Zu studieren Ich sollte Eine solche Gelegenheit Nicht benutzen Entschuldiget mich Lieben Freunde Wenn ich diesmal Vielleicht mehr Meinem Genius Folge Als euerm Urteil Oder vor Urteil Es wird Es wird vermutlich Nicht das letzte Mal Sein Vor der Gefahr Dass mich diese Zirze Unauflöslich An sich Fesseln Oder gar in Einen Gefährten Des Ulysses Verwandeln Werde Seit ohne Sorgen In drei Tagen Geht die schöne Lais Nach Korinth Zurück Und Aristip Tritt seine Reise Nach den Zykladen An Ende von Siebzehn Aristip Von Christoph Martin Wieland Erster Band Achtzehn Antwort Des Antisthenes Diese LibriVox Aufnahme Ist in Öffentlichem Besitz Nach Empfang Deines Briefes Mein junger Freund Glaubte Ich Nicht Besser Tun zu Können Als Wenn Ich Ihn Dem Sokrates Selbst Zu Lesen Gäbe Für Welchen Er Doch Eigentlich Geschrieben Zu Sein Schien Nachdem Er Ihn Bei Einigen Stellen Lächelnd Bei Andern Den Kopf Ein Wenig Wiegend Überlesen Hatte Sagte Er Indem Er Mir Den Brief Zurück Gab Unser Freund Aristip Ist Erstarkt Und Kennt Den Weg Den Er Gehen Will So Gut Dass Er Weder Eines Führers Noch Wegweisers Bedarf Wenn Zyrene Keine Ansprüche An Ihn Macht Wie Sie Wohl Schwerlich Machen Wird So Sehe Ich Nicht Warum Er Nicht Eben So Wohl Als Ein Welt Bürger Sollte Leben Können Wie Irgendein Vogel In Der Luft Der Sich Auf Welchen Baum Er Will Setzt Und Sich Übrigens Nur Vor Leim Ruten Und Schlingen In Acht Zu Nehmen Hat Mit Uns Athenern Ist Es Ein Anderes Wir Andern Sind Zu Bürgern Von Athen Geboren Und Hangen Nur Als Athenische Bürger Mit Der Übrigen Welt Zusammen Oder Was Meinst Du Kritobul Fuhr Er Fort Sich Auf Einmal An Diesen Wenden Hältst Du Es Für So Leicht Dich Von Der Pflicht Gegen Athen Los Zu Sagen Das Kann Und Darf Ich Nicht Antwortete Kritobul Solange Ich In Athen Lebe Und Gutes Von Athen Empfange Und Erwachte Sokrates Solltest Du Nicht Pflichten Gegen Athen Haben Die Dir Gar Nicht Erlauben Ohne Den Willen Der Athener Anderswo Zu Leben Kritobul Stutzte Und Antwortete Nach Einigem Zögern Wenn Ich Vermögen Genug Hätte Zu Leben Wo Es Mir Am Besten Gefiele Und Es Gefiele Mir An Einem Andern Orte Besser Warum Sollte Ich An Athen Gebunden Sein Sokrates Von Wem Hast Du Dein Vermögen Kritobul Das Meiste Ist Von Meinen Voreltern Erworben Einen Teil Hab Ich Vielleicht Mir Selbst Zu Danken Sokrates Wie Kommt Es Dass Die Miss Günstigen Und Ungerechten Menschen Deren Es Soviele In Der Welt Gibt Diebe Straßen Räuber Oder Andere Feinde So Gutherzig Waren Deinen Voreltern Und Dir Zeit Und Mittel Zum Erwerben Zu Lassen Und Wenn Ihr Etwas Erworben Hattet Es Euch Nicht Weg Zunehmen Kritobul Davor Schützten Uns Die Gesetze Und Die Bewaffnete Macht Von Athen Sokrates Diesen Hättet Ihr Also Die Möglichkeit Des Erwerbs Und Die Erhaltung Eures Vermögens Zu Danken Kritobul So Scheint Es Sokrates Nun Möchte Ich Wohl Wissen Was Die Athener Bewegen Könnte Euch Zu Schützen Und Um Dazu Immer Bereit Zu Sein Großen Aufwand Zu Machen Wenn Ihr Ihnen Nichts Dagegen Tun Solltet Kritobul Auch Fehlt Sehr Viel Dass Wir Ihnen Etwas Schuldig Blieben Wir Gehorchen Ihren Gesetzen Wir Steuern Nach Unserm Vermögen Zu Zu Ihren Gemeinsamen Ausgaben Bei Ziehen In den Krieg Oder Rüsten Eine Galere Aus Wenn Sie Uns Dazu Auffordern Und Was Der Gleichen Mehr Ist Sokrates Denkst Du Aber Nicht Die Athener Haben Damals Da Sie Es Auf Sich Nahmen Euch Bei Dem Vermögen Dass Ihr Unter dem Schutz Ihrer Gesetze Erwarbet So Viel In Ihren Mächten Ist Zu Erhalten Darauf gerechnet Dass Auch Ihr Euch Den Pflichten Nie Entziehen Würdet Die Euch Schon Die Natürliche Dankbarkeit Gegen Den Staat Als Euren Ersten Und Größten Wohltäter Auferlegt Kritobul Ich Denke In der Tat Das Haben Sie Sokrates Und Wenn Nun Zum Beispiel Dem Kritobul Die Lust Ankäme Seinem Vaterlande Die Pflicht Aufzukünden Könnt Er Das Ohne Sich Als Einen Undankbaren Und Gegen Sein Vaterland Ungerechten Menschen Darzustellen Kritobul Ich Sehe Dass Ich Unrecht Hatte Sokrates Sokrates Überlege Die Sache Noch Weiter Mit Dir Selbst Und Sage Mir Deine Meinung Wenn Wir Uns Wiedersehen Soviel Aristip Den Punkt Der Welt Bürgerschaft Betreffend Über Den Andern Hauptpunkt Deiner Rechtfertigung Habe ich Dir Noch Weniger Zu Sagen Denn Natürlicherweise Hängt Es Gänzlich Von Dir Ab Ob Du Lieber In Der Gesellschaft Einer Schönen Und Dich Angenehm Unterhaltenden Hethere Oder Im Umgang Mit Sokrates Und Seinen Freunden Leben Willst Ende von Achtzehn Dein Deine Rise And Under B Dem Don Eyes Vielen Dank.